Heute im Tech Talk 45 sagen wir euch, wie es denn um die deutsche IT-Sicherheit in Bezug auf Cyberwar sichergestellt ist und ob ihr Kaspersky noch verwenden sollt, könnt, dürft, wie auch immer. Außerdem hat sich Tobi mal den Computerspielepreis, den deutschen Computerspielepreis reingezogen. Das alles gibt es jetzt gleich nach dem Teaser. Bis gleich. Ja, wir sind wieder zurück und ich hätte auch nicht träumen lassen, ja, träumen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass wir in der Folge 45 ausgerechnet auch mal über Krieg reden und dass ich dann sage, ja, ihr habt uns zuletzt vor dem Krieg gehört. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal so in einem Podcast sage, aber das ist halt leider aktuell so. Und ja, wir waren jetzt längere Zeit weg und es gab gute Gründe. Also ich muss auch ehrlich sagen, im Moment ist hier auch die Hölle los. Und ja, David hat einen Grund, der hat vier Buchstaben. Bei mir ist es eher so, doch vier, ja, doch passt. Egal wie, er hat vier Buchstaben. Er hat vier Buchstaben, der Grund. Und ja, und wie gesagt, bei mir ist halt also im Moment echt die Hölle los. Aber wir werden dann gleich über die Themen IT-Sicherheit reden und Cyberwar und was aktuell hier los ist in Deutschland. Und dementsprechend ist halt im Moment, da muss ich halt sagen, da waren mir dann unsere Kunden ein bisschen wichtiger als der Podcast. Sorry, Leute, aber das ist halt dann einfach so. Da gibt es dann halt Verpflichtungen, denen man nachgehen muss. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zur Umfrage der Woche. Da habe ich diesmal, da kommen wir schon zum Thema Schneiden. Wir hatten mal intern diskutiert, ob wir vielleicht nicht den Podcast ein bisschen kürzen, aber dafür halt zwei Teile daraus machen. Im Prinzip, also wir nehmen den am Stück auf, wie jetzt auch, machen zwei Teile und veröffentlichen die zwei Teile ein bisschen mit einem zeitlichen Abstand. Heißt für euch im Prinzip eigentlich, ja, mehr Content oder regelmäßiger Content. Dafür haben wir halt dann vielleicht auch mal in der einen Folge nicht so aktuellere Themen. Da könnte man dann sowas diskutieren, wie organisieren wir uns denn jetzt eigentlich? Oder keine Ahnung, NFT oder was weiß ich. Und dafür kommt halt dann in der einen Folge immer der aktuelle Shit. Das ist das, was am Anfang produziert wird und dann auch gleich relativ bald veröffentlicht wird. Und die Folge darauf wird dann halt ein Thema sein, was ihr bestimmt, was wir raussuchen, was halt ein Special ist im Prinzip. Und darüber stimmt ihr diesmal ab. Und ich würde euch auch bitten, dass möglichst viele Leute da abstimmen, damit wir einfach auch mal ein Bild bekommen, ob das für euch okay ist. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, entweder auf YouTube oder so, oder auch in dem Formular dann für die Abstimmung Umfrage der Woche. Also umfragederwoche.kursofu.com könnt ihr dann abstimmen. Und das wäre wirklich wichtig, dass da möglichst viele Leute teilnehmen, dass wir da einfach mal ein Bild bekommen. Wäre das der richtigere Weg oder sollte man es lieber so beibehalten? Aber das ist, glaube ich, auch vielleicht angenehmer zum Hören. Und ich möchte natürlich auch offen und ehrlich sein, für den YouTube-Algorithmus ist das natürlich auch besser. Und für andere, für Spotify-Algorithmen zum Beispiel, ist es auch ganz nett, wenn halt der Podcast nicht einmal im Monat kommt, sondern alle zwei Wochen da irgendwas hochgeladen wird. Gut, ja, hochgeladen, wo wir beim Thema Hochladen sind. Es gibt scheinbar ein Amt in Lübeck, die wären ganz froh gewesen, wenn nicht mal so ein paar tausend E-Mails irgendwo hochgeladen worden wären. Aber was war denn da eigentlich los? Genau, es gab mal wieder ein Datenleck, so böse oder so blöd es klingt. Und zwar wurde da Second-Hand-mäßig ein PC gekauft, bei dem da, oder nee, PC, sag ich schon, 13 PCs wurden da Second-Hand-mäßig gekauft, die eigentlich ohne Platten hätten geliefert werden sollen. Allerdings waren dann da noch Festplatten drin. Und es wurde dann auch relativ schnell klar, dass auf den Festplatten wohl sensible Daten zu finden waren, und zwar Datensätze von Mitarbeitern mit Klarnamen und Positionen, aus denen man dann auch Unternehmensstrukturen rekonstruieren konnte. Also, dass es dann halt irgendwie wohl nur einen Kopierer gab und wie die untereinander zusammengearbeitet haben. So wie es ausschaut, war die Krux des Ganzen wohl Microsoft. Natürlich. Der Ursprung alles Bösen. Und zwar Microsoft Outlook. Und zwar deshalb, weil Microsoft Outlook hier Backup-Files, sogenannte OST-Files, auf der lokalen Maschine gelegt hat, die eben nicht gelöscht wurden, beziehungsweise da halt eben nichts gelöscht wurde. Und die halt dann eben durch diese Versteigerung in Privathände gelangt sind. War übrigens auch, da habe ich ein Déjà-vu, ganz am Anfang vom Podcast, wann war das, 2018 oder 2019? Oh Gott, so lange machen wir das schon. Da war ja das Thema mit dem, was war das für ein Amt in Coburg, war ja genau das Gleiche mit der SSD, die auf Jugendamt, genau, die dann auf Ebay aufgetaucht ist und so weiter. Das war ja auch recht merkwürdig. Und das ist da im Prinzip ein ähnliches Verfahren. Und diese Archivdateien von Outlook sind halt auch böse in Anführungsstrichen, weil das ist halt auf der lokalen Platte. Und da vielleicht nur ein ganz kurzer Tipp an alle Sys-Admins, da hilft halt einfach Verschlüsselung. Also wenn man, egal ob der Rechner jetzt im Gebäude steht, im Büro steht, oder ob er mobil ist, also ein Notebook oder Tablet oder Convertible oder whatever, eine Festplattenverschlüsselung, eine generelle Festplattenverschlüsselung, die im Übrigen, wenn man ein bisschen masochistisch veranlagt ist, gibt sie kostenlos und nennt sich Bitlocker. Dann kann man das Ding auch so einführen ins Unternehmen, wenn man ein bisschen Management haben will, eine ordentliche Oberfläche, dann gibt es halt dafür auch Kauflösungen, die da ganz nett sind. Und ja, also wie gesagt, da ist halt Verschlüsselung, würde halt da wirklich helfen. Und gerade bei Ämtern, also solche Daten von einem Amt, jetzt denke ich mal auch vielleicht ein bisschen Richtung... Ich wollte gerade sagen, das war, so wie ich das auch gelesen habe, die Ausländerbehörde. Also auch wieder was, wo nicht wirklich, also jetzt nicht der Hausmeister. Ja, irgendwie. Ja, genau. Oder eben nicht die Kantine oder sowas. Also jetzt nichts, wo man sagt, dass es unkritisch wäre. Ja, richtig, genau. Ja, kommen wir jetzt von sowas gleich mal zu unserem eigentlichen Aufhänger-Thema, nämlich dem Cyberwar oder jetzt den tragischen Angriffskrieg aus Russland. Ja, wir haben ja jetzt auch, das möchte ich vielleicht auch noch mal erwähnen, Kurs O4U unterstützt auch eine Kampagne. Ja, da sind mehrere Influencer drin und YouTuber und Webunternehmer und so, die heißt Together. Und das ist eine Nothilfe-Aktion, ist auf unserer Website, verlinke ich auch noch mal. Die unterstützen halt eben so Organisationen wie Rotes Kreuz, UNICEF Kinderhilfe, aber auch Reporter ohne Grenzen, die dann natürlich aus dem Kriegsgebiet unter sehr erschwerten Bedingungen berichten, aber eben auch Journalisten, die halt eben für ukrainische Medien berichten oder eben auch STELP, das ist auch eine Hilfsorganisation, die schon mehrfach in den Medien war, die dann eben Hilfsgüter in die Ukraine bringen und das unterstützen wir auch, das möchte ich hier noch mal promoten und da bin ich angefragt worden, ob wir da auch mitmachen wollen. Dahinter steckt im Wesentlichen einfach eine Influencer-Agentur, die halt jetzt da mehrere YouTube-Partner gesucht hat, aber im Wesentlichen wird das alles über die betterplace.org-Plattform abgewickelt und einfach nur der Brand und das Werbegedöns läuft halt über diese Agentur, damit da ein bisschen Geld dahinter ist, damit man das promoten kann und wie gesagt, das Ganze ist safe und es gibt auch, da möchte ich auch davor warnen, habe ich auch schon bekommen, irgendwelche Scam-E-Mails, wo auf Hilfsorganisationen hingewiesen wird, die es gar nicht gibt oder auf irgendwelche Bitcoin-Wallets und da bitte sehr vorsichtig sein, dann spendet lieber an solche Organisationen. Ihr müsst nicht über unsere Kampagne, ihr könnt auch direkt an das Rote Kreuz oder an UNICEF oder wie sie alle heißen, aber sucht euch da etablierte Hilfsorganisationen aus und schiebt da nicht irgendwo das Geld in eine Bitcoin-Wallet, weil das Geld soll ja da ankommen, wo es auch wirklich gebraucht wird und nicht bei irgendwelchen Cyberkriminellen, die da, sag ich mal, sehr asozial auf diesen Zug jetzt aufspringen und da irgendwie Geld rausziehen wollen aus der Not der Ukrainer, das ist schon wirklich sehr heftig. Ja, und was ich natürlich, das möchte ich, das ist mir ein inneres Bedürfnis, das vorher nochmal zu erwähnen, wenn wir jetzt auch sehr technisch über die ganze Geschichte reden, das soll natürlich absolut nicht irgendwie, ja, über das Leid der Leute in der Ukraine hinwegtäuschen und da muss ich auch sagen, ich bin natürlich jetzt nicht selbst betroffen, aber ich habe einen Freundeskreis, in dem Freundeskreis sind Russen, in dem Freundeskreis sind aber auch Ukrainer und da habe ich auch teilweise krasse Bilder von denen bekommen, also auch von den Ukrainern hauptsächlich natürlich, die dann einfach mal zeigen, wie das Elternhaus weggebombt wird oder irgendwelche Dörfer von denen, die sie halt aus der Jugend noch kennen, einfach mittlerweile in Schutt und Asche sind. Deswegen soll das jetzt nicht irgendwie empathielos wirken, wenn wir jetzt über so technische Sachen wie Cyberwar oder sowas reden. Wir sind halt ein Technik-Podcast, an dem Krieg an sich können wir relativ wenig ändern, das ist halt einfach der Punkt und das war mir jetzt wichtig, dass man das einfach nochmal am Anfang vorne ran stellt, dass da kein falscher Eindruck entsteht, aber es sind halt eben Themen, die sind aus technischer Sicht sehr interessant und die könnten vielleicht auch uns zukünftig in irgendeiner Form vielleicht weiterbringen oder für zukünftige Sachen lernen oder wie auch immer und deswegen reden wir da jetzt auch sehr technisch über die ganze Geschichte. Gut, das vorneweg nochmal, damit da keine Missverständnisse entstehen. Ja, ich habe anfangs schon erwähnt, ich fange mal an mit dem ganzen Thema, wie es in Deutschland aktuell aussieht. Sehr schwierig und viele IT-Sicherheitsleute, die sagen halt, naja, ganz ehrlich, wir Deutschen, wir haben, wenn es jetzt zu einem direkten Angriff kommen sollte im Cyberraum, wie es immer so schön heißt, dann haben wir relativ wenig entgegenzusetzen. Also da sind sich viele IT-Sicherheitsleute, ob das jetzt Sebastian Schreiber ist, den wir ja auch schon interviewt haben auf dem Kanal oder eben auch Leute, die bei IT-Sicherheitsfirmen arbeiten, wie zum Beispiel der Rüdiger Trost, den kennt ihr noch von F-Secure, der hat auch ein Interview dazu gegeben, übrigens da auch nochmal Hinweis, Rüdiger Trost hat jetzt eine App gelauncht, die muss ich noch verlinken, die heißt waswohin.de, da könnt ihr Hilfsorganisationen mit, oder Hilfsgüter mit koordinieren, da reporten praktisch Hilfsorganisationen hin, wo was benötigt wird, oder auch Leute, die Flüchtlinge bei sich persönlich aufgenommen haben, ist eine sehr tolle Sache, nur bevor ich es vergesse, und weil ich den Namen gerade erwähnt habe, der Rüdiger Trost steht dahinter, der hat das Ganze mit anderen Leuten programmiert, und da könnt ihr dann auch gerne euch die App mal runterladen, und könnt dann gucken, wenn ihr helfen wollt, wo könnt ihr welche Güter wohin bringen. Anyway, auf jeden Fall sind da sich viele einig, dass es halt in Deutschland sehr leichtfertig zugeht, und ein sehr prägnanter Satz von Sebastian Schreiber war halt auch, dass die innerhalb von 40 Tagen spätestens in alle Unternehmen bisher reingekommen sind in Deutschland, die sie halt beauftragt haben, also man muss dazu sagen, wer ist der Sebastian Schreiber, wer den nicht kennt, ist so ein Urgestein aus der deutschen IT-Sicherheitsszene, hat eine Firma, ist Geschäftsführer von der Sys GmbH, in Tübingen sitzen die, und ist halt so ein Urgestein, was Lifehacking angeht, was Penetrationstests angeht, hat glaube ich mittlerweile weit über 100 Mitarbeiter, die für ihn arbeiten, und die treten halt gegen IT-Systeme und stellen eben gegen Geld Schwachstellen zur Verfügung, und helfen dir halt diese Schwachstellen zu beseitigen, und der stellt uns da ein relativ schlechtes Zeichen, oder schlechtes Zeugnis aus, sag ich mal, und man sieht ja jetzt auch, dass halt auch Angriffe passieren, und jetzt ist ja erst das Thema, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, mit den Windkraftanlagen passiert, wo einfach mal so 3000 Windräder nicht mehr im Management waren, ja, weil das Blöde war halt, die liefen über einen ukrainischen Satellitendienst mit drüber, oder einen Satellitendienst, wo auch die Ukraine für Militärkommunikation benutzt hat, und der ist halt einfach mal weggeschossen worden, und dann waren diese 3000 Windräder halt einfach auch mal mit weg, und da sieht man mal, dass halt auch uns in Deutschland, obwohl wir ja in Anführungsstrichen so weit weg sind vom Geschehen, was auch relativ ist, muss man ja auch sagen, dass auch wir von diesen ganzen Sachen mitbekommen, und dass auch wir davon betroffen sind, und vor ein paar Jahren gab es ja Petia, das hat man ja auch hier auf dem Channel, diese Ransomware, die war ja auch, war ja russisch eigentlich, das ist ja eine russische Geschichte gewesen, hat hier tausende Rechner lahmgelegt, hunderte Unternehmen waren betroffen, und deswegen muss man sagen, ist es schon, ja, die Lage ist schon ernst, muss man wirklich sagen, und ich hoffe, dass es halt vielen auch bewusst ist, dass man halt im Moment da auch ein bisschen mehr drauf achtet, was passiert, und dann ist ja noch dieses Damokless-Schwert, sag ich mal, im Hinblick mit Kaspersky im Raum, ich tue mir da auch immer sehr schwer, irgendwelche Firmen da an Pranger zu stellen, vor allem Kaspersky ist ja keine Firma, die bekannt dafür ist, irgendeinen Scheiß zu treiben, aber in der aktuellen Situation, muss man halt sagen, finde ich das sehr, sehr schwierig, Kaspersky weiter einzusetzen, und das BSI zum Beispiel warnt ja auch davor, Kaspersky da in irgendeiner Form einzusetzen, weil, man muss ja ganz ehrlich sagen, was, ich meine, die Firmenzentrale ist in Moskau, und was machen denn die Leute dort, wenn jetzt dort auf einmal Truppen oder Militär in der Zentrale steht, ich wollte gerade sagen, der muss ja nicht mehr Militär, der muss ja einfach nur mal ein paar FSB-Leute vorbeikommen und sagen, jetzt schaltet da eine Backdoor rein, sonst, genau, viel Spaß, die Familie landet im Gulag, so auf die Art. Genau, ja, und das Gefährliche ist ja bei, ja, Antiviren-Software, oder allgemein bei IT-Sicherheitssystemen, die sind halt, damit sie viel mitbekommen, sehr tief im System verankert, mit sehr, sehr hohen Berechtigungen und Rechten, und wir haben ja gesehen, allein schon mit der, was war denn das, wie hieß die Firma, SolarWinds, die über eine Supply Chain Attack da eben die ganzen Kunden mitgezogen hat, so, das war jetzt ungewollt, aber was ist, wenn halt wirklich Kaspersky so dermaßen unter Druck gesetzt wird, Kaspersky sitzt, und das weiß ich aus sicheren Quellen, weil das habe ich mit eigenen Augen gesehen, zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn drin, also, wenn ich das sehe, so deutsche Bahnschalter, und dann sehe ich unten im Eck dieses blinkende V von Kaspersky, dann weißt du ganz genau, dass wir in Deutschland halt da echt ein Problem bekommen, wenn Kaspersky da irgendwas startet, und das ist halt auch schwierig, so einen AV mal, eine Endpoint Protection, wie das ja eigentlich heißt, neudeutsch, oder heutzutage, mit den modernen Technologien, sowas mal eben in fünf Minuten auszutauschen, so ein Prozess, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist, der dauert Wochen, Monate, bis du so ein Ding mal rausbekommst, und das ist halt echt schwierig, und vor allem, das sind ja alles Firmen, die, die haben ja nicht drauf gewartet, dass das jetzt mal eben passiert, ne, also die hatten ja zig andere Projekte, die anstehen, und das war ja nicht so, ach ja, schön, dass jetzt mal eine Aufgabe kommt, dass wir jetzt mal den Kaspersky rauswerfen, und austauschen, und die trifft es halt wirklich richtig hart, ne, also das ist schon, ähm, und, ja, also ich kann nur, auch wenn es mir schwerfällt, muss ich wirklich hier so klipp und klar sagen, ich kann nur davon abraten, unabhängig jetzt von Kaspersky, IT-Sicherheitssoftware aus Russland, aus der Ukraine, aus Belarus zu verwenden, und das ist auch so ein Tipp für euch, ihr solltet mal privat, aber auch im Unternehmen gucken, was habt ihr da im Einsatz, und dann möglichst schnell das Ganze rausbekommen, und, ähm, es ist nicht nur Kaspersky, aber Kaspersky kennt halt fast jeder, und Kaspersky ist halt eine große Nummer, und ich meine, dass die in Deutschland auch in Ingolstadt sitzen, da haben die einen relativ großen Sitz, wird auch spannend, wie das da mit den Mitarbeitern einfach mal aussieht, ähm, ob die Mitarbeiter weiterhin beschäftigt werden können, ob die bezahlt werden können, das ist ja auch sowas durch die Sanktionen, wie bezahlst du die dann, ich meine, klar, die werden wahrscheinlich einen anderen Job finden, weil IT-Sicherheitsleute sind überall gesucht, und die Leute dort, die haben sicherlich auch einen guten Job gemacht, also sind ja keine, sag ich mal, einfachen, ohne jetzt respektlos zu wirken, irgendwelche einfachen Wald- und Wiesen-Admins dort, sondern das sind Experten, das sind Forensiker dort, das sind, äh, Researcher dort, die sich auskennen, und, äh, das ist schon relativ tragisch, und dieses Unternehmen, muss man mal wirklich sagen, das kann ja an sich nichts dafür, also, Eugen Kaspersky, in seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken, weil er kann nichts dafür, ihm brechen die Kunden weg, und, ähm, das ist eine verdammt blöde Situation, und es bringt halt aus meiner Sicht auch nichts, wenn man jetzt sagt, naja, wir versuchen da jetzt, das Kaspersky Deutschland unabhängig irgendwie aufzubauen, oder irgendwelche Zonen zu schaffen, dass die Server in der Schweiz laufen, weil letztendlich, die haben natürlich auch in Moskau Zugriff auf die Systeme in, in der Schweiz oder so, die stehen zwar physikalisch woanders, aber sie kommen natürlich da drauf, und wenn, ja, wenn, wenn die Führung das möchte in Russland, wenn das Regime das möchte, dann passieren da Dinge, die möchte natürlich kein CEO von Kaspersky haben, und keinen Mitarbeiter haben, aber die passieren halt dann einfach, und deswegen muss man da wirklich davor warnen, auch wenn ich mir da echt schwer tue damit, ich kenne ja auch, oder durch unsere Tätigkeiten auf den Messen zum Beispiel, kennen wir ja auch Leute von Kaspersky persönlich, und wir hatten glaube ich auch schon die ein oder andere PK, also Pressekonferenz von Kaspersky auf unserem Channel, und das ist halt echt schwierig, aber es ist leider so, wir müssen da mittlerweile davor warnen, und euch auch empfehlen, da wirklich was anderes einzusetzen, und, ja, und vielleicht nicht gleich irgendwie bei dem nächsten Regime irgendwie eine Software, es gibt ja auch Anbieter aus anderen Ländern, da muss man halt wirklich mal aufpassen, was man sich da auf die Platte holt, und nochmal, die AV-Lösung hat halt die meisten Berechtigungen mit, die braucht es auch, damit das Ding richtig arbeiten kann, und da ist es halt jetzt echt schwierig, beziehungsweise hat auch eine gewisse Macht, in dem eben Schadsoftware durchzulassen, also das ist ja auch wieder das andere. Richtig, du musst ja nicht mal, ich sage jetzt mal, aktiven Angriff über die AV erfolgen, sondern einfach halt eben mal die Augen zugemacht werden, gezielt zugemacht werden, gezielt zugemacht werden für eben Schadsoftware, die dann eben von Bad Actors verteilt wird. Was ja in Russland auch mittlerweile passiert, dass ja, es ist auch so ein bisschen aufgrund der Sanktionen, aber das ist natürlich nicht unnützlich für den Kreml, dass die mittlerweile ihre eigene Zertifizierungsstelle mit eigenen SSL-Zertifikaten munter an die Bevölkerung verteilen, und diese Zertifizierungsstelle, die wäre natürlich dann bei Kaspersky auch mit geweitlistet und sofort drin, und über eigene Zertifikate kann man natürlich Man in the Middle spielen und die Daten mitlesen, ohne dass der Bürger das merkt, weil es ist ja verschlüsselt, im Browser wird ja angezeigt, hier das ist ja, wenn man kein Zertifikatspinning als Betreiber der Seite hat, dann bekommt man das gar nicht mit, dass da gerade jemand die Daten mitliest, und das, weil im Browser wird mir ja alles verschlüsselt angezeigt, weil ich halt dem Kreml-Zertifikat, nenne ich es mal, weil ich dem Kreml-Zertifikat vertraue, und das ist halt, das macht die Sache halt sehr, sehr, sehr kritisch. Naja, und um jetzt nochmal ein bisschen auf andere Bereiche noch zu kommen, wir hatten ja dann auch das Thema Twitter, also Sabotage, Twitter, BGP, Hijacking, Angriffe auf Twitter, das war ja auch sehr merkwürdig, was da passiert ist, dass eben der Zugriff auf Twitter dann mal kurzzeitig nach Russland weitergeleitet wurde, da weiß man auch natürlich nichts Genaues, man kann aber sagen, dass dieses Hijacking, das ist einfach ein Problem, was vielleicht auch gerade Zufall gewesen sein könnte, weil es ist jetzt auch vor ein paar Monaten mal bei Microsoft passiert, dass im Telekom-Netz zum Beispiel Microsoft-Server nicht mehr erreichbar waren, weil ein anderer BGP-Provider hat halt gemeint, ich leite mal alle IP-Adressen von Microsoft auf meinen Uplink, und das ist was, das passiert blöderweise ab und an mal, man kann es halt nicht wirklich da komplett einordnen, dann ist es halt ein blöder Zufall, dass das jetzt mit Russland passiert ist, man muss aber auch dazu sagen, Russland kann damit auch keinen Datenverkehr abgreifen, weil bei BGP-Hijacking zwar das Zeug sabotiert wird, es ist nicht mehr erreichbar, aber ich habe kein Man in the Middle, dass ich den Traffic mitlesen kann, sondern es wird einfach eine Route umgebogen, die geht dann ins Leere und der Dienst ist dann nicht mehr erreichbar. Und das ist aus meiner Sicht, wir hatten ja schon mal, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, wir hatten ja schon mal über BGP geredet und was es für ein sehr sonderbares Protokoll ist und dass sich da nur wenige mit auskennen oder dass es halt sehr speziell ist und das trifft da halt auch wieder zu und das hat halt leider Gottes auch kaum Security mit drin, was halt solche Fehlkonfigurationen verheerende Auswirkungen praktisch erzeugen kann durch Fehlkonfiguration und ja, das sollte man da nicht überbewerten. Aber jetzt noch mal zu den Sanktionen vielleicht, habt ihr schon Bereiche, wo ihr merkt, dass da Sanktionen auch in Deutschland ankommen, jetzt außer bei den Energiepreisen zum Beispiel. David, du hast ja mal gesagt, mit dem Filament und so weiter, da könnte es auch lustig werden im 3D-Druckbereich. Ja, prinzipiell sind die Preise da auf jeden Fall nochmal, sie waren ohnehin jetzt schon höher durch Pandemie geschehen, aber die sind jetzt auch nochmal ein bisschen hochgegangen zum Teil. Ist natürlich jetzt ein bisschen Nischengeschichte, aber das merkt man dann schon. Oder was heißt Nische, ja. 3D-Druck schon mittlerweile. Ich weiß nicht, was jetzt momentan wieder los ist, aber bei uns haben es dann jetzt irgendwie alle wieder Butter, Klopapier, Mehl, wie die irren. Also, wo ich vorhin sagen kann, aber ich weiß nicht, was bei euch los ist. Selbst im Großmarkt wird es langsam schwierig, Mehl zu bekommen, was auch krass ist oder rationiert. Und Öl, ja. Das ist irre. Aber das habt ihr ja sicherlich auch so in den Medien mitbekommen. Und was ich halt krass finde, ist so die Thematik auch noch mit den Knotenpunkten. Das ist neulich so aufgekommen. Auf Twitter habe ich das in meiner Filterblase mitbekommen, dass es ja auch schwierig wird, durch diese ganzen Währungssanktionen und Finanzsanktionen, dass die Provider irgendwann, die russischen Provider, die Peering Points nicht mehr bezahlen können. Das heißt, irgendwann wird denen das Internet abgedreht. Also, Russland wird immer mehr isolierter und es wird immer schwieriger dann, so von Russland aus ins westliche Netz zu kommen, was vielleicht Putin jetzt auch nicht so ungelegen kommt. Und in der Pre-Pre-Show habe ich schon mit Tobi drüber geredet. Ich glaube, Putin hat es gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, dass er halt mittlerweile in einem Alter ist, wo man so technische Sachen und gerade so unsere Generation von Haus aus schon schwieriger versteht. Und wenn man in den Gedankenwelten unterwegs ist, wo der unterwegs ist, dann versteht er das sowieso nicht. Und meine Hoffnung ist ja auch so ein bisschen immer noch, dass viele junge Leute in Russland, das sehe ich ja an meinen Bekannten und Freunden, die sind ja sehr westlich orientiert. Die gucken genauso Netflix, die zocken genauso wie wir Games und die sind genauso wie wir auf Social Media unterwegs. Und wenn immer mehr davon abgedreht wird und immer mehr davon eingeschränkt wird und selbst wenn sie der russischen Propaganda in den Medien, in den russischen Staatsmedien glauben erst mal, irgendwann werden sie sich auch mal fragen, sag mal, wo ist denn jetzt auf einmal YouTube hin? Wo ist auf einmal Facebook hin? Twitter ist weg. Keine Ahnung. Warum gibt es jetzt, das war ja auch eine sehr bizarre Szene, wo der letzte McDonald's in Moskau irgendwie gesperrt wurde, wo so ein relativ gut ernährter Mensch da vor dem McDonald's protestiert hat, warum der auf einmal dicht gemacht wird. Diese Leute, die haben ja trotzdem viel, viel Kontakt zu unseren westlichen Marken oder auch amerikanischen Systemen und auf einmal ist es alles weg. Paymentsysteme, Mastercard, Visa ist weg zum Beispiel. Dann das Nächste, das habe ich jetzt auch noch gelesen, dass ja auch das Thema mit den, jetzt müssen neue Kreditkarten und neue EC-Karten dort ausgestellt werden. Problem ist, die Rohlinge sind jetzt knapp mittlerweile. Datenträger. Datenträger. Und ich weiß auch nicht, wie Putin gedacht hat, wie er seine Rechenzentren und seine Server und so, wie das in Zukunft weiterläuft. Also, ich meine, wie soll Russland ohne Microsoft laufen? Also, ich meine, klar, sie können das über China irgendwie importieren und was weiß ich. Wenn Microsoft aber schlau ist, wird dann halt einfach, wenn es mit einer russischen IP online geht, läuft es halt nimmer. Also, das wird sehr spannend oder das ist irgendwie, da hat Putin einfach, ich meine, das war sowieso eine idiotische Idee, davon mal abgesehen, aber ich glaube, das hat er überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es so relevant ist. Ich meine, der Typ ist mittlerweile, was hat mir vorhin gegoogelt, 70 oder so, der kriegt das halt einfach nimmer mit. Und das macht die Sache halt noch trauriger. Was ich mir jetzt gerade so, wenn du es so erzählst, daran gedacht habe, was ich mir vielleicht gerade vorstellen kann, dass er gar nicht gedacht hat, dass diese Sanktionen so schnell und so heftig kommen. Ja. Also, dass das zwar mit gewissen Sanktionen durchaus wahrscheinlich zu rechnen war, aber halt dann eben, ich sage jetzt mal, dieser wirtschaftliche Holzhammer. Diese Entschlossenheit auch. Ja, auch dieses geschlossene Auftreten vom Westen. Wobei, da habe ich auch ein Chat, also hier Chatnachrichten mit meinem Vater. Irgendwie so, ja, Russland geht es anscheinend auch schlechter. Wie haben wir mal eine Aussage da drauf? Ja, wer hätte denken können, dass der Westen plötzlich geeint hinter einem Feind vor den Toren steht? Also, das ist, also ich muss ja ehrlich sagen, ich war selbst überrascht. Ich habe so viel Zusammenhalt der EU und allgemein, sage ich mal, den westlich denkenden Ländern gar nicht zugetraut. Und was ich halt auch krass finde, und das ist mir nie so vor Augen geführt worden, dass unsere Geschäftsbeziehungen so Richtung Ukraine, dass die schon recht heftig sind. Und um jetzt mal in unserer Tech-Bubble zu bleiben, jetzt mal abgesehen von Getreide und so weiter, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber sehr viele Startup-Unternehmen haben ihre Entwickler in Kiew sitzen zum Beispiel. War mir so jetzt auch nicht bewusst. Nicht nur Startup-Unternehmen. Ja, und jetzt sitzen halt hier sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt Angst um ihre Entwickler haben. Und wenn sie Männer sind, dann stehen sie jetzt an der Front zum Beispiel und müssen Angst haben, dass sie abgeschlachtet werden. Anders kann man es ja nicht nennen. Und ja, und klar, die Entwicklerinnen, okay, aber die müssen erst mal sich auch mal in Sicherheit erst mal bringen können. Und es ist eine saublöde Situation. Und das sind so Sachen, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Also Selbstverständlichkeit. Natürlich haben wir in Deutschland Unternehmen, die ihre Entwickler aus dem europäischen Ausland beziehen. Also das ist so selbstverständlich. Aber das sieht man erst mal im Falle von einem Krieg zum Beispiel, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Also richtig absurd, was da abgeht im Moment. Und ja, was für uns auch selbstverständlich ist, ist ja auch das Thema Internetversorgung. Und ja, LTE, 5G. David hat ja vorhin schon gesagt, er hat jetzt auch endlich 5G in München. Oder im Umkreis. Und bei denen ist jetzt die Infrastruktur zerbombt. Also da ist teilweise jetzt das Problem, dass eben Journalisten nicht mehr berichten können, weil die sich auch auf die Infrastruktur vor Ort verlassen. Jetzt hat ja Elon Musk dort Starlink freigeschaltet in der Ukraine. Und das wird ja auch, wenn wir dann später nochmal drüber reden, auch für militärische Aktionen genutzt. Ich habe hier auch Starlink jetzt im Einsatz. Und da werde ich nochmal in der weiteren Folge, das machen wir heute aus Zeitgründen immer, noch einen kleinen Erfahrungsbericht mal zum Thema Starlink darlegen, wie das in Deutschland eigentlich im Moment aussieht. Ich habe mir das als Backup und als Test, natürlich aus journalistischen Gründen, geholt. Aber auch, um vielleicht eventuell manchen Kunden da mal eine Möglichkeit zu schaffen, von einem popeligen DSL auf ein Dorf wegzukommen. Ja, aber wie gesagt, das ist auch so ein Faktor, der für uns halt selbstverständlich ist. Und das ist halt mittlerweile echt ein Problem. Und ja, es wird interessant, wie halt Russland seine Serversysteme und allgemein seine Wirtschaft, seine Finanztransaktionen aufrechterhält. Wir haben ja, das kommt einem jetzt auch so komisch vor, wir haben in der letzten Folge ja auch über das Thema Energieversorgung geredet, Notstromversorgung und solche Geschichten. Deswegen, das ist absurd, dass das halt jetzt so real geworden ist, das ganze Thema. Und dass wir in Deutschland, ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit ich diesen Politikern im Moment, und das soll jetzt nicht irgendwie so verschwörungsmäßig klingen, aber wie ich denen vertrauen kann, dass das stimmt, dass wir wirklich, dass alles kein Problem ist, wir haben genügend Energie und so. Ich weiß nicht. Dafür habe ich viel zu viel Wissen aus dem Bereich bekommen, von Leuten, die dort arbeiten tagtäglich, die sagen, naja, so selbstverständlich ist das eigentlich gar nicht, was da so dargestellt wird von einem Herrn Habeck oder auch von anderen, die sagen, yo, das wird schon, wir haben Speicher und zur Not, wir haben da hier in der Nachbarschaft Atomkraftwerke, die fahren dann hoch und alles kein Thema. Ich bin gespannt, ich würde es mir wünschen, ich würde es uns allen wünschen, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so ganz so, ja, so unkritisch. Und was nochmal spannend ist jetzt, ist ja auch das Thema mit russischer Propaganda, wir hatten ja jahrelang den Sender RT, also Russia Today, mehr oder weniger im eigenen Land. Das wird ja jetzt auch mal anders hinterfragt, nachdem ja Putin auch die deutsche Welle aus Russland entfernt hat, ist es natürlich jetzt auch eine Frage, inwieweit, in Deutschland wird ja jetzt RT Deutsch, soll ja jetzt zum Beispiel auch auf Provider-Ebene blockiert werden und da ist es halt wieder so, da bin ich wieder so zwiegespalten. Wir hatten ja in vergangenen Folgen uns schon drüber aufgeregt, DNS-Sperren und Filter und so weiter und jetzt auf einmal ist es so völlig normal geworden. Ich weiß nicht, ich habe da so Bauchschmerzen irgendwie, ich weiß nicht, auch wenn natürlich RT Deutsch, da läuft halt sehr viel Propagandamüll, muss man halt ganz klar sagen, aber man sieht halt, wie schnell das auf einmal geht, wenn man denn möchte. Das ist halt irgendwie auch beängstigend. Oder wie seht ihr das? Naja gut, da muss ich dann mal ausnahmsweise gegen die, was ist gegen die Freiheit, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen. Es ist halt insofern das Problem, sobald auf dem Sender wirklich nur noch Propaganda geschleudert wird, dann muss man auch irgendwo sich auch der Sache des Staates bewusst sein und halt dann eben das Ding auch zudrehen. Das ist ja genauso. Muss man ja auch davor warnen, wenn jetzt, keine Ahnung, Russland irgendwelche Propaganda-Plakate in Deutschland abwerfen würde. Ja gut. Es ist in dem Sinn nichts anderes. Aber wir haben hier Medienfreiheit. Ja, aber das Problem ist, dass es hier auch durchaus dann wieder genug Holzköpfe gibt, die sowas durchaus ganz gern aufsaugen. Ja, man hat ja gesehen, das ist vielleicht wieder ein Pro-Punkt für dich. Man hat ja auch gesehen in der Pandemie, dass ja auch Russia Today diese Geschichte für sich genutzt hat, um einfach sehr viele Querdenker, Corona-Leugner und so weiter auf ihre Plattform zu holen und da auch, will ich jetzt nicht sagen bewusst, aber man hatte den Eindruck, Stimmung gemacht hat und das war halt auch so, das hat ein Geschmäckle, muss man halt ganz ehrlich sagen. Und ich meine, die Leute, die in dieser Bubble unterwegs sind, die sind ja jetzt auch trotz dieser erschütterten Bilder und den ganzen Fakten, die es dazu gibt, eher pro-Putin orientiert. Und das ist halt auch was, was mich teilweise ein bisschen ratlos zurück, lässt, wenn man halt erlebt, dass Leute dann Putin allen Ernstes jetzt noch in Schutz nehmen und sagen, ja, das ist ja hier und der ist ja provoziert worden, ja, aber es ist ein verdammter Angriffskrieg. So, also, der kann provoziert, ich meine, das ist ja, sowas macht man ja nicht, wenn man potenziell jemand ist, der sagt, ja, ich bin eher friedlich orientiert, ich versuche, Konflikte anders zu lösen, dann fängt man nicht an, so einen Angriffskrieg zu führen. Also, es braucht mir niemanden zu erzählen. Also, bis jetzt hat es keiner geschafft, mir das irgendwie plausibel zu erklären und das ist, glaube ich, auch unmöglich, aber diese Leute versuchen das und diese Leute sind natürlich jetzt auch weiterhin auf dieser RT Deutsch oder Russia Today Bubble und sind da auch glücklich mit. Und dort wird ja immer noch, ich habe neulich bei unserem, sag ich mal, befreundeten Sender bei Massengeschmack TV, da habe ich mal einen Bericht gesehen, hat Holger mal ein paar Sachen zusammengeschnitten von Original Russia Today Beiträgen, da wird ja schlecht, da wird halt immer noch von einer friedlichen, Friedensbefreiungsmission geredet und was weiß ich, da wird es dargestellt, ja, die kommen ja nur, um Lebensmittel zu bringen und Geld und was weiß ich und das ist völlig absurd und wenn du auf der anderen Seite dann siehst, was alle anderen Medien geschlossen auf dieser Erde berichten, dann ist es halt völlig absurd. Aber gut, naja. Ja, von den Medien, ich überlege gerade, was ich noch anbringen wollte, weil wir haben das jetzt mal ein bisschen sehr freigestaltet, das hat ja so viele Facetten, wie gesagt, wir haben in Deutschland, um es mal zusammenzufassen, eine relativ hohe Bedrohungslage, eben auch durch diese Supply Chain Attacks, was machen viele Unternehmen, blockieren zum Beispiel Traffic aus Russland oder nach Russland oder Ukraine, weil man muss ja auch damit rechnen, dass dort Infrastruktur übernommen wird, das heißt, nur weil der Server in der Ukraine steht, muss er nicht gleich sicher sein, weil wer weiß, wie viele Rechenzentren jetzt schon übernommen wurden. Von den Atomkraftwerken wollen wir jetzt gar nicht reden, wenn wir das fast jetzt noch aufmachen, was das für eine Katastrophe zum Beispiel in Tschernobyl ist und vor allem wie absurd das ist, ich habe vor ein paar Monaten noch YouTuber gesehen, die waren da noch unterwegs in Tschernobyl, haben sich das angeguckt und alles und jetzt auf einmal ist da das russische Militär und für die Leute, die dort arbeiten, ist es halt auch tragisch, die dann unter dieser russischen Besatzung dort arbeiten, wenn man das so nennen kann, überhaupt noch. Also es ist völlig absurd, was da abgeht und noch zu den Sanktionen, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, dass manche Unternehmen sich da jetzt hinstellen und sagen, yo, wir machen hier Sanktionen, zum Beispiel auch Google hat ja auch gesagt, hier Sanktionen, was aber absurd ist, dass zum Beispiel Russia Today noch den kompletten Mailverkehr und das ist jetzt kein Staatsgeheimnis, weil, liebe ITler, sowas kann man rausfinden, über welchen Mailprovider eine Website, eine Domain, Mails verschickt und da ist einfach Google eingetragen. Die nutzen die Google Suite, um ihren Mist zu verbreiten, also wenn Google wirklich komplett konsequent wäre, dann müssten die auch sowas abdrehen, dass die dann nicht mehr an den Mail-Server kommen. Ist natürlich ein harter Schritt, verstehe ich, das ist heftig, aber wenn man konsequent sagen würde, wir machen hier Sanktionen, dann müsste man eigentlich auch den ganzen Google Cloud Kunden in Russland den Hahn abdrehen, was natürlich wieder zusätzlich heftigsten Druck ausrichtet. Naja, ein anderer Aspekt noch, vielleicht noch so, dass wir mal zum Ende kommen vom Thema, ist noch, das habe ich neulich gelesen, so als Denkanstoß, wie seht ihr die Gefahr, jetzt gibt es ja solche Hackergruppierungen wie Anonymous und so weiter, die ja jetzt auch gezielt gegen russische Unternehmen oder auch gegen Russland, gegen den Staat an sich, Hacks durchführen und da haben neulich IT-Sicherheitsleute gepostet, hey, bloß aufhören, weil ihr provoziert dadurch. Wie seht ihr das? Ist sowas, sagt ihr das legitim oder seht ihr auch die Gefahr, dass Putin da irgendwie noch zusätzlich getriggert werden könnte, dadurch, dass Anonymous, also westliche Hackerorganisationen, zum Beispiel russische Server angreifen oder halt eben auch russische Behördensysteme lahmlegen? Sehe ich schwierig. Hat er Tobak. Sehe ich schwierig, einfach, also für mich gibt es auch zwei Gründe für, A, da es zumindest, ich sage jetzt mal, der Erstschlag durch einen Hacker schwer zu beweisen ist, von wem er jetzt eigentlich auch kommt. Genau. Ob es jetzt eben halt eine Gruppierung wie Anonymous war oder ob da halt eben, keine Ahnung, der CIA oder irgendjemand dahinter sitzt. ukrainische Hacker gibt es ja auch. Oder ich würde gerade sagen, oder ukrainische Hacker, ähm, ja, ist schwierig, vor allem, ich glaube auch wenige, dass die Leute darauf hören. Also, du hast ja vor allem so Gruppen wie Anonymous und so weiter, die sowas ja auch aus Überzeugung machen. Also das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt einem Arzt ohne Grenzen oder was, der in die Ukraine geflogen ist oder nach Somalia oder was, sagt, verbietet zu helfen. Geht da nicht hin, weil du, keine Ahnung, in Russen zusammenflicken musst oder, ähm, du die Gefahr hättest, dass sich irgendwelche Taliban führen. Mhm. Ähm, ja, also natürlich ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Art, okay, wir wollen versuchen, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren. Ja. Weil es natürlich auch, ähm, ähm, den russischen Staat an die Grenzen treibt, weil, es ist halt so. Aber dann kann ich genauso gut, wenn ich das konsequent sagen will, müsste ich halt auch, äh, jeder Art, also, es geht halt nicht, bin ich der Meinung. Du, du kannst es halt so ein bisschen öffentlich hinstellen und sagen, ja, du, du machst es nicht. Es wird halt trotzdem passieren. Aber mehr als, als nein sagen, geht halt nicht. Die Leute sind ja, ähm, um dann auch mal ein David zu Wort kommen zu lassen, die Leute sind ja sehr ideologisch gefestigt, ne, auch wenn es für eine gute Sache ist, aber es ist halt schwierig, es lässt sich halt auch kaum kontrollieren oder, oder eindämmen oder halt kontrolliert durchführen, organisiert durchführen. Das ist halt, wenn man überhaupt noch von organisierten Hacks und so weiter reden kann, in so einer Cyber-War-Situation. Wir haben ja auf der einen Seite den Krieg, der irgendwo in der Ukraine oder in der ganzen Ukraine stattfindet und wir haben dann aber auch den Krieg, der halt wirtschaftlich ausgeführt wird und wir haben den Krieg, der im Netz, im Internet ausgeführt wird und, ähm, es gibt ja auch durchaus Cyber-Angriffe von der Ukraine nach Russland und umgekehrt passiert genau das Gleiche. Äh, und das ist halt, das macht die Sache halt schwierig und dann könnte natürlich Putin jederzeit sagen, jo, ihr habt jetzt die Grenze überschritten, ob das jetzt von russischen Hackern kam, selbst inszeniert war oder ob das von, von Anonymous oder von, äh, ukrainischen Cyber-Soldaten kommt, das kann ja niemand mehr nachvollziehen dann, der Angriff. Einmal, ähm, dazu auch noch vielleicht, äh, weil du gerade noch gemeint hast, auf verschiedenen Ebenen den Krieg, auch eine Sache, wo ich letztens mal aus, äh, aus Interesse drauf gestoßen bin, dass du zum Beispiel auch neuere, also höhere Facetten des Kriegs noch außerhalb vom Cyber-Space sagen kannst, zum Beispiel aus einer ideologischen Ebene, weil wir es eben über Russia Today hatten, eben auf ideologischer und Fehlinformationsebene, dass du eben nochmal da drüber, ach, den Krieg eben ausgetragen wird, also von daher. Richtig, also das ist ja, man muss ja, und deswegen ist auch so dieser Hass gegen russische Mitbürger völliger Blödsinn und so, was man da jetzt teilweise mitbekommt, also die Leute, die da jetzt auf irgendwelche russischen Mitbürger losgehen, die sind auch nicht gerade die Hellsten, weil die können nun mal gar nichts dafür, das ist genauso wie wenn jetzt, Gott bewahre, ne, wie wenn jetzt unser Bundeskanzler irgendwo in, in, in Österreich einmarschieren möchte auf einmal, äh, da können wir als kleine Bürger jetzt auch nicht wirklich großartig was machen, klar, es gibt dann langfristig vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, aber es ist jetzt nicht so greifbar, dass wir einfach mal sagen, ja, da rufe ich halt kurz mal einen Olaf an und sag mal, hier, das ist zwar nicht gut, was du machst, ne. Dazu, dazu musst du ja nochmal, äh, die Stufe weitergehen, das wäre ja dann auch wiederum so, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Niederlanden wohnen würde, ja, genau, ja, und, äh, keine Ahnung, Deutschland in, äh, in Österreich einmarschiert und dann plötzlich die Niederländer, äh, mir deswegen an die Wäsche wollen. Ja, nee, also das ist, äh, echt schwierig, und, ähm, ja, deswegen finde ich das halt sehr absurd. Naja, wir müssen langsam mal zu einem Punkt kommen, aber es, genau, aber es ist, ihr merkt schon, es ist sehr speziell und ich hoffe, dass wir mal, es ist halt schwierig jetzt hier, dass wir alle Facetten mal so ein bisschen abgegrast haben, wir haben es versucht, ähm, vielleicht noch von, von deiner Seite, David, äh, hast du noch irgendwas anzubringen zu dem Thema oder irgendwelche Sachen vielleicht, wo wir gar nicht dran gedacht haben, gerade in Bezug auf den, äh, Konflikt im Krieg. Jetzt setz mich doch nicht so unter Druck. Naja, du hast ja vorhin schon mal eine Sache noch in der Pre-Show oder Pre-Pre-Show erwähnt mit den, mit den Drohnenpilot. Das fand ich noch ganz interessant. Vielleicht, wenn du es nochmal, ähm, anbieten könntest. Äh, genau, äh, genau. Ich bin ja, ähm, hobbymäßig so FPV-Drohnen-technisch, also mit, mit Videobrille und so viel unterwegs und, ähm, in einem Forum, wo ich, äh, auch relativ aktiv bin, gibt es auch den einen oder anderen, ähm, oder jemand, der mit, ähm, großen, ich sag mal, das sind ja Schaumstoff- oder Styropor-Flugzeuge, die man in der Regel, der fliegt, die kosten ja nicht viel, ähm, der an der Grenze wohnt, hat sich die Dinge ausgestattet mit Kameras und fliegt dann damit, um auch so ein bisschen, sag ich mal, Luftaufklärung zu betreiben. Der Vorteil ist, die Dinger sind halt auch auf dem Radar quasi nicht sichtbar und, äh, ziemlich unauffällig und leise und auf einer bestimmten Flughöhe von, weiß ich nicht, 50 oder 80 Metern hörst du da gar nichts mehr und siehst die auch kaum noch. Und natürlich auch so eine, so eine Möglichkeit, das andere, was mir noch eingefallen ist, äh, hatte ich ja eben auch kurz angesprochen, ist, werden auch immer wieder Bilder gepostet von angeblichen russischen Kampfdrohnen, die irgendwo abgestürzt sind oder was auch immer, wo man dann aber sagen muss, wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann erkennt man auf Anhieb, dass das halt, äh, Zeugs aus dem Hobby-Bereich ist, also das ist irgendwie auch nicht so ganz klar. Bei solchen Sachen weißt du halt auch immer nie, von wem kommt's, ist es vielleicht echt nur irgendeiner, der sich sehr wichtig machen will im Internet oder nicht. Ähm, genau. Aber sonst, ja klar, habt ihr es meisterlich schon gesagt. Genau, nee, aber dass es durchaus passiert ist, man kriegt es immer mit, dass halt jetzt auch mit so zivilen Methoden, also DJI-Drohnen, jetzt, es gibt auch andere Drohnenhersteller, aber halt, um mal wirklich eine absolute Zivildrohne zu bezeichnen, zu benennen einfach mal, die eigentlich jeder kennt von uns, ähm, mit solchen Dingern wird halt jetzt auch, äh, dort operiert, unabhängig jetzt von dem ganzen militärischen Zeug, was da im Einsatz ist und... Wobei das ja auch nicht ganz ungefährlich ist, hatte ich dir letztens ein Video sogar geschickt, wo jemand tatsächlich mit so einer DJI-Drohne, ähm, auch geflogen ist, um wohl festzustellen, wo da Soldaten sind und, äh, ungefähr paar Sekunden später hatte ich, ich weiß nicht, was es war, also es war irgendein, ähm, boah, wie heißen die Dinger? Es ist kein Marschflugkörper, aber halt auf jeden Fall eine ferngesteutete, gelenkte, ähm, äh, Rakete ist auch immer als eben da eingeschlagen, wo er die Drohne dann gelandet hat. Ja gut, ich meine, man macht sich da ja auch ein bisschen, äh, transparent. Das gleiche Problem hast du ja auch mit Starlink. Ist zwar schön, dass Elon Musk jetzt nach, äh, in die Ukraine Starlink, ähm, Empfänger, Satellitenschüsseln geschickt hat, das Problem ist aber auch, die Dinger sind ja groß, die sind weiß, die kann man sehen, Funk kann man orten, kann man sehen, wo ist da, äh, reger Funkkontakt und, äh, dann ist natürlich das Problem, wenn ich mir das zu nah dahin stelle, wo ich jetzt irgendwie in einem Bunker sitze, äh, dann kann es halt sein, dass genau dann da irgendwie eine Rakete einschlägt. Du musst, du musst ja auch dazu das sagen, aber halt damit vor allem mit dem Drohnenpiloten, äh, dass du da eventuell halt eben bei Zivilisten Militärarbeit machen lässt und es ist ja auch wiederum eine, also eine, eine Unterschied, ob ich jetzt dafür ausgebildet wurde und ob ich das Ganze halt eben, ich sage jetzt mal, als meine Bürgerpflicht, so blöd es klingt, tue. Ja. Ja, das muss man nochmal bedenken. Ansonsten glaube ich, wir haben das ganze Thema sehr weitläufig ein bisschen versucht einzudämmen oder einzugrenzen, euch zu erklären, äh, auch mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, also insbesondere halt, was betrifft mich halt im Moment sehr viel, als jemand, der zu 99 Prozent im IT-Sicherheitssektor unterwegs ist, ähm, äh, und, ähm, wenn da neue Entwicklungen da sind, werden wir euch in den nächsten Folgen auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und, äh, vielleicht gibt es auch Themen, die wir nochmal besprechen sollten, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und wie gesagt, die, äh, Hilfsorganisation oder das Hilfsprojekt, äh, äh, kann ich nur nochmal verlinken und empfehlen, da könnt ihr dann sicher an diese Hilfsorganisation Geld spenden und wir unterstützen das Ganze. So, was wir aber nicht unterstützen, um jetzt mal wieder nach Deutschland zu kommen, ist eine Entscheidung, die die Bundesnetzagentur gefällt hat und die meinen ja regelmäßig, äh, einschätzen zu können, welches Internet für uns gut ist und, äh, jetzt haben sie mal wieder den Vogel abgeschossen. Na, die Bundesnetzagentur, man kann immer nur sagen, Freund oder Feind, das ist immer die Frage bei denen. Ja. Um mal deine Referenz zu. Auch als Punker. Ja, ja, das stimmt. Ja, die Bundesnetzagentur hat, ähm, einen Entwurf für ein neues, äh, für eine neue Verordnung gemacht, die nennt sich abgekürzt TKMV-E, ausgesprochen Telekommunikations- Mindestanforderungsverordnung. Also, da werden wir dann auch schon wieder in der Hitlist der längsten deutschen Wörter im Duden, könnte man schon fast sagen. Ja, und in der, ähm, haben sie, oder kann man lesen, ich lese das mal wörtlich vor, Anforderungen an den Internetzugangsdienst als Anforderungen an den Internetzugangsdienst einschließlich des hierfür erforderlichen Anschlusses werden festgelegt, werden festgelegt, erstens für die Bandbreite im Download mindestens 10 Megabit pro Sekunde, b, im Upload mindestens 1,3 Megabit pro Sekunde, zweitens, Latenz, die halbierte Laufzeit des Signals für Hirnrückstrecke, bla, 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 höchstens 150 Millisekunden. So, damit holst du halt erstens niemanden mehr hinter dem Zaun oder den Ofen hervor, zweitens ist das absolut unbrauchbar, also tut mir leid, aber versuch mal heute mit 10 Mbit und 150 Millisekunden irgendwas zu machen, aber die Bundesnetzagentur ist der Meinung, das passt so und das reicht, weil sie definieren das als, ähm, warte, wo habe ich es gehabt, äh, sie definieren das als ein Internetzugang, der diese Anforderungen erfüllt, ermöglicht nach dem heute veröffentlichten Gutachten die Nutzung aller für die Grundversorgung wesentlichen Internetdienste. Ja, also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand mit 100 Millisekunden gamet, äh, der ist, also das ist halt dann wirklich, wer zuletzt spricht, hat den schlechtesten Ping, das ist halt wirklich absurd einfach mit 100 Millisekunden dann zu arbeiten, aber das sieht man auch in welchen Gedankenwelten diese Leute da in dieser Agentur, die ja eigentlich eine Behörde ist, ein Amt im Prinzip, da sitzen Leute im Amt, die machen da irgendwas, in welchen Gedankenwelten die da unterwegs sind, das ist schon absurd. Das Beste war noch, weil es ja eben hieß, was ich gerade gesagt habe, es geht ja um Grundversorgung, die Bundesnetzagentur spricht in dem Zusammenhang ausdrücklich von Mindestanforderungen an der Internetzugang, immerhin nicht Höchstanforderungen, und sie betiteln das als alle relevanten Online-Dienste und damit meinen sie alle wesentlichen Internetdienste, Teleheimarbeit und Videostreaming. Ich weiß nicht, was die rauchen, aber ich brauche das Zeug auch. Also wenn du mir zeigst, wie du mit 1,3 Mbit Upload Videostreamer betreibst, irgendwie in der Teleheimarbeit, dann kriegst du echt, also, ja klar, irgendwie funktioniert das schon. 128p, wie du früher YouTube geguckt hast. Genau. Also ich meine, allein schon, wenn du dir mal eine Videokonferenz, ich meine, das was wir hier haben, das ist sowieso ein bisschen gepimpt, da geht ein bisschen mehr rüber. Das ist eh Voodoo. Das ist absoluter Voodoo. Aber wenn dir jetzt so ein normales, was weiß ich, ein MS Teams oder ein Zoom Meeting oder ein Cisco WebEx oder so, das braucht ihr allein schon für das Videosignal, so 6, 7 Mbit, damit es einigermaßen in der anspruchsvollen Qualität rüberkommt oder in der anspruchslosen, besser gesagt. Und alles, was besser aussehen soll und besser klingen soll, braucht ihr schon mal mehr. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Leuten, die in ländlichen Gebieten Homeoffice machen wollen, also mindestens sollte man schon einen Upload von 10 Mbit oder so mitbringen, damit es vernünftig läuft. Besser natürlich mehr. Und der Upload ist ja oft das Problem und nicht der Download. Ich meine, mit 10 Mbit Download kann man vielleicht gerade so Homeoffice machen, aber wenn du halt nur dann, was weiß ich, 100 Kilobit upstream hast, dann viel Spaß. Also dann wird es schon echt ziemlich schwierig. Einer fragt sich echt, wie die auf solche Zahlen kommen. Und noch Hinweis dazu ist dann, für was es für eigentlich für uns bedeutet. Also alle, die schlechtere Internetgeschwindigkeiten haben, dürfen sich dann an die Bundesnetzagentur wenden und die kümmern sich dann um die Problemlösung. Und das Schlimme ist ja, es wird Leute geben, die da wirklich betroffen sind in Deutschland. Das ist eigentlich der schlimmste Teil davon, ja. Das ist ja das Absurde, dass wir halt wirklich Leute haben, die teilweise noch mit, was weiß ich, mit zwei Mbit auskommen müssen oder so, weil halt einfach die Leitungen so schlecht sind und das kann es ja echt nicht sein. Aber da sieht man mal, das sollte euch mal einen Einblick geben, was hier, was da abgeht, wie diese Leute denken. Ja, was auch interessant ist, wir hatten vor einigen Monaten mal über Paypal gesprochen, dass da Paypal gerne mal Konten einfach einfriert und Geld behält. Das Ganze ist jetzt auch in den USA vor Gericht gegangen. Da ging es konkret darum, dass ja Paypal 180 Tage lang Gelder einbehalten hat und da ist wohl jetzt so die Anklage, dass es unrechtmäßig ist und dass sie wohl gegen ein US-Gesetz verstoßen haben. Und da geht es wohl auch um das Eindämmen organisierter Kriminalität und so weiter. Paypal verweist wie so oft auf die Nutzungsbedingungen und wirft halt vor, dass die Betreiber da irgendwie gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen haben. Und da geht es im konkreten Fall zum Beispiel um 250.000 US-Dollar, die da einfach mal einbehalten wurden. Und da geht es zum Beispiel um irgendwelche Hautstifte zur Hautglättung und so weiter. Also ein Online-Shop im Prinzip. Und das habe ich ja auch mitbekommen, um jetzt nochmal aufs letzte Jahr zu kommen. Da war ja auch diese Flut im Ahrtal, haben schon wieder alle vergessen wahrscheinlich. Und da gab es auch einen Winzer, der dann eben Flutwein über Ebay auch mitverkauft hat und Paypal natürlich als Payment-Anbieter oder über den Online-Shop, der das Geld dringend gebraucht hat. Aber irgendwann hat Paypal den Laden oder das Konto nicht gemacht und somit auch den Laden, weil halt 99% der Payment-Geschichten über Paypal gingen und die kamen nicht ans Geld ran und hätten es dringend gebraucht natürlich und konnten sich das Geld nicht ausbezahlen lassen. Und das waren einige Tausend Euro, die da eingenommen worden sind. Und das hat man ja auch, wenn es zum Beispiel um Spenden geht, da gab es einige Leute, die Spendenkonten auf Paypal aufgemacht haben. Und Paypal hat immer so, ah, das ist irgendwie sehr shady, du kriegst auf einmal so viel Geld. Da sind auch YouTuber betroffen gewesen. Und wir frieren mal lieber dein Konto ein, da passt irgendwas nicht so. Und wenn es halt 180 Tage passiert, dann ist das für ein Unternehmen halt teilweise wirklich geschäftsbedrohlich, gerade wenn ich einen Online-Shop oder irgendwas habe, dann kann es das ja echt nicht sein. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier, ich hatte mit Paypal das noch als kurze Anekdote auch schon eine sehr merkwürdige Begegnung. Die hatten unser Konto auch irgendwann mal gesperrt. Wir hatten eine Bezahlung von einem Kunden erhalten, der hat was Größeres bezahlt bei uns, einige Rechnungen zusammengefasst in einer Position, auch über Paypal. Und auf einmal, irgendwann war das Konto gesperrt. Und der Gag war, das Ganze freizuschalten ging, indem ich mir als Geschäftsführer, von meinem Geschäftsführer, also von mir selbst, eine Vollmacht ausgestellt habe. Und diese Vollmacht von mir selbst, für meinen Mitarbeiter, der ich selber bin, unterschrieben habe und das wiederum an Paypal geschickt habe. Und dann haben die unser Konto wieder freigemacht. Also absurder geht es gar nicht, aber das hat funktioniert. Und da sieht man mal, dass Paypal da irgendwie aus meiner Sicht auch so ein bisschen seine Marktmacht ausnutzt. Und bei uns die Begründung, also es gab eigentlich null Gründe, warum dieses Konto eingefroren hätte werden müssen, weil es war eine ganz normale Bezahlung. Da wurden Rechnungsnummern angegeben. Ich hätte Paypal theoretisch sogar die Rechnungen zeigen können, was natürlich dann wieder schwierig ist, weil ich dann wieder gegen den Datenschutz bei meinem Kunden verstoße, indem ich in einem dritten wiederum, also Paypal, die Rechnungen zeigen würde. Aber ich hätte ihnen beweisen können oder den Behörden beweisen können, dass es einfach rechtmäßige Bezahlung von Artikeln oder von Dienstleistungen war. Also völlig absurd. Und ich finde es gut, dass es jetzt vor Gericht geht. Es gibt natürlich noch kein Ergebnis, aber da bin ich immer sehr gespannt, was da dabei rumkommt, weil irgendwie habe ich so das Gefühl und ich höre das immer wieder, dass es hier und da mal auftritt, dieses Problem, dass es halt einfach ein grundlegendes Problem innerhalb von Paypal ist und das muss halt echt mal angegangen werden, weil das geht nicht. So. Und was geht, ist zum Beispiel Starlink. Und was Starlink in der Ukraine macht, erzähle ich jetzt mal noch der Tobi. Genau. Also wir hatten es ja vorhin schon drüber, dass Starlink auch von Elon Musk an die Ukraine freigeschalten beziehungsweise weitergegeben wurde und zwar eben auch zu Krieg, hier eben auch zu Kriegszwecken genutzt wird, also nicht nur um zivile Infrastruktur aufrechtzuerhalten, zum Beispiel wird da Drohnensteuerung drüber koordiniert und Datenauswertung, also auch hauptsächlich Datendrohnenauswertung, eben durch Daten, die von diesen Drohnen kommen. Ja, was gibt es da noch viel drüber zu sagen. Ich habe letztens den Bericht, gebe ich dem Steffen nachher nochmal mit, auf heiße auch nochmal gefunden, die Killcloud, in dem eigentlich nochmal ganz gut beschrieben wird oder zumindest ein Teil davon nochmal ein bisschen erläutert wird, was nun moderne Kampfdrohnen eben mit Cloud Computing und eben dem Zugang zum Internet zu tun hat und das denkt man vielleicht gar nicht erst, man denkt vielleicht immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen Call of Duty mäßig, ich habe jetzt eine Drohne, die halt über irgendeinen Container mit einer Satellitenschüssel drauf irgendwo hingeflogen wird, um da halt einen Panzerzug zu vernichten, aber da ist im Hintergrund noch ein ganzer, ganzer Haufen Datenverarbeitung von eben Daten, die in die Cloud hochsteigen werden, dann dort verarbeitet und eben wieder zurück an die Dienststelle zurückgebracht werden. Also da ist schon ein bisschen mehr dahinter, als eben, ich sage jetzt mal, die ferngesteuerte Drohne an sich. Ja, von ferngesteuerten Drohnen in der Ukraine und im Kriegsgebiet kommen wir jetzt mal nach Deutschland. Bei uns gibt es ja auch schon so das ein oder andere, was eben bei uns ferngesteuert unterwegs ist und rumläuft. Vielleicht könnt euch irgendwann auch mal so ein Polizeiroboter über den Weg laufen. Die Dinger sehen sehr futuristisch und interessant aus. Es wird noch spannend, in welchen Bereichen das jetzt eingesetzt wird. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie benutzt wird, damit da dieser Roboterstreife läuft oder so. Aber wo der jetzt im Einsatz war, das war in Essen, da war ja dieses verheerende Wohnhausbrand, wo diese ganzen Wohnblöcke da abgefackelt sind. Und da war der dann zur Beweissicherung im Gebäude unterwegs, damit eben kein Beamter sich da in Gefahr begeben muss, weil das Gebäude ja einsturzgefährdet war. Und dann haben eben diese 360-Grad-Kameras und Systeme haben eben jeden Raum da mal aufgenommen und man kann sich das dann eben anschauen. Und das ist natürlich eine feine Sache. Das wird noch interessant, wie dieser Roboter in den nächsten Jahren eingesetzt wird. Was auch interessant ist, dass da ein Hersteller mal getextet hat, naja, niemand braucht den so wirklich, diesen Roboterhund. Aber viele, wenn sie den dann halt mal getestet haben, wollen sie ihn dann doch haben. Das ist halt, du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Oder du haben es besser als brauchen. Also du weißt gar nicht, welchen Satz man da noch besser anführen kann. Das ist halt auch der Fall. Also es gibt sicherlich noch Bereiche, wo man jetzt, das ist ja wie mit den Drohnen, die sind ja dann auch immer mehr auch in so das Ermittlungs, in den kleineren Ermittlungsbereich gekommen. Oder auch zur Feuerwehr. Also vor zehn Jahren hatte noch niemand drüber nachgedacht, bei einer freiwilligen Feuerwehr eine Drohne zu haben. Mittlerweile ist es, ich will sagen Standard, aber viele haben es halt einfach mittlerweile. Und ich denke halt auch, dass dieser Roboter da unsere Polizei in den nächsten Jahren sicherlich unterstützen kann. Und es wird noch interessant werden, wie uns da eben diese Robotertechnik in Zukunft da eben Arbeiten erleichtert. und war neulich auch interessant bei Stern TV, war eben auch der Einsatzleiter damals von Essen, der war da eben zu Gast und hat diesen Roboter auch mal im Studio ein bisschen gezeigt. Und ja, ist nicht uninteressant, definitiv. Gut, ja, damit solche Bilder übertragen werden können oder Daten übertragen werden können, benutzen wir ja alle Netzwerk-Hardware. Ob das jetzt ein Switch ist, ein Router ist, ein Firewall. Und da gibt es ja einen Hersteller, der ist bekannt für relativ, ja, ich sag mal, gute WLAN-Lösungen. Der hat auch recht krasses Equipment am Start mit Richtfunk, Technik und so weiter. Nennt sich Ubiquity. Und der schießt jetzt scheinbar gegen Brian Krabs. Der ist ja bekannt in der IT-Sicherheitsszene. Was ist denn da eigentlich los? Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche es runterzubrechen. Es gab einen Sicherheitsvorfall im Januar 2021 in Cloud-Systeme von einem bis dato ungenannten Anbieter, wo angeblich Zugriff auf Kundenpasswörter von Ubiquity-Kunden-Konten bestand. Und das Unternehmen hat dann aber auch gesagt, ja, es gibt keine Belege für Zugriffe. Sie können es aber nicht ausschließen, haben sie in ihre Kunden geschrieben. Daher empfehlen sie, Passwort zu wechseln und zwei Faktoren einzuschalten. So, dann ist Ende März 2021 ist Krabs von einem Whistleblower, also einem wohl angeblichen, ich weiß nicht, ob es Sicherheitsexperten oder ehemaligen Sicherheitsexperten von Ubiquity kontaktiert worden, der unter anderem wohl auch mit der Bekämpfung von diesem Fall oder mit der Bearbeitung von dem Fall zu tun hatte. Und der hat in einem, ja, wie sie jetzt rausstellt, eher fraglichen Online-Artikel eben erläutert, dass er Bedenken gegenüber der firmeninternen Whistleblower-Hotline sowie auch dem EU-Datenschutzbeauftragten geäußert hat und meinte, es wäre deutlich schlimmer gewesen, dieser Vorfall, als man den Kunden das gespiegelt hätte. Der Einbruch wäre massiv gewesen und Kundendaten waren in Gefahr, also Zugriff auf Kunden in Unternehmen und Heimnetzen und auch Geräte eben. Und hat das Ganze eben dargestellt, dass Ubiquity einfach das Ganze ich sag mal, unter den Teppich kehren will. Nachdem Ubiquity aber nicht protokolliert hat, wie quasi oder ob auf die Daten zugegriffen wurde und es auch nicht so ganz klar war, hat der Brian Krebs unter anderem dazu auch, ich sag mal, was veröffentlicht oder Artikel eben geschrieben. Und sie werfen ihm jetzt eben vor, dass er dort nicht ganz sauber gearbeitet hat beziehungsweise, dass er dort eine falsche Berichterstattung gemacht hat, die dem Unternehmen schadet. Und es ist jetzt so, also ich fasse jetzt dann den Rest zusammen, weil es wirklich noch sehr viele Zwischenschritte gibt dazu, die aber eigentlich nicht so relevant sind. Am Ende geht es eben darum, sie fordern 75.000 Dollar Schadensersatz sowie nochmal 350.000 Dollar Schadensersatz als Strafe für Krebs. Und das ganze Problem bei der Geschichte ist, das ist wieder amerikanisches Recht, das ist ja sehr speziell, das ist eine sogenannte SLAB-Anklage, also Strategic Lawsuit Against Public Participation, sind im Prinzip Klagen, die, ich sag mal, das Recht missbrauchen, um Kritiker einzuschüchtern und ihre Meinung oder Kritik aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Also das Problem ist halt jetzt in dem Fall, da wird jemand, der Sicherheitsexperte ist, der vielleicht, natürlich kann auch sein, dass er einen Fehler gemacht hat, vielleicht aber auch nicht im Prinzip angeklagt, dafür, dass er seine Arbeit macht, wo auch Fehler passieren können. Und man möchte halt eben so versuchen, diese Meinung, sag ich mal, diese Informationen aus dem Netz zu bekommen. Und deswegen ist auch rein zufällig die Anklageerhebung im Staat Virginia erfolgt, da gibt es nämlich keine Anti-SLAB-Gesetze, also keine Gesetze gegen solche Anklagen. Und zudem ist auch noch ein Punkt von dieser Anklagemethode, sag ich mal, dass eben auch so ein Thema Quellenschutz geht, also dass Subiquity möchte, dass wohl dieser Whistleblower nicht genannt wird. Und ja, ist ein sehr komplizierter Fall auf jeden Fall. Ja, klingt auch sehr kompliziert und unter Umständen halt auch sehr folgenreich für Brian Krabs. Und es ist ja nicht irgendein Security-Experte, der noch nie irgendwas aufgedeckt hat oder noch nie irgendwo was bewirkt hat. Also der ist schon in der Szene einfach bekannt und hat auch seinen eigenen Blog. Und das ist auch schon mehrfach angegriffen worden, natürlich, hat auch mit DDoS-Angriffen sehr große Probleme gehabt. Irgendwann hat, ich glaube, Google war es dem dann unter die Arme gegriffen und hat da ein bisschen geholfen, weil sonst seine Seite überhaupt nicht mehr hochgekommen wäre. Und naja, es bleibt spannend. Also es ist ja aktuell noch alles offen. Ist halt immer schade, wenn Unternehmen dann, ich meine, Ubiquiti hat für mich persönlich jetzt keinen so schlechten Ruf, aber dann sich halt sowas wieder bei seinen Kunden zu verbaseln mit solchen Aktionen ist halt schon irgendwie, stattdessen, dass man sagt, jo, wir hatten da ein Problem, wir tun alles dafür, wir sichern das ganze Zeug ab, wird jetzt Geld anstatt in Security-Maßnahmen in so ein Verfahren geballert, finde ich schon irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann keine Loks zu haben als Netzwerkfirma ist halt auch schwierig. Zum Glück stellen sie keine Firewalls her. Oh, ja, scheiße. Stellen Firewalls her. Was auch noch so ein Punkt war, warum sie sich eigentlich auch wohl dazu entschieden haben, ist halt auch, sie werfen mir nicht nur vor, also dass er vielleicht da was Falsches publiziert hat, sondern dass er eben absichtlich Faktenübergang hätte, dass Kunden und auch das SEC quasi benachrichtigt hätte über Einbruch- und Lösegeldforderungen, weil sie ihm unterstellen, dass er so mehr Werbeeinnahmen durch Traffic auf seine Webseite generieren könnte. Und das ist halt auch noch so eine Sache, wo man dann sagt, sie werfen ihm halt vor, er hätte das absichtlich gemacht und würde seine Leser absichtlich in die Irre führen wollen und dem Unternehmen zu schaden. Und damit könnte er ja noch mehr Klicks bekommen, weil klar, wenn so ein Unternehmen in der Presse steht und dann vielleicht nicht positiv, dann generierst du damit natürlich Traffic. Aber jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, wenn, haben wir jetzt auch bei unserer Sendung jedes Mal, also wenn wir jetzt wirklich nach Klicks gehen würden, wir hätten nie Probleme. Wir haben jede Woche IT-Sicherheitsthemen en masse, die wir reinbringen können. Also dieses Argument zieht bei mir jetzt nicht so ganz, aber okay, kann man natürlich behaupten. Aber es gibt ständig irgendwelche Data Breaches und Zeugs. Also und gerade der IT-Sicherheitsblock von ihm, der hatte glaube ich das sowieso nicht nötig. Aber wir werden es dann sehen, wie das Gericht das Ganze sieht und ist schon eine heftige Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, so mit Kritik umzugehen oder man hatte jetzt, ich habe die ganzen Sachen ja damals auch verfolgt. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt um eine Rufmordkampagne geht gegen diesen Hersteller und der ja nebenbei gesagt auch wirklich keine schlechten Produkte herstellt. Aber vielleicht sollten sie halt in Sachen IT-Sicherheit nochmal ein wenig genauer hinschauen. Gut, ja, wo man vielleicht genauer hinschauen sollte oder die Hersteller ist, bei dem Hunderter-Problem, was jetzt befürchtet wird bei gewissen Browsern, das könnte auftauchen. Genau. Es geht hier um das Hunderter-Problem. Es ist im Grunde dieselbe Idee dahinter wie der Y2K-Bug. Also, dass bei der Umstellung der Version oder in dem Fall in der Version, nicht beim Jahr, die Brows ein bisschen spinnen können. Also, in Zukunft, ich sehe es hier gerade, Google hat geplant, den Chrome am 29. März auszurollen in der Version 100. Ja, ist ja schon passiert, dann mehr oder weniger. Das ist mehr oder weniger schon passiert. Und es wurde davor gewandt, dass es Probleme geben könnte, dass eben diese dritte Stelle in der Versionsnummer so ein bisschen Schluck aufgeben könnte, weil es wohl auch schon bei der zweistelligen Verschiebung dazu kam. Ja, sind wir mal gespannt. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil du sagst es ja, du hast es normalerweise eher beim Datum oder so, wenn sowas dann auf ein sehr skurriles Datum umspringt oder irgendwelche Datentypen das nicht mehr adressieren können, was ja im 2000 der Fall war, dann kannst du da lustige Effekte geben. Mir fällt ja gerade ein, das hat ja auch nichts, also die Bytes und so weiter das sind ja auch drüber. Ja, bei Firefox war das ja auch ein Thema bei der Browser-Kennung, also dass da Probleme auftauchen können, weil das wird ja auch bald dreistellig oder ist es schon, also ist sowieso sehr... Nee, Firefox 3. Mai, er doch auch. Ja, also Firefox ist ja auch, genau, ich habe jetzt hier 98 bei mir auf dem Rechner, also ist auch absurd, wenn du überlegst, früher hattest du 3.2.68 oder so und jetzt auf einmal sind wir in solchen Versionsnummern, das ist schon irgendwie krass, aber gut, dafür haben sie sich entschieden. Das ist halt jetzt diese Versionspolitik, die ja auch sehr umstritten war bisher. Naja, was auch sehr umstritten ist, aber da kommt ja David noch dazu, wie man jetzt von dem Thema Hunderter-Problem auf das Thema Finanzen kommt, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, nachdem der Tobi es gerade so schön erwähnt hat, kommen wir von spinnenden Browsern zu anderen Dingen, die spinnen können und zwar zu den CD-ROMs. Oh Gott. Da ist mir eben so auf der Zug gelegen. Ja, wenn du eine CD-ROM im Briefkasten liegen hast, dann ist das die Digitalstrategie der Sparkasse, so ganz plakativ gesagt. Und ja, das ist kein schlechter April-Scherz, auch wenn wir heute am 1. April aufnehmen. Scheiße. Das ist tatsächlich so, dass momentan Sparkassen und einige andere Banken ihre Kunden und Kundinnen um aktive Zustimmung für die AGBs eben beten und das machen sie halt zeitgemäß mit CD-ROMs, weil so kann man ja den Papiermüll, sag ich mal, verringern und CD-ROMs sind ja dann doch auf jeden Fall Plastikmüll. Genau. Ist ja eine super Sache und das Absurdeste ist sogar, ich habe das sogar selber erlebt, zwar bei einer anderen Bank, aber die haben ja auch, da ging es um Vermögenswüchsleistungen an Anlagergedöns, da haben sie mir dann ihr Portfolio auch auf CD zugeschickt, aber nicht nur auf irgendeiner CD, sondern auf einer Mini-CD. Das war bei der Sparkasse Hannover auch so, ja. Genau, wo du dann sagst, okay, CD ist die eine Sache, aber eine Mini-CD, die kann ja fast gar kein Gerät mehr lesen heutzutage, die meisten, also ich habe noch nicht mein CD-Laufwerk mehr da. Und ja, das ist wohl das neue Go-To in Sachen Digitalisierung bei manchen Banken. Also allein schon auf die Idee zu kommen, also so viele Leute haben mittlerweile, wie du sagst, nicht mal mehr ein CD-ROM-Laufwerk und modernste Notebooks und so, die haben das gar nicht mehr. Ich brauche für mein Notebook mittlerweile ein externes Laufwerk, wenn ich mal in zehn Jahren mal wieder eine DVD oder CD anfasse, also völlig absurd und jetzt auf die Idee zu kommen, jo, das kriegt man, das sieht man auch mal wieder, in welchen Welten diese Leute da unterwegs sind. Vor allem diese Mini-CDs, die müssen ja auch erst mal gebrannt werden oder gepresst werden. Also das Presswerk wird sich auch gedacht haben. Also das war sicherlich auch nicht billig. Ich meine, das zahlt sich auch mit. Das Presswerk wird sich wahrscheinlich gedacht haben, ey, hey, Herr Werner, schau mal, wir haben noch hinten im Lager so eine Spindel mit alten. Mit alten, mit alten Mini-CDs. Ja, genau, die müssen wir. Die haben wir doch noch. Die können wir da, wahrscheinlich hat er auch einen Sales-Typ von dem Presswerk, hat er noch gemeint, das ist doch eine super Marketing-Idee, dann nehmen wir diese Mini-CDs und das sieht optisch auch nochmal anders aus und so weiter und ja, völlig absurd. Da kann man ja sagen, es ist ja weniger Plastikmüll, bei Mini-CD. Ja, man muss sozusagen, dass in dem Fall die betroffene Bank oder Sparkasse Hannover hat sich dann dazu, was Hannover oder Hamburg? Hannover war es ja. Hannover, genau, haben sich dazu dann tatsächlich auch gemeldet, gemeint, dass man natürlich selbstverständlich auch smarte Online-Zustimmungsprozesse anbietet über Online-Banking, Banking-App, QR-Code oder Link, aber dann frage ich mich tatsächlich, wenn man diese vier Möglichkeiten hat, warum man dann echt noch eine CD an seine Kunden rausschickt, alleine die Porto-Gebühren plus Pressen plus den ganzen Scheiß haben doch bestimmt nicht so viel Geld gekostet, also das kannst du dir nicht vorstellen. Du kommst dir wahrscheinlich dann nachher noch ein gewisses Gewicht, dass du das gar nicht mal als Standardbrief weggefasst hast. Und dann wird die nachher noch geknickt und dann sagt Tante Erna, geil, jetzt habe ich eine CD, aber die ist kaputt. Genau. Ja, und was halt auch, also das hat ja so den Flair von diesen AOL-CDs und so, das war ja auch absurd, das kennen wir auch. Der Smart-Surfer. Keiner mehr, genau. Oder T-Online hat er früher auch mal solche CDs mit rausgeschickt. AOL-CDs, wenn du eine Vogelschaltige braucht hast. Genau. Oder irgendwas, ich habe im Büro, habe ich meine Kaffeebecher auf alten CDs drauf. Das ist auch sowas als Untersetzer praktisch. Ja, ist völlig absurd. Naja gut, aber das muss man auch mal als Schmankerl noch, neben den ganzen ernsten und traurigen Themen, wobei das auch so ein bisschen schwierig, aber kann man darüber wenigstens noch lachen. Und ja. In der letzten Folge habt ihr bereits einiges zum Thema Telekom. Da hatte ich ja über meine Wechselerfahrung gesprochen. Da gibt es noch ein Update, aber das beim nächsten Mal. Und Tobi hat sich jetzt mal angeguckt, was passieren kann, wenn ein SSL-Zertifikat abläuft und zwar bei der Telekom. Man meint ja, so eine Firma hat da Mechanismen, dass sowas eben nicht passieren kann. Ja, denkst du? Da ist der Telekom ein ganz, ganz peinlicher Fehler unterlaufen. Und zwar ist am 31.3. ihr SSL-Zertifikat für ihren Mailswerfer ausgelaufen. Heißt? Also T-Online. Also auf den T-Online-Mailswerfer. Also nicht irgendwie ein kleiner interner, also schon eine Hausnummer. Und ja, was heißt das? Du kommst halt immer auf den Mailswerfer drauf. Also zumindest nicht per, was war es? IMAP und POP3. Also halt mit allen automatisierten Verfahren. Ja. Ja, wurde dann, so wie ich das hier lese, auch relativ schnell behoben, als man das dann mal gemerkt hatte. Also auch relativ schnell, weil ja nichts mehr ging. Ja. Ja, aber, also ich glaube, derjenige oder diejenige, die dafür verantwortlich waren, ja, das war eine sehr unschöne Kaffeepause, die dann der Chef da wahrscheinlich unterbrochen hat. Unterbrochen hat. Ja. Ja, bei sowas, ich meine, man schmunzelt immer drüber. Also ich meine, bei so großen Unternehmen fragst du dich halt schon, wie kann das sein, dass sowas nicht bemerkt wird, dass ein Zertifikat abläuft. Also ich meine, mir ist das auch schon das eine oder andere Mal passiert, aber das waren dann eher unwichtige Systeme oder also bei so Systemen, die wir jetzt zum Beispiel bei Kurs of Review Services anbieten, da ist es bei uns im Asset Management. Das heißt, ein Zertifikat ist ein Asset und das Asset läuft irgendwann ab. Das heißt, wir kriegen Benachrichtigungen und so weiter und so fort. Das heißt also, für die Systeme, die wir für uns die Kunden shared bereitstellen, da fällt sowas sofort auf, wenn ein Zertifikat abläuft oder von unserer Seite. Und in vielen Systemen haben wir mittlerweile auch automatisierte Verfahren, die Zertifikate automatisiert erneuern, implementiert. Und deswegen stelle ich mir halt schon die Frage, wie kann das bei so einem Großkonzern passieren, dass da mal die Zertifikate ablaufen. Aber, kommt auch dazu, ich sehe das immer wieder in freier Wildbahn, das passiert auch ganz, ganz großen Online-Shops, dass dann auf einmal nichts mehr geht, weil die Zertifikate abgelaufen sind und die Leute dann halt gerade Nicht-ITler sind da völlig hilflos, dann, ja, wie gehe ich denn damit um? Da kommt jetzt eine Meldung und so, die kann man natürlich wegklicken, sicher ist natürlich was anderes dann, aber, ja, das ist schon manchmal ein bisschen, ein bisschen skurril, wie auch in dem Fall jetzt. Naja, von einer Skurrilität zur anderen, Drachenlord-Urteil, wir wollen noch mal kurz drüber reden, wir hatten ja schon ausführlichst in mehreren Folgen über den, über den Drachenlord geredet, über diesen umstrittenen YouTuber und da war ja jetzt das Berufungsverfahren vor Gericht in Nürnberg und ich meine, Skurril, er hätte es ja kaum laufen können, zum einen, weil solche YouTuber wie Adlersson vor Ort waren, die halt, ja, also sorry, tut mir leid für Leute, die den vielleicht feiern, aber das ist halt sehr, also ich sage es mal frei raus, das ist ein Assi, ne, also der ist da vor der Kamera, der macht keine, ja, keine Anstalten, da nur ansatzweise seriös rüber zu kommen oder irgendwie, ja, gute Manieren und so, ganz schwierig bei dem Typen, der hat sich da mit rangehängt, zum einen, zum anderen war natürlich jede Menge Hater vor Ort, klar, logisch, und was noch dazu kommt, der eine Zeuge, der wurde dann auch noch persönlich von Adlersson mit Schnaps voll gefüllt, beziehungsweise hat ihn animiert dazu, dass er sich da eben die, die Hucke voll kippt, ergo dieser, ich sage mal, Kronzeuge, der eigentlich, ähm, den Drachenlord beschuldigen sollte, das war der, der angeblich eine, oder der eine Taschenlampe auf die Stirn bekommen hat, wie auch immer, der war halt dann null glaubwürdig, nachdem er sich da, ich weiß nicht, 1,7 Promille oder irgendwas und rumgepöbelt hat vor Gericht, das muss man sich mal geben, der ist dann mit der Polizei, von der Polizei abgeführt worden und ist dann in die Acht gelegt worden erst mal und das ist halt was, wo man sagen muss, ganz ehrlich, also, dass da der Richter dann sagt, jo, also dieser Zeuge, der da eben, der ist absolut unglaubwürdig, äh, das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, ähm, ich find's ja, ich mein, ich bin da völlig, was, was das angeht, völlig neutral, weil ich seh halt auch auf der anderen Seite halt eben, einen Rainer Winkler, der auf allen Seiten provoziert und, ähm, der halt auch schwierig ist, also, die Seite seh ich ja auch, aber ich seh halt auch, dass die Hater, dass halt viele von denen absolut Panne sind im Kopf, dass es halt schon teilweise, äh, sehr verrückt ist und diese Argumentation, naja, äh, wenn der aufhören würde mit Videos, dann würden wir ja auch aufhören, ist halt auch so ein bisschen völlig bekloppt und, ähm, ja, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Rainer Winkler definitiv ein Problem hat und ich hab da auch schon Videos gesehen, wo halt ihn Psychologen auch so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ähm, diagnostizieren, aber auch dann vor Gericht wurde ja auch so eine, ja, wie sagt man, so eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit oder wie nennt man das, also wenn Leute halt nicht so die Hellsten sind, also wenn es halt wirklich nachgewiesen ist, ähm, dass er halt nicht so der Hellste ist und das macht die Sache halt irgendwie völlig absurd, also ich hab dieses Verfahren, ich hab's halt ein bisschen medial wurde es natürlich wahnsinnig ausgeschlachtet und ich hab das halt auch ein bisschen auf Twitter und so verfolgt und in den Social Medias, also schon extrem und, ähm, ja, und diese Schnitzeljagd, die es ja jetzt gab, äh, weil die Schanze gibt's jetzt auch nicht mehr, also sein Wohnhaus ist ja jetzt abgerissen worden, hat er jetzt verkauft und ich mein, man merkt ja schon allein daran, wie er damit umgegangen ist, dass er nicht ganz der Hellste ist, ich mein, jemand in seiner Lage, wenn der 70.000 Euro hätte, der würde sagen, okay, jetzt schau ich erstmal, dass ich mein Leben bitte in den Griff bekomme, eine Wohnung suchen, irgendwo, äh, zur Ruhe kommen, keine Ahnung, untertauchen vielleicht auch, dafür hat er ja dann erstmal genügend Geld gehabt und was macht der, der kauft sich erstmal einen richtig, äh, auffälligen Ford-Geländewagen und fährt durch Deutschland und tourt da durch Deutschland, der Geländewagen hat 40.000 Euro gekostet, also da waren dann schon mal 40.000 von den 70.000 von dem Wohnhausverkauf weg äh, und, und ja, also ganz schwierige Nummer und wundert sich dann, dass er überall gefunden wird, also ist auch absurd, muss man auf der anderen Seite sagen, es ist, äh, schwierig, von beiden Seiten gehen da natürlich Provokationen aus und, ähm, man merkt halt, er hat ein Problem gesundheitlich, da haben wir ja schon mal drüber geredet, aber auch so mental, äh, ist es echt schwierig und dem muss geholfen werden und, äh, viele haben gesagt, ja, der muss ins Gericht rein, äh, ins Gericht, ins Gefängnis und nur da kann ihm geholfen werden, das sieht der Richter halt mittlerweile anders, er hat jetzt einmal eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen, das soll er eben an Krebshilfe, ich glaube, Kinderkrebshilfe, Geld spenden, äh, zum anderen hat er einen Medienberater bekommen, also, äh, oder zumindest eine Auflage bekommen, dass er zu einem Medienberater gehen soll und die andere Auflage war halt eben eine Psychotherapie, die aus meiner Sicht ja auch auf jeden Fall erforderlich ist und, also das, dieser Prozess war auf jeden Fall sehr skurril, ähm, was jetzt auch noch ein bisschen skurril ist, was auch zum Beispiel Christian Solmecke so ein bisschen wundert, äh, die Staatsanwaltschaft möchte jetzt nochmal in Revision gehen, ähm, ich habe mir das von Felix mal erklären lassen, unseren Kurs of Juristen, ähm, Revision bedeutet im Wesentlichen eigentlich nur, dass man guckt, ob es irgendwelche Verfahrensfehler gab und erst wenn das nachgewiesen wird, kommt es zu einer Neuverhandlung, also bei dieser Revision sind keine Zeugen vor Ort oder so, da geht's rein, darum hat der Richter, hat das Gericht einen Fehler gemacht im Verfahren und es ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas überhaupt durchkommt, äh, das heißt, wahrscheinlich wird es jetzt bei diesem Urteil bleiben, was natürlich, weil davor war ja, bevor er dann in Berufung gegangen ist, ähm, war ja eine Freiheitsstrafe von, ich glaube, zweieinhalb Jahren im Gespräch und, äh, es ist eigentlich auch sehr unwahrscheinlich gewesen, wenn ich gerade sich in Hauptzeuge besäuft und unglaubwürdig wird, äh, dass man von sowas wieder runterkommt, vor allem nicht, wenn man vorbestraft ist, wie es bei Rainer Winkler eben der Fall war, also sehr interessant, sehr skurril und man muss auch sagen, wahrscheinlich in Deutschland einzigartig so ein Verfahren, äh, und auch dieses Thema, dieses kollektive Mobbing, was da betrieben ist, sowas gab es in Deutschland bisher noch nie, dass es so auf die Spitze getrieben wurde und das ist sicherlich auch für das Gericht eine völlig, ja, völlige Ausnahmesituation und, äh, das muss man da alles mal mit einbeziehen und, naja, zumindest das Dorf hat jetzt wieder seine Ruhe, muss man ja ganz ehrlich sagen, aber wie das mit dem Drachenlord weitergeht, also, man kann ihn nur, man kann nur hoffen, dass er irgendwann mal Hilfe erfährt, äh, oder auch die annimmt, weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass er halt einfach auch keine Hilfe annimmt, ähm, aus unseren Dunstkreisen ist mir halt bekannt, dass zum Beispiel auch der dunkle Parabelritter, der Alex, hat ihn ja auch, er hat ihn ja persönlich besucht, er hat ihn aber auch Hilfe angeboten, die hat er natürlich abgelehnt und, ähm, vom Gericht hatte er ja auch so das Angebot bekommen, hey, wenn du deinen YouTube-Kanal einstellst, dann kannst du da sogar relativ straffrei rauskommen und wenn du dir eine Arbeit suchst oder eine Ausbildung oder so, hat er abgelehnt, wollte unbedingt YouTube weitermachen, naja, und jetzt sieht man, was dabei rauskommt, naja, es wird, es bleibt immer noch spannend und es ist so skurril, wie es ist, es hat halt trotzdem irgendwie so eine Anziehungskraft, dieses Thema, ähm, das ist Wahnsinn. Ja, was auch, ja. Dazu noch eine kleine Sache, wie ich es ja schon in der Pre-Pre-Show praktisch gesagt hatte, äh, bei der ganzen Aktion, das ist mittlerweile nur Schlammschlacht, da beklägert sich absolut keiner mehr mit Ruhm und, äh, also das ist mittlerweile eigentlich nur noch so ein bisschen traurig, die ganze Sache anzusehen, aber auch nicht nur von einer Seite, also von beiden, also das ist. Ja, also auch diese, diese Hater, wenn du halt siehst, was da für, ähm, teilweise für Leute unterwegs sind, die haben meiner Meinung nach auch, sag ich mal, eine verminderte geistige Auffassungsgabe oder sind sehr einfach gestrickte Leute, ähm, weil, das ist, ich meine, manches ist ja wirklich kreativ, also ich sehe teilweise irgendwelche Hater-Videos, die sind sehr kreativ, da steckt sehr viel Arbeit dahinter, sehr viel Video-Editing und so weiter, äh, okay, aber der meiste Hate ist halt einfach sehr plump, sehr dumm und unkreativ und so weiter und so fort, und, ähm, aber es gibt durchaus Beiträge und das möchte ich auch nicht verschweigen, die schon fast in den Bereich der Satire gehen und Kunst, äh, was da kreiert wird aus eben irgendwelchen Sachen von Rainer Winkler Streams und so weiter, die ja weiß Gott wahr nicht gerade aufregend sind, also das, was er da rauslässt ins Internet, ist ja meistens sehr unspektakulär und die einfachsten menschlichen Sachen werden gefilmt und als Video hochgeladen und, äh, ist schon sehr merkwürdig, seine Vlogs und seine Art, wie er YouTube macht, aber gut, jeder wie er mag, äh, Broadcast Yourself hieß es bei YouTuber früher mal. Gut, ähm, war es wieder langweilig und war es so dröge und uninteressant? Dröge und uninteressant würde ich es jetzt gar nicht mal so wahnsinnig nennen. Es war halt eine deutsche Preisverleihung. Eine deutsche Preisverleihung? Ja gut. Ja, also es hatte jetzt weder was von Fernsehgarten noch von, äh, Eurovision Song Contest. Also, ich hab's dem Steffen schon geschrieben, ich fand die ganze Aktion eher so meh. Also, es war jetzt nix, wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen, den muss ich mich hier für die, die Community oder, äh, schämen. Also, das hast du ja auch ganz gern mal, wenn so, ähm, ja, ich sag jetzt mal, modernere Themen im, im deutschen Dunstkreis angesprochen werden, dass du da, von Politikern auch teilweise, dass du da halt irgendwelche Leute hast, die dann, also, wo du dich am liebsten irgendwie im, im Sand vergraben willst, um Gottes Willen, äh, wer hat nie Gags geschrieben, beziehungsweise, ähm, derjenige, der die Moderationskarten verfasst hat, äh, sollte seinen Job verlieren. Also, es ging. Es war jetzt nicht besonders schlimm und auch nicht besonders, besonders ausschlussreich, ähm, war es vielleicht noch gut, äh, zu sagen, war so, Hand hat einen Preis gewonnen und bisher, äh, zumindest hab ich bisher noch, heute noch nicht auf Twitter geschaut, aber bisher, ähm, ist noch niemand, äh, eskaliert, dass, äh, ganz, ganz böse Killerspiele da Preisgelder abgeräumt haben. Ja, das ist ja dann schon mal ganz gut. Ja, ähm, Computerspielpreis, mal gucken, wie es jetzt so weitergeht. War der jetzt nur online oder war das auch wirklich in der Location, äh? Ähm, der war in der Location, aber die Übertragung war, soweit ich weiß, denke ich nur per Streams. Ja, okay. Ja, interessant, also die Frage ist allgemein bei solchen Preisen. In irgendeiner Münchner Halle, glaube ich, äh, keine Ahnung was, oder Theater war es ja auch schon mal, also irgendwo in, in Berlin in einem Theater hatten sie das auch schon mal gemacht und, ja, es bleibt interessant, weil diese ganze Preisverleihungsgeschichte, ich weiß nicht, ob nach Corona immer noch so viele solche Dinger stattfinden werden, weil die Leute merken halt, ohne geht's auch oder man kann's auch anders machen. mal gucken, äh, bleibt sehr spannend. Joa, ansonsten noch irgendwelche Anmerkungen dazu oder irgendwas, was du loswerden möchtest? Nö, nicht wirklich. Daran merkt man ja, ja, eher emotionslos, ähm, wer sich das anschauen will, ich glaube, das Ding flackt immer noch auf YouTube rum, also von daher, ja. Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist, äh, die Pre-Show wurde vom, ähm, unter anderem von, hier wirst du, Michael Obermeier, äh, mit moderiert, also zumindest da hat man, äh, schon mal Ahnung gehabt von Leuten, die man da hinstellen kann, um eben Moderation zu machen. Ja, ja, also da muss man sagen, da haben sie, glaube ich, dazugelernt und, ähm, man kann da jetzt, glaube ich, nichts erwarten, dass es, äh, dass es irgendwie sonderbar lustig wird oder so, das ist halt eine, wie du sagst, eine deutsche Preisverleihung, ähm, und die sind ja nicht nur im, im Bereich Computerspiele, ist es ja allgemein, dass viele Leute sagen, oh, gerne Preisverleihung für irgendwas, ob das Comedypreis ist, Fernsehpreis, was weiß ich, langweilig alles, ähm, ja, was nicht so langweilig, äh, wird wahrscheinlich in nächster Zeit, ist das Thema, dass die EU mal wieder, äh, plant, beziehungsweise irgendwelche alten Leute, das hat man ja, das mit dem Krieg, aber irgendwelche alten Politiker haben da jetzt wieder mal Begehren erweckt, äh, irgendwie in, ja, Chatverläufe reinschauen zu wollen, also, ähm, das wird jetzt diskutiert, das kommt jetzt nochmal auf den Tisch, und ich hab so das Gefühl, äh, da werden auch bald wieder Demos stattfinden, wie bei Artikel 13, oder eben halt auch damals wie bei Akta, und was es da alles gab, ähm, äh, weil das geht halt absolut nicht, aber die Politiker glauben halt dadurch, dass sie da reingucken, äh, könnten sie zum Beispiel Kinderpornografie oder sonst was aufspüren, äh, wahrscheinlich jeder Kriminelle oder jeder, der da irgendwas vorhat, der wird sich schief lachen, der wird sich ernähren, und wenn WhatsApp überwacht ist, dann gehe ich halt woanders hin, ähm, 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 aber es hat halt auch einen riesen Impact auf diese Plattformen oder auf unsere allgemeine Freiheit und, äh, Souveränität, äh, was jetzt das Thema Datenchats angeht und so weiter, man wird halt komplett gläsern, und, ähm, es fängt jetzt mit WhatsApp an, naja, weil es halt jeder kennt, aber ich denke mal, intern wird man sich schon über, ähm, Telegram Gedanken machen, da brodelt es bei vielen Politikern auch schon, und was mich besonders fassungslos macht, dass da auch teilweise Politiker, die eigentlich für Freiheit stehen, ähm, Richtung Grüne, aber auch Richtung FDP, die da sowas legitim finden, wo ich sagen muss, ihr verratet eure ganze Partei, äh, indem ihr solche Sachen mit unterstützt, ich meine, von der Union ist man ja nichts anders gewöhnt, die SPD hat keine eigene Meinung, bei der Linken braucht man gar nicht das anzufangen, aber dass diese Parteien da auch mittlerweile sagen, naja, es ist ja für eine gute Sache, finde ich halt schon sehr, sehr schwierig, und, ähm, ja, wir wollen jetzt hier nicht groß drüber reden, weil es gibt leider noch keine Ergebnisse, oder vielleicht zum Glück, aber allein der Gedanke ist halt sehr schwierig, und, ähm, dass darüber debattiert wird, und man kann nur hoffen, dass sich da eben die Leute durchsetzen, die halt auch Ahnung haben von IT-Sicherheit, die dann auch sagen, Leute, wenn wir dieses Fass aufmachen, das kriegen wir nie wieder geschlossen, auch für die Sicherheit der Kommunikation allgemein, ist das halt absolute Katastrophe, und, äh, nur weil man glaubt, dass man darüber irgendwelche Pädophilen schnappt, äh, die wahrscheinlich schon längst solche Plattformen nicht mehr benutzen, oder wenn sie es wissen, dann sowieso solche Plattformen nicht mehr benutzen, also, es ist mal wieder so eine Nummer, wo man sich fragen muss, wer kommt auf solche Ideen, ähm, und ich bin mir sicher, das gibt an jedem Mengen bayerischen Stammtischen, äh, Stammtischen CSU-Wähler, die sowas sogar gut finden, weil sie einfach keine Ahnung haben, was das auslösen würde, äh, wenn man sowas einführen würde, und, ähm, ja, auch diese Mentalität, ich hab doch nichts zu verbergen, völliger Quatsch, aber erklär das mal den meisten Bürgern, die sagen, ja, wieso, ich hab doch nichts zu verbergen, naja, was man nicht mehr verbergen kann, ist scheinbar eine neue Insolvenz am Netzwerkhersteller-Himmel, wollte ich schon sagen, an der Front, was ist denn da schon wieder los? Äh, ja, tatsächlich ist es so, ähm, was zu präzisieren, Devolo ist nicht direkt Insolvenz, sondern sie stehen unter einem sogenannten Schutzschirmverfahren, das ist tatsächlich, äh, ein, im Teil des deutschen Insolvenzrechts, äh, äh, eine Möglichkeit, die quasi vor der Insolvenz eintritt, wo man eben versuchen möchte, die Insolvenz abzu, äh, abzuwehren, genau, danke, das heißt, die unternehmische Verantwortung bleibt in den Händen der Geschäftsführung, also die verwalten sich noch selber, aber es wird eben wohl ein, jemand eingesetzt, der wie quasi ein Aufsichtsrat, die Neuaufstellung, äh, des Unternehmens, ähm, beobachtet, und im Endeffekt ist es so, dass sie sich neu aufstellen wollen, das hat zumindest der Unternehmensbesprecher bestätigt, das Unternehmen ist ja eigentlich bekannt durch, äh, Heimvernetzungsgeräte wie diese Powerlan, ähm, Stecker, also im Prinzip Netzwerk über die Steckdose, diese von Funkamateuren und Leuten, die Ahnung haben, nicht sehr gerade lobbaren Geräte, die aber dann doch vielen wohl, ich sag mal, das, das Internet, ähm, im Haus ermöglichen, oder das Netzwerk im Haus ermöglichen, ja, und, äh, da haben sie sich spezialisiert, und da möchten sie jetzt eben eine Rekonstruierung, äh, Rekonstruierung, Rekonstru, Rekonstruierung, doch, war richtig, Rekonstruktion, oder, genau, sie wollen sich ja komplett neu aufstellen, weil es wohl, sie gemeint haben, dass durch die anhaltende Corona-Krise und weltmeiten Chipmangel Probleme gäbe mit dem Absatz, da hab ich jetzt überlegt, naja, gut, ähm, also, dieses prinzipielle Corona ist schuld da dran, find ich ein bisschen schwierig, weil ich mein, alle waren im Homeoffice, da müsste es ja eigentlich boomen, also, und da stelle ich jetzt auch einfach mal, dass es da vielleicht auch noch andere Probleme gab, ja, weil einfach so, nur durch Corona, und klar, kann Chipmangel ein Thema sein, aber dann ist ja vielleicht was anderes schon nicht so ganz rund gelaufen, sag ich jetzt mal. Ja, ich, du erst mal, Tobi. Okay, also, wieder noch ganz schnell dazu, ich, äh, war jahrelang auf so ein Devolo-Ding angewiesen, ähm, weil, alt, ne, weil, weil altes Haus, und, äh, ich wollte halt auch gute, gute Internetverbindung, und, äh, was ich halt gemerkt hab, wir hatten teilweise mal ab und zu ein bisschen Probleme auch mit der Software, aber ich denke nicht, dass es, also, nur für einen so kleinen, Schluck auf, ne, und du hast halt gefühlt auch nicht wirklich eine große, große Alternative gehabt. Mmh, ja. Naja, was, man muss halt dazu sagen, dass, äh, durch das immer bessere WLAN, muss man halt auch sagen, dass halt für so, naja, ähm, Cases, sag ich mal, wo man jetzt, wo es egal ist, sag ich mal, jetzt keine Gamer, aber, äh, Leute, die jetzt sagen, naja, Hauptsache schnelles Internet zum Streamen oder so, da ist es halt mittlerweile echt uninteressant, unattraktiv geworden, ähm, diese Devolo, und dann haben sie noch einen großen Konkurrenten, und der heißt AVM, der mittlerweile sowas auch im Programm hat, und viele Leute, die privat sich so ein Ding reinnageln, die sagen, ich hab ne Fritzbox, dann nehm ich halt das von AVM, und dann hab ich alles in einem Ökosystem, also ich glaube, dass Devolo da schon grundsätzlich auch Probleme in den nächsten Jahren bekommt, und diese Powerland-Dinger, ich mein, die kriegen auch nur mittlerweile vielleicht gerade so mit Ach und Krachen Gigabit durch oder so, aber irgendwo sind da auch die Grenzen erreicht, und dann, äh, wird auch die, die Stromverkabelung immer undurchlässiger, weil halt immer mehr segmentiert wird im, im Heim, nicht im Heimnetz, im Heim-Stromnetz, ähm, und dadurch wird's halt auch immer schwieriger, größere Datenraten von, ähm, Stockwerk zu Stockwerk, oder von Stromkreis zu Stromkreis zu bekommen, und ich glaube halt, dass die Tage von diesen Teilen echt langsam gezählt sind, also dass es eine auslaufende Technik ist, muss ich ganz ehrlich sagen, will der Hersteller natürlich nicht gern hören, ähm, aber ich glaube, dass es halt echt mittlerweile nicht mehr so viel Rolle spielt, wie es früher mal war, aber kann ich mich auch täuschen, ich hab halt hier die, die glückliche Situation, dass ich hier, ähm, ja, in den, in der, in der neuen Wohnung überall Netzwerk selber reinlegen kann, weil ich sie halt eben komplett renoviere, kernsaniere, und zum anderen hab ich halt in den Räumlichkeiten, wo ich's aktuell brauch, hab ich halt direkt, ja, Netzwerk reingelegt, und das ist ja das nächste, Neubauten, die haben halt mittlerweile dann überall gleich Netzwerk in der Bude, beziehungsweise da werden die Kabelschächte schon future-proof, ja, mäßig, oder auch nicht, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, Ja, aber du hast, du hast dir aber trotzdem eine Lösung basteln können, ja, natürlich, ähm, aber deswegen, also ich glaube, das ist halt echt ein Auslaufmodell, wir werden's sehen, ähm, aber ich befürchte, wenn sich Devolo da nicht grundsätzlich mal anders aufstellt, ähm, das sehe ich ja allein hier in unserem Team, auch Felix hatte ja eine Zeit lang diese Devolo-Teile, mittlerweile ist er jetzt auch komplett auf Netzwerk in seinem Haus, ähm, ja, das ist ein Auslaufmodell, oder das wird halt nur noch in absoluten Ausnahmefällen, ähm, benutzt. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Thema, der Tobi hat sich ja den Computerspielpreis angeguckt, ich hab mir den Launch der neuen Marke, von F-Secure angeguckt, ähm, F-Secure, sich mal schon bei uns Thema gewesen, ist ein IT-Sicherheitshersteller aus Finnland, aus Helsinki, also AV wird dem mittlerweile nicht mehr gerecht, also die machen viel, viel mehr als nur, nur AV-Technik, ähm, und die haben sich jetzt dazu entschlossen, äh, das ist eigentlich keine große Story, ihre Business-Sparte in, äh, with Secure auszugliedern, das heißt also zukünftig, äh, haben die ganzen Business-Kunden und das ging auch tatsächlich relativ schnell, also unsere, ähm, Elements-Cloud, die wir nutzen mit, mit F-Secure, oder jetzt, äh, Riff-Secure, die war relativ schnell neu gebrandet und hatte ein neues Logo drin und so weiter und überall wurde der Name schon getauscht, mal gucken, wann es mit der, mit der On-Premise-Variante, also nicht mit den Cloud-Produkten, sondern mit dem On-Premise-Client dann passiert, ähm, ähm, für Privatkunden ändert sich nichts, also da bleibt alles bei F-Secure und, ähm, so wirklich die Gründe, muss ich ehrlich sagen, sind jetzt nicht so ganz, das hat sicherlich Gründe, aber die darf wahrscheinlich der Kunde und Partner nicht, äh, äh, vielleicht steuerlicher Natur, keine Ahnung, ähm, so, was halt im Launch-Event, das verlinke ich auch nochmal, wen es interessiert, angeführt wurde, war halt einfach so, sie wollen sich halt mehr, äh, mit Spezialisten auf die einzelnen Bedürfnisse fokussieren, ähm, ja, ist halt sehr allgemein formuliert, da kann ich jetzt nicht so viel rausziehen, äh, ich glaube jetzt nicht, dass es schlecht ist, neue Produkte haben sie jetzt auch nicht wirklich vorgestellt, ähm, es wird halt, äh, bei F-Secure natürlich mehr Dienstleistungsansätze geben, wie eben zum Beispiel Red-Teaming, Schwachstellen-Scans, dann auch das tatsächliche Threat-Hunting oder eben auch Bereinigung von Netzwerken und so weiter, dass es halt direkt als Dienstleistung angeboten wird und, äh, ja, bei den Privatkunden wird es sich wahrscheinlich eher auf die allgemeinen Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse der Privatkunden, äh, beschränken, das wird so weiterlaufen, schätze ich mal und bleiben wir mal gespannt, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwo jetzt den Brand, wie man so schön sagt, with Secure seht, dann ist es halt, könnt ihr in Gedanken daran denken, F-Secure, ähm, ihr merkt schon, man bringt es nicht unmittelbar in Verbindung miteinander und das kritisieren halt auch viele Partnerunternehmen von F-Secure, die jetzt sagen, Mensch, ich gehe seit Jahren mit dem Brand F-Secure nach draußen, bewerbe den und wenn ich jetzt sage, hier, mach mal with Secure, dann sagen die, was machen wir, den kennt man doch gar nicht, der ist doch noch, der ist doch jetzt erst auf den Markt gekommen, äh, also das ist halt echt ein Problem, also das ist halt werbetechnisch, ich meine, ich bin kein Marketing-Experte, aber bei QSO4U gibt es ja nicht ohne Grund, äh, die Unterscheidung zwischen QSO4U.com, dem Projekt, was es seit Jahren gibt, und dem kommerziellen, äh, Part der Firma QSO4U Services und, äh, da bringt man beides miteinander in Verbindung, es sind zwei getrennte Geschichten, die völlig getrennt sind, aber trotzdem irgendwie zusammengehören, und, äh, warum hätte man da nicht F-Secure Business draus machen können, schwierig, also verstehe ich nicht, aber da haben sich sicherlich irgendwelche Marketing-Strategen Monate, Jahre lang den Kopf zerbrochen, und, ähm, vielleicht gibt der Erfolg ihnen dann irgendwann recht, aber im Moment bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil du halt erst mal wieder diese Brand-Awareness im Markt schaffen möchtest oder musst für F-Secure, und, ähm, ja, und wie gesagt, dieses Thema, hey, wir sind finnisches Unternehmen, wir sind, äh, aus Skandinavien, wir haben gewisse Prinzipien, die wir verfolgen, eine gewisse, ähm, ja, wie sagt man, so einen gewissen, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine? Philosophie meinst du? Philosophie, genau, die meine ich, und, und das geht halt völlig flöten, wenn man so einen neuen Namen nimmt, den auch ein US-amerikanisches Unternehmen verwenden könnte für ihren Brand. Also, verstehe ich jetzt nicht, aber gut, ich bin nicht F-Secure, und, ähm, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Ja, weiter geht's für die inoffizielle YouTube-App, aber nicht, denn da wurde eingegriffen, seitens YouTube. Ja, richtig, ich hatte es ja in einem der letzten Podcasts schon mal, glaube ich, erwähnt, ähm, es gibt ja diese, ich sag mal, Anführungszeichen, inoffizielle YouTube-App, Vanced, die den einen oder anderen Begriff ist, ähm, Vanced ist halt, ähm, eine App, die du auf, ich glaube, weiß gar nicht, ob es dir auf iOS verfügbar ist, oder auf Android, auf jeden Fall, angeboten wird, damit kannst du, ähm, YouTube, ähm, nutzen, ohne die ganze Werbung, also alles kostenfrei, ähm, du kannst diesen, äh, Like-Dislike-Button, also du kannst wieder die Dislikes sehen, und noch so ein paar andere Features, wie zum Beispiel Hintergrundwiedergabe, oder wenn der Bildschirm aus ist, das sind ja alles Funktionen, die man ja sonst, was auch noch war, ich glaube, die haben teilweise noch so ein Sponsor-Skipping teilweise auch mit drin. Ja genau, stimmt, genau, das ist das, also Werbung, und dann dieses, äh, es gibt einmal Werbung, die YouTube schaltet, und einmal Werbung, die quasi eingebettet wird von irgendwelchen Sponsoren, oder was auch immer. Placements. Genau, Placements, die kannst du eben damit umgehen, ähm, die App wird, ähm, in den kommenden Daten, in den kommenden Tagen, werden die Download-Links auf der Webseite entfernt, hat man über das Twitter-Konto von Vance lesen können. Warum genau, ist nicht ganz klar, es gibt eine Stellungnahme, gegenüber The Verge, und die haben mir Google nachgefragt, und das Unternehmen hat bisher aber nicht reagiert. Äh, es wurde dann aber tatsächlich bestätigt, dass es rechtliche Gründe gibt, die zum Ausgeführt haben. es ist halt so, dass, ähm, dass die, die Stellungnahme besagt, dass alle Verweise auf YouTube zu entfernen sind, das Logo zu ändern, also ich gehe mal davon aus, dass die von Google selber kommt, weil sie das einfach nicht wollen, weil man ja eben mit dieser App all die tollen Funktionen, die man sich für teuer Geld in einem YouTube-Premium-Abo bei Google klicken kann, umgeht, und damit sieht Google natürlich einen, ich sag mal, Markt davon schwimmen, und die, ähm, verdienen damit kein Geld, also möchte man das nicht, dementsprechend versucht man dem jetzt den Riegel vorzuschieben, was ich sehr schade finde, äh, ich meine, klar, irgendwo kann ich Google verstehen, ich möchte dir ein Produkt verkaufen, aber als jemand, der, ähm, keinen Bock hat, 120 Euro für so ein Abo auszugeben, bin ich ganz ehrlich, ähm, und regelmäßiger Nutzer der App, finde ich das natürlich sehr schade, ich habe sie gerade noch aktualisiert, also sie läuft momentan noch, aber mal schauen, wie lang noch. Ja, bin ich, bin ich geteilter Meinung, ähm, ich, ich verstehe auch, dass Leute sagen, das Abo ist ziemlich teuer, also das finde ich eigentlich auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass YouTube Premium schon für das, was es halt bietet, schon sehr teuer ist und wenn man dann letztendlich sieht, um mal wieder bei den Creatern zu sein, ähm, was dann für den Creator hinten rausfällt, ist dann schon beschämend teilweise, ähm, und da darf man sich auch nichts vormachen, die meisten Creator, die leben nicht von YouTube-Einnahmen, die leben von Placement-Einnahmen, die ihnen aber, wo YouTube nicht dazwischen oder Google nicht dazwischen steckt, ähm, ähm, und dann ist es schon ein bisschen beschämend, also ich bin, ich sehe das halt sehr zwiegespalten, ich verstehe natürlich einen Konzern, der sagt, hey, wir machen damit unsere Werbung kaputt, äh, oder unser Geschäft kaputt, verstehe ich, rechtlich gesehen, aber ich muss auch ehrlich sagen, YouTube Premium ist halt, es ist ein, also ich benutze es, ich habe es auch, aber, ähm, ich sage mal so, ich finde es auch zu teuer und, ähm, ich bin halt, ja, sehr viel auf YouTube unterwegs und da ist es halt echt nett, ähm, äh, aber, ja, also der Preis ist viel zu hoch und ein Schüler kann sich das nicht leisten, will sich das nicht leisten, außerdem, ganz ehrlich, wenn ich Schüler bin, dann würde ich wahrscheinlich eher Geld in ein Netflix-Abo reinwerfen oder mir mal, äh, Disney Plus holen oder irgendwas, aber kein, definitiv kein YouTube Premium, also das ist dann schon schwierig, ja, naja, ähm, ich glaube, da, ähm, gehen die Meinungen sehr auseinander, ja, ein, was, äh, noch am Schluss wollte ich darauf hinweisen, ähm, ähm, weil wir hier, ähm, auch des Öfteren mal über die Firma, IT-Sicherheitsfirma Sophos sprechen, ähm, und, ähm, ich seit Jahren auch in dem Ökosystem unterwegs bin, ähm, möchte ich auch nochmal hier an der Stelle warnen, es gibt aktuell zwei eklatante Sicherheitslücken, die eine betrifft die UTM, also das Unified Threat Management System, das ist die alte Brot- und Butter-Firewall von Sophos, die sie sich auch nur gekauft haben, genauso wie die XG-Firewall, aber das ist nun mal so am Rande, ähm, und das andere ist eine Sicherheitslücke in der neuen Sophos-Firewall oder XG-Firewall oder XJS-Firewall, da weiß kein Mensch mehr außer Sophos, wie die wirklich heißt, ähm, bei der XG-Firewall, XJS-Sophos-Firewall ist es sogar so kritisch, dass man Schadsoftware einschleusen kann, diese Kiste komplett übernehmen kann, das heißt, das ist wirklich ein, ein, ein dringendes Bedürfnis, dieses Ding zu patchen, und, ähm, bei der UTM ist es jetzt blöd, ist aber jetzt nicht so wahnsinnig kritisch, was man auf jeden Fall, und was ich als jahrelanger Admin von Sophos-Systemen empfehlen würde, ist zumindest auch den Web-Admin und SSH, äh, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, bei so einer Firewall nicht öffentlich erreichbar machen, auf bestimmte IP-Ranges beschränken, ähm, damit ein Angreifer gar keine Möglichkeit hat, da irgendwelche Scans auszuführen, das gleiche gilt auch für das Web-Portal, dieses Web-User-Portal, ähm, das sollte man auch nach Möglichkeit mittlerweile nicht mehr öffentlich zugänglich machen, sondern auf seine privaten IPs oder bestimmte IP-Bereiche oder sein VPN beschränken, ähm, weil eben auch diese Angriffe jetzt über das, ähm, User-Portal eben möglich sind, und da nimmt man solchen Angriffen schon mal den Wind aus ins Segeln, und natürlich patchen ist da eine Lösung, ähm, ähm, mein Problem aktuell ist, dass die letzten Firmware-Updates von Sophos, äh, oftmals nicht ganz ohne Folgen waren, das heißt, du hast zwar die Sicherheitslücke geschlossen, hast aber zehn neue Probleme gehabt, ähm, und ich habe jetzt auch auf einem System aktuell, um bei der UTM mal zu bleiben, äh, habe ich gerade den Patch eingespielt, und da gibt es, äh, komisches Verhalten beim HA, also beim High Availability Cluster, beim Hochverfügbarkeitscluster, irgendwie brauchen die Nodes ewig, um den Sync herzustellen, ich weiß nicht, woran das liegt, das ist zufälligerweise jetzt mit dem Update passiert, also ich fahre eine Node runter, fahre eine wieder hoch zum Beispiel, dann synkt das, ich meine, Admins von den Systemen kennen das, dann synkt das Cluster ja, erstmal, und das hat bei dem, bei diesem kleinen Firewall-Cluster, der hängt fast nichts dahinter, das ist eine virtuelle Lösung, auf SSDs mit acht Cores, nur mal so, das nicht heißt, zu wenig Leistung, hat ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert, bis das Ding wieder synchron war, und das ist einfach viel zu lang, normalerweise ist das in zehn Minuten, wenn ich eine große Datenbank habe, ist es durch, also da passt, irgendwas passt da schon wieder nicht, und deswegen möchte ich nicht nur auf das Thema Updates hinweisen, das ist richtig und wichtig, aber mich nervt es im Moment, als zahlenden Sophos-Kunden, und auch als Privatuser von Sophos-Produkten, wahnsinnig dieses Thema, und ich kann da nur an die Leute von Sophos appellieren, wenn uns Leute davon zuhören, ihr müsst wirklich intern mal einiges überprüfen, und irgendwas geht da seit Monaten gefühlt schief, und ich habe noch einen Fall in der Hinterhand, der war absolute Katastrophe, ich weiß noch nicht, ob ich den öffentlich erzählen möchte, aber es ist einfach im Moment wirklich nervig als Kunde, und es gibt so viele Sachen, auch der Support ist absolut schlimm geworden, also die Erfahrung, die ich mit dem Support gemacht habe, und wenn man sich die Foren so anguckt, die sind voll mit Leuten, die Produkte sind wirklich toll, also die Firewall und so, die XG, man gewöhnt sich dran, die hat einige geile neue Funktionen drin, aber ihr könnt nicht mit so einem Support an eure Kunden rangehen, das geht nicht, das ist einfach unmöglich, die Kunden hängen da jede Menge Infrastruktur ran, und wenn dann was nicht funktioniert, ist teilweise eine komplette Firma lahmgelegt, und ihr kommt nicht in die Pötte, euer Support ist unterirdisch, man erreicht niemanden mehr, es gibt sowieso keinen deutschsprachigen Support mehr, selbst wenn man Premium Support kauft, also als Geschäftskunde, bei euch Premium Support, der ein paar tausend Euro im Jahr kostet, reinwirft, erhält man teilweise keinen zuverlässigen Support mehr, und das kann es einfach nicht sein, und das will ich nochmal hier öffentlich einfach anprangern, dass da mal was passieren muss, weil sonst verliert ihr jede Menge Kunden, und das wäre schade, nicht nur für euch, sondern weil ich halt auch der Meinung bin, wir brauchen unbedingt auch europäische IT-Sicherheitsanbieter, die zum Beispiel Firewalls herstellen, und da in den letzten Monaten bin ich da absolut enttäuscht worden, David hat ja da auch schon das eine oder andere erlebt, und kann da auch ein Lied davon singen, also da muss was passieren. Und wie oft ich die Firewall jetzt hier daheim neu aufgesetzt habe, mit dem Steffen zusammen, wir haben uns echt viel, viel Hirnschmaß reingesteckt, immer wieder probiert, und was auch immer, dann spielst du das Backup ein, du hast das gleiche Problem wieder, das Backup ist eigentlich für den Arsch gewesen, dann setzt du es neu auf, denkst, alles ist gut, dann geht es wieder zwei Wochen gut, dann kommt der gleiche Bug wieder, bei mir war es so, dass das System einfach, ich glaube am Tag war es, über 100 GB Traffic verursacht hat, weil er die ganze Zeit Updates geladen hat, die er eigentlich nicht wirklich geladen hat, wo Steffen auch gemeint hat, ich meine, das kostet ja, die zahlen sich auch dumm, und die zahlen ja für den Traffic auf ihre ganzen Server. Die Update-Server sind in AWS, und man kann davon ausgehen, dass AWS nach Traffic bezahlt wird, also ich möchte nicht wissen, was du allein mit deiner Privatkundenlizenz für den Traffic erzeugt hast bei Sophos, ich meine im Moment. Also ich glaube, ich habe über die paar Wochen, wo das lief, bestimmt, weiß ich nicht, zwei, drei Terabyte oder sowas. Und ich meine, mittlerweile läuft es jetzt, aber man hat halt jedes Mal Angst, Updates zu installieren, und das solle bei einem Sicherheitsprodukt eigentlich nicht so sein. Und ich weiß nicht, aber das Schlimme ist ja, wenn du, du kommst vom Regen in die Traufe, wenn ich mir jetzt andere Hersteller angucke, wenn ich mir eine Fortinet reintue, die haben sehr viele Fans, ich weiß, ich werde jetzt wieder Leuten auf den Füßen rumtreten, aber wenn ich mir so angucke, wir haben ja öfters schon über diese Firma berichtet, wie viele Probleme die hat, wie oft die in Kritik steht, wie oft da irgendwelche Sachen abhandengekommen sind. Und Sophos hat jetzt seit langer Zeit mal wieder eine größere Sicherheitslücke. Also das möchte ich jetzt nicht überdramatisieren. Mir geht es eher um das Thema Update-Politik und das Thema Qualitätsmanagement und Support. Das sind so eher die Sachen. Und böse Zungen behaupten, seitdem dieser Investor Thomas Bravo da mit drinsteckt, der auch bei McAfee unter anderem die Finger mit im Spiel hat und so weiter, geht es da wirklich rasant bergab. Und was mich auch stört, ist so das Thema halt auch mit dieser UTM. Warum zum Teufel wird nicht endlich mal gesagt, wie lang dieses Teil noch leben wird? Man merkt ja als Sophos-Kunde, das Teil ist auf der Abschussliste. Kein Supporter blickt mehr richtig durch, wenn man mit einer UTM ankommt. Was UTM? Aber die wird noch verkauft, die ist überall noch drin, es gibt kein offizielles End-of-Life. Wann wollt ihr euch endlich mal dazu entscheiden, euren Kunden, die nicht gerade wenig Geld reinwerfen, mal reinen Wein einzuschenken und zu sagen, Leute, also bis 2027 oder so müsst ihr auf jeden Fall migrieren, weil sonst fliegt das Ding euch um die Ohren oder wir supporten das nicht mal weiter. Und was man halt von Sophos-Partnern wohlgemerkt hört, und ich werde hier definitiv keinen Namen nennen, weil ich will diese Unternehmen nicht irgendwie an Pranger stellen, die sehr wohlwollend sich für ihre Kunden aufopfern, die sagen auch schon, sie haben teilweise Probleme, weil natürlich denen die Kunden die Bude einrennen, sagen, ey, ich habe so viele Probleme und Ansprechpartner ist für den Kunden erstmal der Partner, über den er das Produkt gekauft hat. Der ist verantwortlich dafür und die stehen halt auch dort und sagen, Mensch, ich kann nichts mehr machen, ich kann nicht mehr machen, als den Support in den Hintern treten und ich kann meinen Partner-Manager kann ich anrufen und ich hatte einen Fall, da war das sogar bis zum Global Escalation Support Team, das ist angeblich die höchste Stufe im Support bei Sophos und da hat es Wochen gedauert und das Problem wurde dann, und das ist ja das lachhafte, wurde dann durch das Neuerstellen, das händische Neuerstellen der kompletten Firewall-Regeln gelöst. So, da frage ich mich, gibt es da keine Leute in der Entwicklungsabteilung, die ja angeblich auch involviert war, die hatten die kompletten Logs, die hatten die komplette Backup von dem Teil, wo sie sich mal hinsetzen können, das ordentlich debuggen, also da fragst du dich echt, wie kann sowas passieren? Deswegen, bevor ich mich jetzt komplett in Rage rede, da ein Appell an Sophos und ich hoffe, er wird gehört, ich weiß ja, dass wir einige Leute haben, die bei IT-Sicherheitsunternehmen arbeiten, die unseren Podcast auch hören, weiß nicht, ob da auch Sophos-Mitarbeiter dabei sind, aber wenn das der Fall ist, möchte ich das bitte mal so öffentlich jetzt bekannt geben und mich hat das sehr aufgeregt und ich bin ein Fan eurer Produkte, das könnt ihr mir glauben, ihr habt echt geiles Zeug im Portfolio, aber wenn das so abläuft, wie es jetzt im Moment abläuft, weiß ich nicht, wie lange ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, um es nochmal kenntlich zu machen, wie lange ich persönlich, für mich persönlich, da noch das Ganze mittragen möchte und das ist wirklich sehr schade, weil ich seit 2013, glaube ich, oder noch länger, nee, 2013 Sophos-Kunde bin und ihr könnt mir auch glauben, da sind einige tausend Euro in Richtung Sophos gelaufen, auch durch Kunden, die natürlich auch Sophos-Lösungen mit im Einsatz haben, naja gut, und ihr habt uns aber auch ein paar Fragen gestellt und der Tobi als unser Community-Beauftragter im Podcast, der wird sich jetzt mal um das ganze Thema Fragen kümmern, ich sage es gleich vorneweg, wir haben heute wenig Zeit, weil ich glaube, wir werden uns wieder sehr viel in manchen Themen austoben, das heißt, wir werden manche Fragen jetzt ganz kurz beantworten, manche vielleicht sogar vertagen, seid uns nicht böse, aber wir müssen das durchkriegen, weil wir haben halt jetzt, sonst wird die Folge 10 Stunden und ich glaube, das tut keinem gut und wir teilen es dann nochmal ein bisschen auf, aber da erzähle ich dann später nochmal was drüber. So, Tobi, the stage is yours, was wurde denn so reingefragt? Dann fangen wir mal mit den guten alten Community-Fragen an und zwar Frage Nummer 1, habt ihr Tipps für mich, wie ich meine Aufgaben aktuell noch Student besser organisieren kann? Wie geht ihr mit den Deadlines und vielen Aufgaben um? Verwendet ihr bestimmte Apps? Wie strömt die Rede euren Tagesablauf? Ja, das ist schon, fang mal an, das ist so die erste Frage, wo ich schon gesagt habe, oh, in der Pre-Show, ich glaube, wir sollten das vielleicht mal in einer eigenen Special-Folge outsourcen, weil da gibt es so viele Sachen und David und ich, wir haben sehr viele Sachen ausprobiert und da können wir, glaube ich, allein schon eine halbe, dreiviertel Stunde wahrscheinlich füllen mit irgendwelchen Erfahrungsberichten. Grob gesagt, ja, ich strukturiere, ich habe auch Tools dafür, aber ich würde es jetzt nicht im Detail erklären, weil bei mir ist es sehr wild. Also, ich glaube, da werden viele auch sagen, okay, lass das mal dem Steffen sein Zeug sein, aber ich mache das nie im Leben so nach. Aber vielleicht ist doch das eine oder andere dabei, wo man sagen kann, jo, das könnte man übernehmen und habe ich Student was, genau, Student, da steht es ja, da ist es ja nochmal ganz anders. Ich kenne Studenten, ohne Namen zu nennen, Felix, die komplett ohne Kalender arbeiten, wo ich mich immer wundere, wie das geht, aber es geht scheinbar irgendwie. Ich kann mittlerweile echt, also ich will jetzt nicht sagen, ich kann ohne Kalender nicht mal mehr aufs Klo, aber es ist nahe dran. Also, ich habe eigentlich so den kompletten Tag mehr oder weniger im Kalender geplant. Das ist ja auch ein Fehler, was viele machen. Die planen zwar alles im Kalender, aber planen dann halt auch keine Pausen und Erholungszeiten rein. Das ist so ein Fehler, den halt viele machen, wenn sie halt jetzt komplett sich organisieren wollen. Also da muss man dann halt auch so sein, dass man sagt, man plant sich aktiv Pausen ein, die man dann aber auch wirklich einhält oder versucht einzuhalten, um einfach da eine gewisse Work-Life-Balance reinzubekommen. Ja, aber vielleicht könnt ihr so in ein, zwei Sätzen mal sagen, wie ihr euch organisiert, damit wir die Frage beantwortet haben, aber Details wie Softwarelösungen und so, Apps und Tricks und so, würde ich dann mal outsourcen. So, wer fängt an? David, wie organisierst du dich in zwei Sätzen? Genau, also ich nenne es ja keine Software, aber prinzipiell habe ich so ein Board nach dem Kanban-Prinzip für mich entdeckt und halt sonst einfach Kalender. zwei Sätze. Also bei mir eigentlich nur Kalender, dass man halt die Termine richtig einhält und sonst Chaos-Maximum-Prinzip. Lebst du in den Tag hinan? Oder ist... Das nur nicht wirklich, aber halt, ja, ich sage mal, langfristig gewisse Punkte, aber jetzt nix, wo ich mir sage, dass ich da jetzt große Struktur drin hätte. Ja, es gibt ja, es gibt ja auch Leute, die ja nach dem Chaos-Prinzip da teilweise tätig sind. Anyway, weiter würde ich sagen, nächste Frage. nächste Frage. Ich möchte mich demnächst selbstständig machen. Welche zehn Tipps könnt ihr mir da geben? PS, höre euern Podcast sehr gerne und komme nicht direkt aus der IT-Branche. Schöne Grüße und macht so weiter. Flensburg-Till. Ah ja, der Flensburg-Till, man kennt ihn. Ja, das ist auch eine Frage. Ganz ehrlich, würde ich auch nochmal vielleicht in einer Special-Folge, wie auch immer, weil dieses Thema Selbstständigkeit und Unternehmen und Unternehmertum und so, erstens mal würden wir den Tobi jetzt komplett langweilen, weil der da überhaupt nicht mitreden kann, mehr oder weniger. Und David und ich, wir würden jetzt zwei Stunden lang uns auskotzen. Ich würde, also zehn Tipps ist viel. Ich würde aber sagen, so zwei, drei kann ich geben. der erste Tipp ist halt wirklich Selbstdisziplin, so also auch wirklich sagen, okay, ich muss es jetzt durchziehen und ich habe auch oft keinen Bock auf, ja, auf irgendwie Buchhaltung oder Steuern oder irgendwelche Regularien, da gibt es ja so viel Käse in Deutschland. Das ist halt viele Sachen, also dann der andere Tipp, das ist eher so ein Lebenstipp, viele Sachen, die sind nicht so schlimm, wie sie vielleicht im ersten Moment scheinen, also wenn man jetzt so auf Thema Korrespondenz mit Ämtern und so weiter, manchmal, also man muss halt auch sagen, meine Erfahrung, man kann mit den Leuten trotzdem irgendwie reden, man muss die erst mal brechen, klingt jetzt ein bisschen krass, aber man muss die Leute halt erst mal so auf seine Seite bekommen oder mit den Leuten halt erst mal ziemlich langen Kontakt haben und irgendwann weiß man, wie man die anzupacken hat und dann funktioniert vieles einfach und vielleicht auch nicht, dritter Tipp, vielleicht nicht gleich aufgeben, wenn halt mal am Anfang was nicht so läuft, das ist halt ganz normal und das ist auch was, das musste ich auch am Anfang, ich bin bei vielen Sachen so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und das ist halt manchmal falsch, manchmal muss es halt einfach chaotisch sein und dann, es muss halt einfach weitergehen und das ist glaube ich halt das größte Problem, dass viele Leute dann einfach aufgeben und dann geht es überhaupt nicht mehr weiter und deswegen da einfach weitermachen, nicht aufgeben, dran glauben und wenn das, was du machst, halt sinnvoll ist, du hast jetzt nicht geschrieben was, dann wird es schon irgendwie noch Früchte tragen und erfolgreich werden oder wie auch immer was bringen, aber viele Leute hauen halt dann sofort irgendwie alles hin und sagen, ja, das ist jetzt, das hat nicht funktioniert, dass die meisten Leute, die wahnsinnig erfolgreich heutzutage sind, die hatten erst 10.000 Misserfolge, bis die dann so erfolgreich geworden sind und das muss man sich halt auch vor Augen führen, also wenn man sich jetzt einen Jeff Bezos anguckt oder auch Bill Gates oder so, wie oft die abgelehnt wurden oder wie oft, ein Witz ist ja zum Beispiel auch, dass, kein Witz, aber es ist Tatsache im Prinzip, dass Steve Jobs damals in Deutschland bei, wie hieß der, bei Heinz Nixdorf in der Firma angeheuert hat und Heinz Nixdorf hat ihn rausgeworfen, im Nachhinein wüsste, weiß man jetzt, hätte der mal Steve Jobs behalten, das wäre wahrscheinlich seine Rettung gewesen damals für die Computer, aber Heinz Nixdorf hat ihn halt abgelehnt und dadurch ist er dann halt in diesen Apple, in dieses Apple-Universum gekommen und deswegen, das sind so die, die Tipps halt einfach und vielleicht noch einen, den habe ich noch ganz schnell auf Lager, groß denken, nicht nur bis morgen denken, sondern groß denken, das wird zwar in der Gesellschaft oft sehr komisch gesehen und vielleicht, man sollte auch nicht groß vor anderen Leuten denken, aber im Kopf sollte man immer trotzdem ein größeres Ziel vor Augen haben, als das, was man am nächsten Tag eh schon erreicht, weil das ist keine Motivation, das treibt einen nicht an, das bringt einen nicht voran, deswegen sollte man da vielleicht auch ein bisschen Weitsicht das Ganze machen und auch ein bisschen spinnen, auch das Thema, das ist jetzt alles so ein Mindset und so bla haben, ich möchte da gar nicht in so eine Beraterrolle jetzt verfallen, aber das ist halt schon wichtig auch als Unternehmer oder als Selbstständiger oder als Geschäftsmann, dass man halt einfach ein bisschen weiterdenkt und nicht nur, ja, was mache ich morgen oder wo sehe ich mich denn morgen, so, ja, David, hast du noch irgendwas, was man jetzt auf die Schnelle... Den einen hast du mir kurz weggenommen, du brauchst halt echt einen langen Atem, da musst du halt einfach dranbleiben bei so Themen, es klappt nicht immer alles, wie du schon gesagt hast und das andere war einfach sich halt auch schauen, dass man alles ordentlich dokumentiert, dass man die ganzen Sachen hat, sei es in Papier oder wenn es geht, natürlich digital, würden wir jetzt sagen, aber dass man sich darum kümmert und so Fristen das ganze Zeug einhält, weil klar, auch wenn man mit solchen Ämtern so immer reden kann, die sitzen meist am längeren Hebel und die mögen es nicht für den Fristen verstreichen und so Geschichten, also da immer ein Auge drauf haben. Genau, das Schlimmste ist auch, bei solchen Sachen ist das Schlimmste halt auch nicht reagieren, wenn ich jetzt irgendwas, meinetwegen, ich kann das jetzt nicht zahlen oder irgendwas oder ich brauche da noch eine Frist, Aufschiebung oder so, dann mit den Leuten reden, aber das Schlimmste ist halt, wenn ich es einfach irgendwie liegen lasse und das wird schon irgendwie, das funktioniert halt gar nicht und das sind halt auch Fehler, die du halt auch relativ häufig siehst, wenn immer so gescheiterte Unternehmer gezeigt werden, bei denen läuft es dann irgendwann auf und die lassen das liegen, ignorieren das dann und irgendwann platzt die Bombe und dann ist das Unternehmen komplett im Eimer, kann nichts mehr gerettet werden und vielleicht hätte man da vorher auch irgendwie eine Lösung finden können. Also ich erlebe es jetzt relativ häufig, jetzt auch bei Kunden von uns, also die halt jetzt in Schwierigkeiten geraten sind durch diese ganze Supply-Chain-Geschichte, also Lieferketten-Problematik, die sagen, ja wir haben Aufträge, wir können die aber nicht ausführen und keine Rechnungen schreiben, weil wir das Material nicht herbekommen und diesen Kunden bin ich halt dann auch nicht böse, sondern da versuchen wir meistens eine Lösung zu finden, damit, weil ich meine, wir wollen die weiterhin als Kunden behalten, uns bringt es überhaupt nichts, wenn die insolvent gehen und wir dann uns wieder einen neuen Kunden suchen müssen und denen bringt es nichts, wenn ich denen jetzt ihre Infrastruktur von heute auf morgen sofort abdrehe und die können immer weiterarbeiten und das ist halt da, man muss halt mit den Leuten reden, das vielleicht wirklich mal so als Hauptpunkt und den Überblick behalten, das ist halt auch verdammt wichtig, dass man da nicht irgendwann in einer Situation ist, wo man einfach gar nicht mehr weiß, was geht eigentlich ab, ganz schlecht und was, das vielleicht noch als letzten Punkt von meiner Seite, was ich halt gemerkt habe, Hilfe holen ist halt keine Schande, also so, wenn ich an die Zeiten denke, wo wir versucht haben, ohne Steuerberater alles zu machen, nee, also machen wir nicht mehr, die Zeiten sind vorbei, wir haben uns jetzt da Hilfe geholt, es kostet Geld, das war auch eine Überwindung, weil wir gesagt haben, wollen wir das wirklich machen, aber letztendlich, ohne Steuerberater, mittlerweile sind wir da echt lost, wie man so schön sagt, das kannst du mittlerweile knicken, das geht vielleicht in ganz, ganz kleinen Unternehmen noch oder wenn ich jetzt selbstständig bin, so ein Kleingewerbe angemeldet habe, aber mit einer Kapitalgesellschaft, das kannst du knicken, also das willst, wenn du da keinen Buchhalter oder irgendwas hast, der da wirklich durchblickt, dann kannst du das echt knicken. Gut, David, hast du noch was oder wollen wir schließen mit der Frage? Nee, das passt eigentlich für mich. Gut. Tobi, hast du irgendwelche Tipps, als es außen steht da? Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage und ja, vielleicht packen wir das irgendwann nochmal in irgendeine Form oder irgendwas rein. Vielleicht noch mal eine Sonderfolge dazu zum Thema vielleicht. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Genau. Da kann man sich dann noch ein bisschen besser darauf vorbereiten. Ich habe auch noch jemanden da in der Hinterhand, den könnte man mit einladen, der zum Beispiel auch das Thema Wirtschaftsinformatik und so weiter, da vielleicht noch ein paar Einblicke bietet. Deswegen also dieses ganze Thema selbstständig und ITler und so und vielleicht auch nochmal einen anderen Geschäftsführer von einer anderen Firma mit reinnehmen, wäre vielleicht auch nicht uninteressant. Was vielleicht auch noch eine Sache ist, weil hier auch vom Titel geschrieben wurde, er ist ja in dem Sinn Kai ITler, also von daher. Ja. Genau. Dann kommen wir mal gleich zur nächsten Frage. Weiterhin zum altvorderen Rat aka Steffen. Mich würde mal interessieren, welche Dinge, Eigenschaften Steffen am meisten bei Mitarbeitern, Azubis oder Praktikanten nerven. Ich selbst bin jetzt seit einiger Zeit in einer Führungsposition und bin sehr gespannt auf Steffens Erfahrung. Ich finde es halt interessant, was wir für Zuhörer haben. Das meine ich jetzt nicht negativ, aber dass da halt jetzt trotzdem einige Leute dabei sind, die halt da irgendwie so in, ich will nicht sagen, auf der gleichen Ebene, weil ich denke ja nicht in Hierarchien. Das ist ja, das ist ja auch was, was, was glaube ich, meine Leute, die mit mir zusammenarbeiten, recht schätzen, dass ich halt versuche, Hierarchien komplett erstmal rauszulassen. Ja, was nervt mich? Also was mich, wo mich Leute auf die Palme bringen, sind halt so Sachen, wenn von vornherein gleich, das kann ich nicht. Das ist so das, wo ich halt, weil ich meine, wenn ich jetzt, ich bin halt jemand, ich habe mir sehr viel selbst angeeignet in vielen Bereichen und wenn ich dann jedes Mal höre von jemandem nach zwei Sekunden, das kann ich nicht. Du hast es noch nie mal richtig angeguckt. Das ist sowas und auch dieses sofort aufgeben, das ist halt einfach nicht mein, so bin ich halt nicht so und deswegen regt mich das halt auf. Was mich halt auch aufregt, ist halt so Unzuverlässigkeit, also da bin ich halt typisch deutsch irgendwie, wenn halt Leute, wenn du halt absolut dich nicht auf die verlassen kannst. Es gibt irgendwelche Termine und wenn sie dich dann halt auch noch nicht mal informieren, dass es halt, ich meine, wenn jemand sagt, pass mal auf, der Termin ist, eine Woche vorher, der Termin ist viel zu knapp, können wir den noch eine Woche nach hinten schieben. Dann ist es okay, dann kann man vielleicht in den meisten Fällen kann man da eine Lösung finden. Aber es gibt halt eben Leute, die schaffen das wirklich bis zum Tag vorher, dass sie dann sagen, so jetzt schaffe ich das nicht. Aber wenn halt schon absehbar ist, dass es eigentlich alles viel zu schlecht läuft, dass der Termin nicht einhaltbar ist, dann muss ich doch sagen, pass mal auf, das ist halt was, was mich aufregt. Das ist aber auch aus meiner Sicht oftmals auch Problem von der Führungsperson, dass da eine viel zu hohe Hierarchie aufgebaut wird, dass der Mitarbeiter Angst hat, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, pass mal auf, das funktioniert nicht. Und das ist halt was, da müssen beide Seiten einfach funktionieren. Und ich suche eigentlich auch oft Fehler, nicht nur bei den, nur bei Mitarbeitern und Praktikanten, Azubis, wie auch immer, sondern ich suche die eigentlich auf beiden Seiten, weil ich habe neulich was gelesen und der Satz, den fand ich eigentlich sehr schlau, dass bei vielen Kündigungen ist eigentlich weniger der Job das Problem, sondern oftmals die Führungskraft ist einfach schlecht, warum Leute kündigen. Und dieser Satz, da ist so viel Wahrheit dran und deswegen, es gibt klar Leute, da muss man einfach sagen, irgendwann, die sind einfach für den Job nicht geeignet. Das ist bei Azubis manchmal so, wo man halt merkt, Mensch, der hat einfach den falschen Beruf ausgewählt. So, und das ist halt was, wo ich dann sage, da muss man aber auch dann offen sagen, Mensch, wenn das so ist, das ist ja keine Schande, das kann passieren und das passiert den Besten. Ich möchte hier niemanden angucken im Raum, aber es gibt ja auch Beispiele, wo man sagt, Mensch, der hat dann den Beruf gewechselt und dann lief es top und dann hat man gemerkt, okay, das ist wirklich was, da habe ich Bock drauf und dann brenne ich dafür und dann funktioniert es auch. Und ja, es ist schwierig. Also ich würde das, ich glaube, das ist jetzt schon fast damit beantwortet. Es gibt natürlich so, ja, so Eigenheiten, also wenn jetzt jemand zum Beispiel halt auch schlechter Zuhörer ist, wenn was erklärt wird, ist es halt auch schlecht und halt, aber das, was mich mit Abstand am meisten aufregt, ist halt einfach, dass ich werfe sofort irgendwas hin, weil es nicht von Anfang an klappt. Ich habe keine Motivation, mich da reinzufuchsen oder mich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen und das ist das, was mich halt eigentlich am meisten nervt und ja, ansonsten viele Sachen lassen sich halt einfach hinbiegen oder da kriegt man schon irgendwie eine Lösung gefunden, aber das ist halt was, das kann ich überhaupt nicht haben oder was halt auch schade ist, aber sowas kann man auch trainieren, das ist halt so das Thema, wenn Leute sich absolut schlecht selbst verkaufen, also wenn Leute, du weißt, die haben es drauf und da habe ich sehr viele Leute in meinem Umfeld, die haben es wirklich drauf, aber die tun sich absolut kleinreden, sie können nichts und so weiter und so fort und das ist halt auch was, was ich halt schlecht finde, aber sowas kann man trainieren, das ist jetzt nichts, was mich absolut abnervt, das ist halt, da ist jeder anders und das kann man alles trainieren, auch das Extrovertierte kann man auch trainieren, das glaubt mir immer niemand, wenn ich sage, dass ich früher total schüchtern war und erst durch YouTube, durch Kurs O4U eigentlich so auf Leute zugehen gelernt habe und so mich in der Öffentlichkeit halt einfach, also mir macht das mittlerweile nichts mehr aus, wenn ich da ein Security-Training vor 200 Leuten mache auf einer Bühne, ist mir scheißegal, mache ich mittlerweile, das ist einfach mittlerweile so eine gewisse Professionalität, da kann ich umschalten und das kann man alles lernen, deswegen sehe ich das alles als nicht so schlimm an und deswegen wichtig ist, die Leute müssen lernen wollen und dann geht so vieles und das ist aber auch eine Sache, da muss auch die Führungskraft dahinter stehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich denke, auch wenn die Frage an mich gestellt war, habt ihr vielleicht Sachen, die ihr vielleicht noch, weil ich meine, es ist ja nicht nur mein Podcast hier, das ist ja unser Podcast. Ja gut, dann grätsche ich da nochmal mit rein. Was mir jetzt am Anfang zumindest von der Ausbildung aufgefallen ist, war ein Kollege von mir, der, okay, das war jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, familiär oder insgesamt erfahrungsbedingt, bei dem war es immer so, wenn ich behauptet habe, ja, ich mache es gleich, weil ich halt noch eben gerade an was programmiert oder so habe, war es so, ja, nee, mach es jetzt und das ist halt was, wo zumindest auch beim Programmieren für mich gar nicht ging. Also es ist so, okay, ich habe jetzt gerade den Gedankengang, ich brauche wirklich noch fünf Minuten, um ihn fertig zu machen, dann schaue ich mir das Zeug gleich an. Guter Punkt, den habe ich vergessen, ja, das ist echt ein Punkt. Und das war was, wo ich halt, jedes Mal bin ich da innerlich, da habe ich mir gedacht so, aber, ja, man hat sich halt dann doch, was weiß, gefügt und dann halt schnell das andere mal mit reingemacht. Ja, das ist auch eine schlimme Eigenschaft, wenn Leute irgendwas haben und gehen zu jemandem hin, ob das jetzt ein Chef ist oder ein Kollege ist, genauso schlimm, weil ein Chef kann vielleicht manche Tätigkeit noch mehr unterbrechen, als jemand, der zum Beispiel gerade programmiert oder irgendwas und die glauben, wenn sie jetzt auf der Matte stehen, dann muss dieses Problem sofort angepackt werden, gelöst werden und so weiter. Es gibt sicherlich Probleme oder Störungen oder irgendwas in der IT, da ist es möglich, da ist es vielleicht sinnvoll, aber wenn es irgendein Kindgerlitzchen ist und vor allem irgendwas ist, was derjenige vielleicht schon wochenlang aufschiebt und dann wird es auf einmal brenzlig, einen Tag vorher kommt er dann zum Kollegen und dann muss es sofort passieren, das ist halt was, was halt wirklich nervt gebe ich dir vollkommen recht. Oder vielleicht auch noch eine Kleinigkeit, aber die ist mir persönlich, ich glaube, ein bisschen nur einmal passiert, ist so, wenn du einen Arbeitskollegen gerade auf dem Klo triffst und dann so, ja, wie war denn jetzt das Problem? Und das ist halt dann so der Moment, nee, geht auch gar nicht. Durch die Wand am besten, durch die Trennwand auf dem Pod. so in etwa. Ja, David, hast du noch was? Ja, ich sage jetzt mal mit dem, irgendwie wird knapp mit der Deadline und dann kommt jemand zu dir, was unbedingt auch gemacht werden, habe ich gefühlt im Alltag mit diversen Großprojekten, die es nicht auf die Reihe bekommen, irgendwelche Planings machen, irgendwelche Zeiten irgendwo reinpinseln und dann Freitag, 16 Uhr, muss das noch gemacht werden und dann machst du es und dann geht es in die Hose und dann bist du nachher der Depp. Weil von denen ist keiner mehr da, das ist auch ganz oft immer so. Und das, was du eben gesagt hast, das ist auch eine Sache, die mich stört, dass viele Leute halt immer dann, die versuchen es erst gar nicht so. Es ist halt gleich so, das mache ich nicht, weil das kann ich nicht, das habe ich dann noch nie gemacht. Und da auch so ein Spezialkollegen bei mir ein paar Büros weiter, der ist immer so, der schickt dir eine E-Mail und sagt, ja, da ist Fehler, kümmert euch mal drum. Da habe ich ihm halt so geschrieben, wenn ich keine Infos habe, kann ich mich nicht drum kümmern, weil er gibt mir gar keine Infos. Er hat mir halt nur geschrieben, ja, da, guck mal. Und das ist so eine Sache, die mag ich auch überhaupt nicht. Weißt du, wenn jemand sagt, okay, er hat sich wenigstens mal 15 Minuten den Kopf zerbrochen und geschaut und sagt, ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll, ist das was anderes. Aber dieses, ich werfe es mal über einen Zaun, irgendwer wird es schon machen, das passt halt nicht zu diesem Thema Ende-zu-Ende-Verantwortung, was bei uns in der Arbeit eigentlich gelebt werden soll, wo du dann sagst, ja, also weiß ich nicht, du kannst nicht einfach sagen, hier, da kümmere sich wer anders drum. Und das finde ich halt zum Kotzen, deswegen, also da irgendwie mal dranbleiben. Ich weiß noch, wir haben mal wegen einer Monitoring-Lösung gefühlt zwei Abende auf den Putz gehauen, Steffen. Ja. Und das hat nicht geklappt, aber es hat uns klüger gemacht und wir wissen, dass wir den Scheiß nie einsetzen werden und wir hatten keine Ahnung davon, außer von Linux und Web-Servern und wir haben es trotzdem nicht hinbekommen. Und dann ist es ja auch okay. Manche Sachen musst du nicht können, manche Sachen kriegt man halt nicht hin. Ja, wir haben ja jetzt eine Lösung. Ist halt nicht das geworden, was wir am Anfang haben wollten, aber wir haben jetzt eine andere Lösung und das ist halt auch was, so Kreativität, um halt einfach Probleme zu lösen. Und aus sowas wächst es ja eben darauf. Wir haben gesagt, okay, ist halt nichts und das ist ja nicht schlimm, wie du schon gesagt hast, Scheitern gehört auch dazu. Man muss auch in der Arbeit Fehler machen, man muss mit den Fehlern auch richtig umgehen, weil sonst bringt es nichts, weil Fehler vertuschen und dann nach dem Motto, war ja nie was, ist es auch Mist. Ja. Nee, also das ist auch sowas, was ich irgendwie, das ist überall so das Problem, dass halt Leute gibt, die halt irgendwie versuchen, schnell irgendwas weg von sich zu bekommen und teilweise halt wäre das wahrscheinlich, wenn man sich mal fünf Minuten damit beschäftigt hätte, dann wäre das Problem gelöst. Aber man ist halt zu faul oder was weiß ich, man denkt halt, ach, da gebe ich es halt irgendeinem anderen Kollegen. Das ist halt asoziales Verhalten. Einer macht es schon. Einer wird es schon machen. Das ist halt richtig assi und das ist halt, und das ist halt auch wieder was, wo eine Führungsposition oder eine Führungskraft, die müsste da halt auch versuchen, sowas irgendwie einzudämmen, auch wenn es schwierig ist, aber ja, das ist ein Thema, das muss halt von der Führung kommen und das ist halt oftmals schwierig. Gut, aber wir machen weiter, sonst kriegen wir nämlich Probleme zeitlicher Natur. Okay, dann die nächste Frage wird kürzer. Sind euch eure ersten Videos mittlerweile peinlich? Also ich sage mal so, ich habe da einen Spruch, wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich habe doch da irgendwo mal einen Spruch gelesen, den haue ich jetzt raus. Wenn dir dein erstes Produkt und das Video ist ein Produkt, nicht peinlich ist, dann bist du zu spät in den Markt gegangen. So, und das ist einfach der Punkt, den ich, wo ich sage, das finde ich eigentlich, das passt eigentlich. Wenn wir jetzt gewartet hätten, bis das Produkt perfekt ist, also das Video perfekt ist, dann hätten wir 10.000 Videos erst mal machen müssen. Zig Jahre wären ins Land gegangen und deswegen manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn die ersten Produkte nicht so gut sind und vielleicht auch peinlich sind. Wobei, so richtig peinliches Zeug ist gar nicht mehr online. Also, es sind sicherlich noch Sachen dabei, wo man sagt im Nachhinein, mein Gott, das war halt damals die Zeit und das war halt damals, also Airquotes damals. Aber ich meine, wir machen ja YouTube seit 2008 oder so, 2008 oder 2009. Von daher, das ist halt ganz andere Zeit. Also, das merkt man ja allein schon gesellschaftlich, was sich da mittlerweile bewegt hat, da liegen halt Welten dazwischen und da sind sicherlich auch Sachen gefallen, die man heute so wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Aber gut. Habt ihr, sagt ihr, total peinlich, so die ersten Videos mit Course for You? Ich würde jetzt weniger sagen, peinlich, als dass man halt einfach noch jünger und unerfahrener irgendwo war. Es ist halt genauso, wenn man sich, keine Ahnung, die Kinderfotos oder die Jugendfotos von einem anguckt, da denkt man sich, ach, meine Fresse, was habe ich denn damals für Mist gebaut? Ja. Ja, also, wie ist halt wirklich peinlich, nett. Es sind klar Sachen, die man jetzt vielleicht so nimmer unterstützt, wie man sie früher immer gesagt hat. Ja, ja. Vor allem, wir haben ja jetzt auch, also, das ist ja bei uns auch alles relativ, schon immer relativ seriös gewesen. Jetzt mal vielleicht so eine gewisse Gaming-Zeit vielleicht mal rausgenommen, wo halt Leute auch bei uns in unserem Team waren am Anfang, aber das ist halt auch wieder, du bist jung und unerfahren und heutzutage würde ich mir halt schon viel genauer jetzt mal angucken, wer macht denn für uns eigentlich Content? und das ist halt, damals war das halt so, mal war froh, dass überhaupt jemand da war, der mit Content gemacht hat und dann ist man da halt ein bisschen naiver auch und da waren dann halt auch Leute dabei, die halt für uns Content gemacht haben, wo ich sagen muss, da stehe ich jetzt nicht mehr so ganz dahinter, aber das war halt damals so, wir waren froh, dass das überhaupt jemand mit Content gemacht hat und es waren ja auch viele Leute dabei, also gerade die Leute, die, wo ich jetzt nicht mehr so dahinter stehe, die waren ja auch nicht lang bei uns dabei, die sind relativ schnell gegangen, weil sie gemerkt haben, das passt nicht und das war ja dann auch okay, weil, ja, also, deswegen muss ich ehrlich sagen, ja, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein Problem, was wir damals gemacht haben, naja. Ja, also bei mir noch kurz, so für YouTube-Videos tatsächlich nicht, also es gibt das eine oder andere Interview, was ich gemacht habe, unter anderem auf den Video-Days oder so, wo ich sage, okay, da, im Nachhinein würde ich es anders machen, vielleicht war ich auch abgelenkt. Ach so, ach so, das mit, es gibt so verschiedene, also, mit Julia zum Beispiel, sag mal, nennen wir es doch mal beim Wort. Aber das war auch, sagen wir mal so, es war auch tatsächlich schwierig, jemanden zu interviewen, der erstens da so war, plus zudem gleichzeitig noch Autogrammkarten, da schrieben man sich um seine Fans kümmert. Ja. Und ansonsten, was ich lustig fand, was mir, naja, peinlich nicht, aber du hast mich mal interviewt im Alten Botanischen Garten in München, zum Thema Kurs auf die Jungen, wo sehen wir uns in zehn Jahren. Und das hat mein jetziger Arbeitgeber bei meinem Bewerbungsgespräch gesichtet und mich dazu fragen, aus dem Video, die ich beantwortet habe, gefragt und damals habe ich gesagt, ich will irgendwas mit Medien machen in die Richtung Mediengestalter oder was auch immer. Und die meinten so, ja, warum bewerben sie sich denn jetzt in einer IT-Bude, wenn sie sowas machen wollten? Und ich so, hä, woher habt ihr die Infos? Da muss man halt auch wissen, dass sowas von einem im Netz steht. Ja gut, aber das war ja jetzt auch nicht wirklich peinlich. Ich meine, man kann ja dann sagen, okay, das Video ist zehn Jahre alt gefühlt. Ich habe mich weiterentwickelt, habe mich anders. Das tut sich ja das, genau. Genau, aber ich meine... Also ich, peinlich habe ich tatsächlich nur Sachen, die ich nicht mit Curs of You gemacht habe. Das sind Videos, die gibt, die waren auf MyVideo früher online. Dann ist ja diese Plattform irgendwann von, was hat das, ProSieben oder auch immer, die haben das noch aufgekauft. ProSieben Sat.1 Gruppe, ja. Das Zeug ist alles weg, aber die Videos habe ich tatsächlich noch. Das weiß ich noch. Das kann ich jetzt auch offen sagen, das kann jeder mehr sehen. Das war das mit meiner ersten Digicam. Ich habe mir aus Lego-Technik eine Brille gebaut und habe die Witze aus dem Heft vorgelesen, aus diesem Hausaufgabenheft und habe da schlechte Witze gemacht oder ich habe halt mit Lego-Figuren Trickfilme gemacht und die synchronisiert. Die waren auch auf MyVideo online, aber das ist noch mal was ganz anderes. Ja, gut. Also ich sage mal so, das sind die Anfänge halt. Ja, wenn, also jeder, der irgendwas mit Medien macht oder wenn es nur Hobby-mäßig ist, der hat ja komische, der hat wirklich teilweise komische Sachen gemacht. Ich habe auch Videos, die ich nie irgendwo hochgeladen habe. Wir hatten hier auch mal vor im Ort so, ja, so eine Folge, so Polizei ermittelt, so K11-mäßig, so auf billig angelegt oder so Lenz und Partner für Arme. Und Lenz und Partner ist ja schon billig produziert, aber dann da noch mal selber einen oben drauf. Das war halt aus der Schulzeit. Da hatte man solche Ideen. Aber ich bin ganz ehrlich, das sind so Sachen, da lernt man draus. Und das sind auch Sachen, wenn ich das damals nicht gemacht habe, hätte mit ein paar Kumpels, dann wäre ich nie auf das Thema Video gekommen und YouTube und was weiß ich alles. Dann hätte ich nie gedacht, okay, jetzt drehe ich mal YouTube-Videos oder Videos allgemein. Und na ja, die ersten Folgen bei Kurs of You, wir hatten ja früher mal vor, da war ja auch noch besagter Nico mit im Team. Und wir hatten da ja vor, ein Format zu kopieren. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Das kann ich auch offen sagen. Das war das CT-TV-Magazin. Das wollten wir kopieren und da oben noch einen Ticken Gaming oben draufsetzen. Das war so die Idee. Und das Lustige ist halt, und das ist auch irgendwie absurd, durch meine Tätigkeit mit Kurs of You habe ich jetzt direkt Kontakt mit dem Chefredakteur vom damaligen CT-TV-Magazin, mit dem Herrn Schnurer. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich mal mit meinem, ich sag jetzt mal Idol, dass ich mit dem mal irgendwo direkten Kontakt habe. Das ist halt auch irgendwie total krass. Und ja, und das habe ich ihm auch mal geschrieben. Ich fand das sehr ehrenwert, dass wir das damals kopieren wollten. War ja auch eine tolle Sendung. Also CT-TV-Magazin, damals im Fernsehen noch. Das war halt was Besonderes. Damals gab es noch IT-Themen im Fernsehen. Mittlerweile findet es gar nicht mehr statt. Ist viel zu anspruchsvoll. Das will ja keiner mehr sehen. IT im Fernsehen. Hallo, wo käme er denn da hin? Aber ja, anyway, also von daher, die Folge, die war ein bisschen Panne, aber damals hatten wir schon, damals war Windows 7 neu. Damals kam Windows 7 auf den Markt und da war dann schon so der erste Blick auf Windows 7. Und das fand ich schon irgendwie witzig. Also im Nachhinein kann ich darüber nur lachen. Und wenn es jemand sieht, mein Gott, wir waren damals in der Schule noch, also vielleicht 17. Jung, dumm und brauchten das. Oder noch jünger, 16, 15, 16. Und hatten kaum gutes Equipment, konnten uns keine ordentlichen Kameras leisten. Also wenn ich damals die Technik gehabt hätte, die ich jetzt habe, also da wäre ganz anderes Material hinten rausgefallen. Und was bei mir halt, was mir halt auffällt, ist halt auch, dass man sich krass wandelt in Bezug auf Ausdrucksweise, wie man Sachen beschreibt. Das ist halt, als Kind ist man da halt nicht so weit. Man hat nicht so einen Wortschatz, wie man vielleicht jetzt hat mit fast 30. Da ist man halt anders unterwegs. Da kann man Themen auch anders beschreiben. Und das klingt dann auch viel professioneller und schlauer, als man es damals gemacht hat. Ja, aber es ist alles zu seiner Zeit, sage ich mal. Ich würde auch vielleicht mal behaupten, man hat auch eine ganz andere Reife. Beziehungsweise auch einfach, wie du gewisse Dinge siehst, wie du mit gewissen Dingen umgehst und wie du was nach außen präsentieren willst. Ich denke mal, durchaus man sieht bei den alten Videos, die man noch finden kann, dass wir da noch jünger waren. Aber das ist im Grunde auch nichts anderes, wie halt bei jedem. Genau. Mit dem Wort schließen wir, würde ich mal sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Auch nochmal ordentlich Sprengstoff, die nächste Frage. Und zwar, was ist eure Meinung zu NFTs und dem Umgang von gewissen YouTubern, in Klammern Monte, damit? Wo fangen wir denn da an? Wollen wir erstmal, für die, die es nicht wissen, sagen, was ein NFT ist. Fangen du mal mit der Erklärung von NFT an. Wenn ich bitten darf. Genau. Also wir bewegen uns hier im Bereich der Blockchain-Kryptowährung grob überspannt. Es geht um NFTs, das sind Non-Fungible Tokens, also ein kryptografisch eindeutiges, unzerteilbares, unersetzbares, überprüfbares Token. Das ist ein bestimmtes Gegenstand, also digital oder physisch, repräsentiert in einer Blockchain. So, und in dem Fall, die meisten NFTs, die so bekannt sind, wir reden halt davon, zum Beispiel Kunstwerken, Bildern oder so, das ist so das, was am geläufigsten für die meisten ist, aber das kann eigentlich alles sein. Das kann zum Beispiel auch sein, wir könnten auch aus dem Podcast ein NFT machen und dann könnte jemand diesen NFT halten und nur er ist dann quasi der Eigentümer darüber, kann darüber bestimmen, was passiert damit und so weiter. Also das so ganz grob überspannt. Das Absurde ist aber halt auch bei digitalen Gütern, und das ist ja so wie bei Kunstwerken auch, die kann ich halt trotzdem kopieren. Also ein NFT schützt ja nicht davor, dass jemand den Podcast, zum Beispiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, den Podcast ript und weiter verbreitet oder was auch immer. Also ich habe zwar dann das Ur-File, das Original-File kann beweisen, dass ich das Ur-File habe, aber im Prinzip schützt mich das ja nicht davor, dass es weiter verbreitet wird und bei digitalen Gütern ist es halt irgendwie, wie soll ich sagen, für mich schwierig, aber ich bin da auch kein Kunstliebhaber oder so für NFTs. Für mich ist es halt schwierig zu glauben, dass jemand diesen Wert halt in Zukunft auch noch bezahlen wird. Und da kommen wir dann halt auch wieder in dieses Thema Falle rein, aus meiner Sicht, weil ganz ehrlich, ich meine, nur weil ich jetzt für den ersten Tweet auf Twitter, der hat vielleicht noch einen symbolischen Wert oder das ist vielleicht noch was Besonderes, aber um jetzt mal auf Monte oder andere YouTuber zu kommen, das sind ja dann teilweise irgendwelche komischen Affenbilder und was weiß ich, Avatar-Bilder, dass da mir jemand irgendwann den Wert wieder rausgibt, das ist halt so. Und bei den YouTubern kann man doch sagen, naja, scheißegal, wenn da mal 10.000 Euro weg sind oder mehr, die haben es ja, aber wenn dann irgendwelche Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsenen, wenn denen erzählt wird, was weiß ich, irgendein Azubi oder jemand, der gerade fertig ist mit der Ausbildung, hey, werf mal da dein Erspartes hier in NFTs, sind voll geil, du kannst da irgendwann richtig fett Geld rausziehen und dann in ein paar Monaten will keine Sau mehr dafür Geld bezahlen, dann ist das schwierig. Und für mich ist halt auch schwierig bei der Thematik, bei Kunst oder bei irgendwelchen Gegenständen, die es schon Jahrzehnte, Jahrhunderte gibt, da kann man ja, da gibt es eine Szene, da kann man Experten fragen, bei Antiquitäten zum Beispiel auch, da weiß man, was für ein Wert steckt dahinter, was würden Leute dafür bezahlen, bei NFTs ist alles noch total offen, das macht die Sache natürlich sehr sexy für Spekulanten, definitiv, aber um da Geld anzulegen, wäre das absolutes Letzte, was ich, da würde ich wahrscheinlich noch eher in irgendwelche russischen Unternehmen jetzt Rubel reinstecken, bevor ich mir NFTs hole, also auch keine Anlageberatung, nicht, dass da irgendjemand sagt, hier Podcast hat gesagt, keine Anlageberatung hier, wir sind alles keine Finanzexperten und wir dürfen euch auch nicht beraten, weder juristisch noch in der Anlage, aber für mich sind NFTs halt echt schwierig und ich bin da kein totaler Feind davon, weil ich sage mir, wenn jemand genügend Geld hat, kann das Risiko einschätzen, ist Herr seiner Sinne, von mir aus kann, dann können die Leute Millionen in irgendwelchen Bullshit stecken, da bin ich zu viel marktwirtschaftlich unterwegs und kapitalistisch unterwegs, dass ich sage, ey, völlig egal, wenn jemand viel Geld hat und möchte das irgendwo verballern, dann soll er das bitte verballern, aber ja, ich sehe halt da keinen Wert dahinter und ich finde es halt schlimm, in dem Fall mit Monte, dass halt da Leute dazu verleitet werden, die halt keine Millionen auf dem Konto haben, die halt ihr Erspartes dafür aufbringen und es ist eigentlich absehbar, dass das Geld weg ist und das ist halt einfach für mich so heftig, aber was sagt ihr dazu? Ich möchte mich da jetzt komplett vordergründchen. Ja gut, dann gehe ich mal nochmal bitte rein. Sehr gerne. Ich muss die Sache dazu auch wieder sagen, ich bin der Meinung, dass man das auch wieder so ein bisschen spalten kann, muss. Also einmal die Technik hinter dem NFT-Sachen, für was sie jetzt nur im Nachhinein noch gut sein wird oder gut ist, ist die andere Frage, ob man damit halt irgendwie einen, ich sage jetzt mal einen Watermark oder für irgendwas, für irgendwelche Software oder so noch einrichten kann, die dann für irgendwas später vielleicht mal gebraucht werden kann, muss man sehen, wie es bei rumkommt. Die Kunstsache, okay, dazu kann man dann auch wieder sagen, weil du jetzt gemeint hast, an Dikivitäten gibt es irgendwelche Experten, dann moderne Kunst ist dann aber auch wieder was anderes, da gibt es dann, in dem sind auch wieder keine Experten davon, wer da für Millionen ausgeben will und die hat, soll das bitte gern machen. Genau, so sehe ich das ja auch. Und weil du jetzt auch gemeint hast, insgesamt der Handel mit NFT, das sehe ich danach eher so ein bisschen, es ist Spekulation, also wenn irgendjemand genug Geld hat und damit spekulieren will, also Banker finden oder Anlage, Menschen, Anlagehaie finden für immer irgendwas, an dem sie schnell Geld machen können. Das ist richtig, aber hier werden ja, Nee, nee, warte, warte, dazu kommen, Halt, Stopp. Ja, halt, Stopp, jetzt rede ich. Ja. Nee, dazu wollte ich jetzt noch kommen, aber wenn es dann wirklich um so ein, ja, Schneeballsystem, aber um diese, diese, ich sage jetzt mal, aktive Werbung gemacht wird, an Leute, die halt damit sich nicht auskennen und so auf die Art von irgendwelchen Celebrities, da jetzt mal plötzlich angepriesen wird, ey, Leute, kauft das und ihr werdet reich so auf die Art, das ist dann was da, Obacht, ganz, ganz böse Obacht, aber ich muss dann auch, vielleicht bin ich da einfach nur ein bisschen zu paranoid, aber bei sowas, da haut es bei mir sämtliche Alarmglocken raus. Oder wir werden zu alt. Ja. Ist vielleicht auch ein Problem. Also, ich steige mir auch noch mal kurz ein, ich bin ja, was Kryptowährungen, Kryptoteam und Blockchain-Technologie angeht, ich sage einfach, ein bisschen mehr investiert oder habe zumindest da auch ein bisschen mehr mit zu tun, beschäftige mich damit und was mich eigentlich am meisten daran stört, ist die Technologie ist die eine Sache und wie ihr schon beide gesagt habt, es gibt Für und Wider für diese ganzen Sachen, für NFTs, für auch viele Kryptowährungen, was auch immer, aber was mich halt stört an der Sache, ist dann gerade solche großen YouTuber, die ihre Reichweite nutzen, da unwissende Leute zu einem Produkt, sage ich mal, zu drängen, worüber sie keine Ahnung haben und das ist halt das, was mich am meisten stört, weil, also das ist halt immer, ich bin jetzt mal so frei, mache mal ganz kurz ein bisschen Schleichwerbung für einen großen YouTube-Kanal, der sehr gut informell über diese Krypto-Themen aufschlaut, da kann ich den Roman, den Blog-Trainer empfehlen, weil der auch immer sagt, der sagt auch immer ganz klar, er gibt keine Empfehlungen, er möchte nur informieren über diese ganzen Themen, weil er nämlich auch sagt, es ist genau dieses Schlimme, die Leute, irgendwer will dir immer irgendwas verkaufen, sagt, investier da rein, du hast dein Geld in fünf Tagen wieder raus und er hat gesagt, spätestens in dem Moment ist es halt einfach so, dem geht es nur darum, dass er was in die eigene Tasche bekommt, weil er über irgendwelche Referral-Links oder was auch immer Geld verdienen kann und das ist halt ein großes Problem, die Leute geben dann Geld irgendwo aus, danach ist es weg oder sie haben keine Ahnung, wie benutze ich eine Wallet oder was auch immer, lassen den Scheiß auf der Börse legen, die wird gehackt oder so und das sind diese Themen, weißt du, wenn jetzt ein großer YouTuber sagt, okay, er hat da irgendwie ein cooles Projekt, er erklärt das ausführlich, führt die Leute heran, dann könnte ich das ja noch verstehen, dann könnte ich sagen, okay, pass auf, das ist gut aufgebaut, die Leute werden da nicht wie irgendein Scam reingeschickt, aber das ist halt für mich wie diese typischen, keine Ahnung, Multilevel-Marketing-Schneeballsysteme schon fast, das ist eigentlich auf der gleichen Schiene, weil am Ende gewinnt eigentlich immer nur der, der oben am Kopf steht und das stört mich halt so wahnsinnig daran, unabhängig davon, dass die Technologie oder der Nutzen teilweise sehr sinnvoll sein kann oder für bestimmte Anwendungszwecke eben auch. Ja, das ist ja auch, Schneeballsystem ist ein gutes Stichwort, weil zum Beispiel diese Börsen, wo diese Avatar-Bilder gehandelt werden, die werden ja auch künstlich durch Affiliate-Marketing und so weiter, werden dann irgendwelche Sachen hochgepusht und also auch das gegenseitige, wieder weiterempfehlen und so weiter, wird da auch gepredigt und wird da auch angeboten und das macht die Sache halt dann auch eben schwierig und zu einer gefährlichen Sache, sage ich mal und deswegen, also ich möchte das Thema jetzt nicht zu sehr aufblasen, weil die Zeit haben wir nicht, aber ihr merkt schon, also wir sehen, das differenziert die Technik, können wir eigentlich zusammenfassen, finden wir alle spannend, also sowas ist immer auch Kryptowährungen, super spannend, blöd wird es halt dann, wenn Leute da irgendwie ein Produkt drauf schnallen und dann vielleicht noch irgendwelche YouTuber instrumentalisieren, die gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich verkaufen und bei Monte würde ich mal, ich will ihnen nicht mal irgendwelchen Vorsatz unterstellen, will ich sowieso nicht, weil also der kann sich gute Anwälte leisten, deswegen will ich da sowieso gar nichts unterstellen, aber ich glaube halt, dass Monte persönliche Empfindung, dass er da überhaupt nicht weiß, was er da eigentlich macht und was er da überhaupt anbietet und da gab es ja auch das Thema, dass er da irgendwie so einem, ja, NFT-Künstler mit Nazi-Hakenkreuz oder so, da hat er ja auch schon mal was gemacht, wo er auch schon kritisiert wurde dafür, also es ist ganz schwierig, ich glaube, dass der oftmals einfach sehr naiv an die Sachen rangeht und irgendwie da was anbietet und natürlich sieht er auch seine eigene Kohle, aber ich glaube jetzt nicht, dass das im Vordergrund steht, weil der hat eigentlich ausgesorgt, also ich glaube, Monte muss sich da nicht mehr so die großen Gedanken machen, dass er jetzt im nächsten Monat oder so unter der Brücke schlafen muss oder so, deswegen glaube ich, ist es halt einfach irgendwie, er beschäftigt sich damit nicht richtig oder versteht es vielleicht auch gar nicht. Naja, anyway, also lasst euch da nichts, keinen Quatsch aufschwatzen, bei uns wird es keine NFTs im Moment noch nicht geben und ich glaube auch nicht, dass da jemand dafür Geld ausgeben will, aber ja, man muss halt echt immer gucken, was da überhaupt sinnvoll ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Gehen wir zur nächsten Frage und zwar, was sagt ihr zum Skandal von Joe Rogan und Spotify? Ja, ich mache es kurz, also ich habe noch jetzt nicht weiter in seine Show reingehört, er hat ja da eine Show und Podcast bei Spotify, wir hatten glaube ich in irgendeiner Folge, vergangene Folge, vorletzte Folge, über das Thema, wie wir zu Spotify und Podcast stehen, da hatten wir drüber geredet und ja, es ist ein schwieriges Thema, also ich bin da jetzt nicht so begeistert, also Leute, die halt wirklich aus der technischen Seite kommen und Podcast produzieren, die haben halt mit Spotify nicht viel am Hut und was halt Spotify macht, sie nehmen unseren Content und ja, und verdienen damit Geld und das ist halt einfach, aus meiner Sicht ist es ein bisschen blöd und vor allem das Ganze halt auch bei vielen Podcastern, ohne dass die vorher überhaupt gefragt wurden. Da irgendwo hat Spotify im Internet den RSS-Feed gefunden und dann wurde der da reingeschoben und dann kann jetzt Gott um die Welt den Podcast hören auf Spotify und Spotify schaltet da vor Werbung und verdient damit Geld und auf der anderen Seite gibt es solche Leute wie Joe Rogan, die halt jede Menge Kohle bekommen im Millionenbereich, dass die ihren Podcast exklusiv auf der Plattform machen und das macht halt aus meiner Sicht unabhängig, ob das jetzt ein Joe Rogan ist oder ob der Jan Böhmermann heißt oder sonst wie, macht für mich halt die Plattform recht unsexy und unattraktiv, wobei ich sagen muss, bei Musikstreaming bin ich absoluter Spotify-Fan, ich habe selber auch Spotify, weil es aus meiner Sicht halt im Moment die einzige Plattform ist, wo man wirklich sinnvoll sich Musik streamen kann, weil das andere Zeug, ob das ein Apple Music ist, ein Amazon oder sonst was, alles Rotz ist, vielleicht dieser ist vielleicht noch okay, aber dann hört es auch schon auf und ja, aber ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil hier sich Spotify halt den Content von anderen Leuten klaut und darauf Werbung setzt und damit Geld verdient und das ist halt ein bisschen fragwürdig, aber was ist denn eure Meinung? dann gehe ich mal dazu, weil ich habe mir ja schon mal was darüber durchgelesen und also es geht wohl darum, dass ein Musiker sich sein Content von der Plattform zurückgezogen hat, weil halt eben Joe Rogan, drücken wir es mal vorsichtig aus, sehr konservative bis hin zu verschwörungsmythische Theorien und Content abliefert und der wo und bei ihm wohl auch sehr kontrovers seine Themen diskutiert werden und es wohl darum ging, dass man eben über Spotify nicht möchte, dass solche oder dass einige Künstler nicht möchten, dass solche Dinge eben über Spotify oder mit auf ihrer auf der Plattform, wo sie auch selbst Musik hosten, drüber mit verbreitet werden. Bin ich jetzt, aber ich glaube, da habe ich schon oft genug was dazu gesagt, das Ganze sehe ich jetzt eher so gespalten, da Spotify im Nachhinein immer nur die Plattform ist. Hier ist es aber was anderes, sorry, dass ich reingrätsche, aber hier kriegt ja Joe Rogan Millionen dafür, dass er diese Show produziert auf Spotify, für Spotify exklusiv. Hast du auch wieder, ja gut, hast du auch wieder recht. Damit ist dann schwierig zu sagen, ja gut, ja, nee, damit muss man dann, muss ich dann auch wieder sagen, okay, dann müsste man entweder sagen, okay, dass man halt eben der Corporate, also der Corporate-Richtlinie dann doch eher die Treue schwören muss. ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel für die Firma, für die ich normal arbeite, wenn ich da jetzt irgendeinen Öffentlichkeitsauftritt machen kann, kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, ey Leute, so und so ist das jetzt eigentlich super und dann tritt mir irgendwie die Kniescheiben ein, weil man eben gegen die Corporate-Identity sei es mal. Aber das ist, glaube ich, eh so ein bisschen diese Doppelzüngigkeit der Moderne, dass man nach außen immer ganz gern sehr divers und ach, wie toll sind wir doch und grün und divers und wir halten uns alle am Händchen, aber oder kleben uns auf die Straße mit dem Kuchenkleber. aber sobald dann mal die Geldkoffer fließen, ganz schnell mal die Diversität im Hinterhof. Also ich will noch mal abgeschoben wird. Also von daher, ja. Ich will noch mal eine Quelle heranführen, die New York Times schreibt, Joe Rogan hat mindestens 200 Millionen US-Dollar gezahlt bekommen, dass Spotify daraus einen Exklusiv-Podcast gemacht hat. Und das ist halt allein jetzt mal unabhängig von dem Inhalt der Show, der ja scheinbar auch teilweise sehr fragwürdig ist und was halt auch überhaupt nicht, wenn du mich fragst, Spotify ist ein schwedisches Unternehmen und die Schweden sind ja schon sehr liberal und so weiter, da passt sowas eigentlich nicht dazu. So, das ist das eine und das andere ist halt auch, es ist halt richtig asozial gegenüber den anderen Podcastern, die den, also mit denen ja Spotify eigentlich auch wirbt, weil wahrscheinlich, ich würde mal so weit gehen, klar, diese Exklusiv-Podcasts, die werden gehört, definitiv, aber wahrscheinlich 90% der Leute hören mindestens noch einen anderen Podcast, der nicht exklusiv ist, wo der Macher dafür gar kein Geld bekommt von Spotify oder sie kommen gar nicht auf die Plattform wegen Joe Rogan oder so, sondern wegen jemand anders und damit verdient Spotify dann auch noch Geld. Das heißt, sie werfen da so jemanden Geld hinten rein, äh, um damit andere Leute zu ködern vielleicht noch, ähm, aber in Wirklichkeit die Arbeit machen, die anderen Podcaster und das soll jetzt nicht irgendwie Geld geil, ich meine, wir strahlen ja auch über, wenn ich wollte, könnten wir den Podcast von Spotify runternehmen, also nicht, dass jetzt jemand denkt hier, der Kolb will da unbedingt Millionen mit seinem Tech Talk auf Spotify machen, ist mir völlig wurscht, mir geht's einfach nur um das Signal, was Spotify an die Content Creator sendet und das ist halt einfach scheiße, das ist halt, da wird so ein Idiot bezahlt, der scheinbar halt auch sehr fragwürdigen Content produziert und der kriegt 200 Millionen und die anderen Leute, die gucken in die Röhre und es gibt auch Leute, die wollen gar nicht, dass ihr Podcast auf Spotify läuft, ähm, der wird dann einfach genommen und da gibt's einen Podcast, äh, der auch im Tech-Bereich unterwegs ist, die wollten gar nicht auf Spotify, dann hat irgendwie ein Zuhörer den RSS-Feed bei Spotify eingereicht und die haben gesagt, jo, alles klar, nehmen wir mit auf und jetzt sind sie da im Katalog mit drin und verdienen mit diesem Podcast auch Geld. So. Ist sehr fragwürdig, auch wenn ich Spotify wirklich täglich benutze, weil ich sehr viel Musik höre, aber da stehe ich absolut nicht hinter, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, wollt ihr dazu noch was sagen, oder, äh, also meine Meinung dazu habe ich gut getan, von daher, ja, ich glaube, äh, ja David, äh, hast du noch irgendwas? Ich hab das nur so am Rande mitbekommen und wir sind glaube ich eh schon allein mit den Fragen jetzt mit einer guten Stunde dabei. Ja. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, ich glaube, die schneide ich auch dann hinten ran, aber das, äh, mal sehen, weil das, das ist nix, was man vorne am Anfang mit reinpackt. Gut, okay, anyway, wir machen jetzt mal zu mit unserer Folge. Ich hoffe, das war für euch mal wieder interessant nach so langer Abstinenz und wir versprechen Besserung. Ähm, ich möchte nochmal auf die Umfrage der Woche hinweisen. Das ist ein, wollte ich schon fast sagen, ein innerer Reichsparteitag. Das lassen wir mal lieber. Sonst rufen hier noch Leute an. Ey, der muss weg, der Kolb. Ähm, nee, mir ist es ein inneres Bedürfnis, ähm, dass ihr uns mal sagt, wie sollen wir in Zukunft den Podcast gestalten? Sollen wir den aufteilen in zwei Teile und dann an zwei verschiedenen Tagen veröffentlichen? Und das würde halt heißen, Part 1, aktuelle Themen, das wird als erstes veröffentlicht und im zweiten Part, äh, dann eben so allgemeinere Sachen und dafür dann halt eine kürzere Fassung, also jeweils vielleicht eine Stunde dann die Folgen und, äh, stimmt mal ab. Umfrage der Woche punktkursofu.com ist in den Shownotes überall verlinkt in den Apps und, äh, dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören und denkt an Abo, empfehlt uns weiter und bleibt uns gewogen. Vielen Dank und, ja, ciao. Servus. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, aber ich bin jetzt echt froh mit der neuen Wohnung. Ja, ist besser. Vor allem jetzt bist du im Erdgeschoss, oder? Vorher warst du nicht im Erdgeschoss, oder? Doch, ich hatte vorher hochpartiert. Das war ja ein konstantes Problem. Weil ich mit der alten Wohnung direkt am Bürgersteig gewohnt habe. Also wenn du bei mir die Fenster aufgemacht hast in einem Zimmer kaputt, hast du direkt auf den Bürgersteig rausgeguckt. Also der war wirklich direkt dran. Also kein Vorgarten oder Parkstreifen oder irgendwas dazwischen, sondern wirklich so. Und du hast ja, wenn du das Fenster aufgemacht hast, warst du halt ungefähr so auf Brust- bzw. Kopfhöhe von allem, was draußen vorbeigelaufen ist. Also die konnten so die richtig schön in die Wohnung reingucken. Also das war... Oh Mann. Und das ist jetzt so teurer. Also sprich, ich kann direkt reinlaufen. Aber halt... Also die Wand da hinten ist erdreich. Joa. So. Dann, glaube ich, bringen wir es mal zu Ende noch. Wenn ihr soweit seid. Ich bin soweit. Weil viel ist es ja nicht mehr. Das heißt, ich schenke mir noch kurz was ein. Und dann... Ja, siehst du. Ich habe schon gar nichts mehr zu trinken. Das geht es hier weiter. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute das jetzt überhaupt noch in ihrer Abo-Box sehen. Nachdem wir jetzt so lange nichts gebracht haben. Ist wahrscheinlich der YouTube-Algorithmus nicht mehr stimuliert. Fickt uns richtig. Da musst du halt den Algorithmus ein bisschen stimulieren. Ja, das wäre ganz gut. Gut. So. Was haben wir denn jetzt noch? Ach ja, das Thema Telekom-Zertifikat ist abgelaufen. Es war sehr peinlich. Für die Telekom. Dann, genau, Drachenlord. Computerspielpreis. Ja, gut. Ja, für den Computerspielpreis, da mache ich ein, zwei Sätze dann. Ja, das ist dann... Dann haben wir das gemacht. Und dann ist es gut. Wir hatten das Thema EU-Chat-Kontrolle. Da steht gar niemand drin. Ach so, ja, das mache ich dann mal. Da hatten wir ja auch grob schon mal drüber geredet. Da geht es ja im Wesentlichen darum, dass die Politiker jetzt Interessen hegen, auch in den Ende-zu-Ende verschlüsselten Chat-Verlauf mit reinzukommen. Und da gibt es jetzt eine Abstimmung im EU-Parlament. Wird noch interessant. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal wieder auf die Straße. Gut, dann würde ich sagen, mach mal weiter. Wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Ja. Anruf bekommen. Also jetzt muss ich kurz rausgehen, auf mein Auto warten. Nicht so wie auf dein Auto warten. Ja, ja, das war jetzt im Service, weil er hatte immer schlechten WLAN-Empfang. Ich so, was fährst du für ein Auto? Ja, ein Tesla Model 3. Ach ja, cool. Ja, und dann hat er halt gewartet. Dann sind die vorbeigekommen, das Auto gebracht. Und dann habe ich mit ihm noch eine kurze Tour gemacht. Und dann hast du mal so die Funktion ausprobiert mit irgendwie Lightshow und Furzen beim Blinken. Und was du nicht alles machen kannst für Funktionen. Ja, ja. Ja, ist schon cool. So ein bisschen angefixt hat er mich ja schon. Ja, es ist schon eine nice Geschichte. Aber das musst du halt auch finanziell wollen. Das ist halt leider das Problem. Das Problem ist halt bei Tesla immer, die Finanzierungs- und Leasingsdinger sind halt nicht so geil. Die sind echt, also auch Geschäftsleasing finde ich teilweise lohnt sich gar nicht. Nee, also wenn, dann machst du das lieber über einen Drittanbieter. Ja, ich bräuchte so eine Wiener gerade, weil ich komme nicht an den Touchscreen zum Fokussieren. Aber mit einer Wiener könnte ich ihn auslösen. Ja, ich dachte schon, Wiener. Das wäre auch geil. So mit einem Podcast packt er so eine Wiener aus, so eine Deutschländer und dann so, was machst du da? Maika macht das Wüstchen. Jetzt müssen wir natürlich dann da hinschauen, ob das mit einem veganen Wüstchen auch geht. Weil es ja eigentlich auf die Leidfähigkeit ankommt. Auf die Leidensfähigkeit? Nein, auf die Leid. Ach so, Leid. Leiden, dummer, eh schon, wenn wir hier einen Podcast machen. Das stimmt so. So Jungs, ich habe jetzt mal den Link. Ganz scharf bin ich nicht, ne? Na, egal, passt schon. Für Alina hat es ja gereicht. Ich wollte gerade sagen, für Alina hat es gereicht. Meine Haare sehen so scheiße aus, egal. Ja, also der gute deutsche Scheide. Also ich muss heute auch erst mal ein wenig kleben, weil sonst das hat es gemacht, was es... Steffen muss sich so das Toupet aufsetzen. Genau. Und dann warte ich gleich das Fenster auf, in seinem Asiagarden, dann wirft die gleich das Toupet weg. Ne, auf einmal bringt jemand eine Suppe gleich hier rein oder so. Wir haben ihn bestellt, es ist sauer, Hähnchen ist sauer. Nummer 43? Ja, 43 ist sauer. 43 wird extra scharf. Ja. Ne. Ich kann jetzt, okay, jetzt wird es gleich wieder rassistisch. Ich kann Asiaten nicht so gut nachmachen wie Ossis, das ist leider so. Und, äh, ja. Ich darf es dann gleich hier wieder jemanden, ah, der muss weg, rufen sie hier bei Kurs auf You an. Der Kolb, der muss weg. Der hat rassistische Vergleich gemacht. Ich wollte gerade sagen, die schauen dann eh so, weißt du, einer mit so einem Nazi-Scheil, der andere mit Glatze. Ne, ne, da kommt Thomas Gehornau ums Eck. Und der reißt dann mit seinem Geld den Steffen den Arsch auf. Ja. Das Dumme ist halt, was, ich meine, wenn ich jetzt bei einem Sender angestellt wäre, dann würde das ja funktionieren. Das Blöde ist halt, dass ich der Sender bin. Ja, das heißt, wenn jemand bei Kurs auf You anruft und sagt, der Kolb muss weg, weil der labert scheiße, ja, blöd, schwierig, geht nicht so einfach. So, ähm, ich schicke euch mal den Regieber. Ich gehe hier nur weg, weil er mir den Füßen zuerst rauskommt. Aber ich finde es immer noch so geil, dass unsere Telefonanlage einfach professioneller ist als von irgendwelchen Großfirmen. Ach ja, der Tobi hat es noch gar nicht gehört, aber das schicke ich mir dann mal. Klingt echt gut. Wir haben, äh, bei Kurs auf You Services haben wir jetzt von einem Synchronsprecher aus Köln haben wir die Telefonanlage, also jetzt nicht so aus Köln, so, äh, sondern... Schatz allein. Ja, so jemanden, der normal spricht, ne, also jetzt nicht so jemanden, der so ein bisschen nasal und, und... Der hat auch, als Referenz, hat der auch, äh, unter anderem, äh, Kölsche, Kölsch-Brauereien, äh, drin, Gaffel und so, glaube ich, hat er auch synchronisiert. Gaffel-Kölsch, wie das heißt, ja. Gaffel-Kölsch, ja. So, jetzt, auf, ach ja, auf dem, ähm, Tablet hatte ich ja immer die Regie, das mache ich auch heute wieder. Äh, hallo, hallo, und... Ich muss mal ganz kurz hier, warte, hast du das schon mit meinem Regie-Ding alles gemacht oder kann ich nochmal kurz das Video ausschalten? Ähm, du kannst das Video nochmal ausschalten. Oder umschalten kurz. Du siehst ja sowieso, ähm, die Regie, wenn du den Livestream aufmachst. Warte. Ich hatte nur jetzt mein OBS dazwischen gemacht. Because of the... Weil du's kannst. Weil ich's kann, genau. Und dann kann ich nämlich... Ich sollte vielleicht mal nochmal im Hintergrund... Hä, ist bei euch das, mein Firmenlogo jetzt auch invertiert? Oder ist es richtig rum? Nee, bei mir sieht's richtig rum aus. Das ist, ähm, ich glaub, das ist bei OBS absichtlich so, dass das, ähm, dass du dich so siehst, äh, wie du dich auch im Spiegel siehst, weil für dich persönlich das Natürliche ist. Ist halt sehr verwirrend, weil ich hab quasi links und rechts einen Bildschirm und die... Ich schau jetzt auf beiden Bildschirmen quasi zu mir hin. Das gibt so gar keinen Sinn. Ja, es wird erst gefährlich, wenn du schielen anfängst. Wenn du so mit einem Augen... Wenn du jetzt auf den Bildschirm schaust. Alles klar. Ich kann beides sehen. Ich bin... Ja, das ist schon... Dann crazy. Ich seh alles. Ja, aber du machst hier so einen Cyberpunk-Malstorm-mäßig, dass du irgendwie so acht Augen im Schalte hast. Er kann Maschinencode lesen. Ja, kann ich auch. Ach nee, das war was anderes. Das kann ich auch, aber den kann ich halt nicht verstehen. Ja, das war bei diesen schlechten Hacker-Filmen da. Who am I war das ja. Oh, das muss ich jetzt noch erzählen. Weil du gerade sagst, Who am I. Wir hatten durch das Ukraine-Thema, haben wir einen Krisenstab bei uns in der Firma. Und sie haben ernsthaft einen Screenshot aus Who am I, wo der Elias M. Barek vor diesen Matrix-Zahlen runterlaufenden Pseudo-Hacker-Ding-Screen steht. Haben sie das als Titelbild genommen für die Top-Story. Ich dachte mir so, ja Leute, also das Beste habt ihr nicht gefunden, oder? Das sah richtig scheiße aus. Ja. Warte mal. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal kurz pegeln. Pegel ist immer gut. Habe ich gestern den Forschungstechniker auch schon gesagt. Wollt ihr kurz sagen, wenn du, du brauchst ruhig mal ordentlich pegeln, dann. Alter, immer abkotzen. So, das gute, billige Kauflandwasser hier. Bisschen Product Placement. Und ich hoffe, ich habe alles beendet, was im Hintergrund irgendwas macht, was... Aber mit bisschen Glück, ich habe jetzt dann eh vor, wenn dann jetzt morgen hole ich meinen letzten, äh, meinen neuen Schrank. Also dann ist alles wohnungsmäßig bezahlt. Und dann, ich habe mir schon, äh, Audio-Interface mal, mal angelacht. Und da brauche ich eigentlich nur noch ein vernünftiges Mikro, dann muss ich mich mal mit beschäftigen. Ja, also da kann ich hier das Rode empfehlen. Oder wenn du sehr viel Geld hast, das SM7B. Ja, aber da brauchst du eine, also wenn du das keinen Nutzen willst, brauchst du eigentlich noch einen Vorverstärker tatsächlich. Ja, da habe ich mir schon, äh, habe ich mir schon angelacht. Also so ein Audio-Interface mit, äh, Vorverstärker und Shit. Mensch, was ist denn heute los hier? Er steckt an. Bin ich zu dunkel? Bin ich zu dunkel? Held gar eine, hellgansche Lungenfäule. Bin ich zu dunkel? Oder soll ich... Haha, das ist ganz falsche Frage. Das ist ganz falsche Frage. Wie gesagt, die Frage ist noch, äh, wollen wir halt bei mir hinten den Rollo offen lassen, wenn nicht, würde ich noch schnell aufstehen und dann runterlassen. Also die Hose nicht runterlassen. Also mich stört es hinten nicht, ehrlich gesagt. Das mit dem Schnee wirkt auch irgendwie ein bisschen interessant. Dann schreien die Leute, wir haben den Podcast im Winter aufgenommen. Ja, genau, und jetzt hast du eröffentlicht. Mir geht es halt nur darum, nicht, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Leute vor meiner Tür stehen und mir irgendwie... Meinst du echt, da können... Also, das ist doch hier der Zweite. Ja, gut, hast du auch wieder recht. Also, das ist doch nichts Besonderes. Äh, jetzt mal ernsthaft, bin ich wirklich zu dunkel? Oder soll ich mich heller machen? Nö, nö, das passt schon, denke ich, oder? Ja, ein bisschen heller würde ich schon... Ja, wenn du vielleicht Licht ein bisschen von... Im Vergleich zu uns beiden... Zumindest Licht ein bisschen von vorne. Ich meine, als ich der Hellste bin, weiß ich. Ja, gut, du bist, äh, du bist auch nicht so bleich wie wir. Das ist halt bei uns... Wenn du da halt mal ein Licht, wenn du da halt mal ein Licht auf unsere zarte... Ich hab jetzt die ISO mal auf 1000 hoch. Ja, das ist, denke ich, ist, denke ich, ein bisschen besser. Auf, äh, 53, äh, passt schon. So, hört man mich immer noch gut? Ja. Weil ich hab jetzt nur, dass ich nicht das Mikro ganz in der Fresse hab. Willst du heute keinen Deep Throat machen mit dem Mikro? Ja, mit dem... Das muss ich so oder so machen, aber, ähm, ich will's halt nicht so direkt, also, weißt du... Ich könnte das noch anbieten, Liqui-Moli, Kugelagerfett. Ja. Nee, danke. Ja. So, auch schön. Ist es Silikon, dann kannst du es... Dann ist es ungefährlich. Also, ist es lebensmittelecht? Ich glaube nicht. Ist nicht für Industriemaschinen. Ja, ich hab irgendwo vorne noch... Wenn nicht, kannst du Butter nehmen. So ein ganzes Stück Butter. Gibt da so ein Video, wo so eine Frau so ein ganzes Stück Butter runterschluckt. Also am Stück, ohne einmal abzubeißen. Okay. Dann gehst du so ein Eck hier, quasi hier, so einen Hals runter, gehst du so... Ja. Es gibt schon kranke Leute. Dinge, die man nicht tun muss. Nee. Gibt für alles einen Fetisch. Also, ich glaube, ich muss mir mal... Erstens mal muss ich mir noch ein Glas holen, weil das sieht irgendwie komisch aus mit so einer riesen Flasche Wasser. Und ich muss mir auf jeden Fall ein Wasser herstellen, weil irgendwie heute halstechnisch... Ach ja, und das Handy weg. Ich hab nämlich heute Videokonferenz gehabt und hab dann gemerkt, meine Boxen hier, die spiegeln das Handy-Signal sehr gut wieder. Hm, das ist natürlich toll. Und das ist natürlich nicht... Hey, ich kann jetzt endlich 5G nutzen bei uns, weil OnePlus endlich das Update gebracht hat, dass mit O2 auch 5G funktioniert. Ja, verrückt. Und du hast ja noch das Glück, dass du jetzt schon ein Kind hast, weil wenn 5G erstmal da ist, zack, unfruchtbar und reptiloid. Ach, Mist. Aber hast du ja vorher... Hast du noch Glück gehabt? Also hast du dich noch schnell... Genau, ich hab's ja vorher nie empfangen können, weil das Handy das ja nicht konnte. Ja, klar. Gibt ja Sinn. Ist absolut sinnvoll. Ja. Was ist das denn? Ja, ist irgendwie... Sie wichst... Da ist was in der Luft. Hast du... Hört ihr mich noch... Hört ihr mich noch... Warst du... Ja, ja. Hört ihr... Was? Ich hab mich gebutet. Warst du zufällig bei einer Expedition von Veil and Yutani dabei? Nee. Wenn du so einen Kratz im Hals hast. Nee. Ach, ja. Was ich gemacht hab... Ich hab gestern eine Bionade getrunken, danach hatte ich den Durchfall meines Lebens. Ja, das war der Fehler. Das soll ich getrunken. Für unsere Pre-Show-Hörer. Es gibt auch andere Erfrischungsgetränkehersteller, also nicht nur Bionade. Ja gut, war das jetzt wirklich eine gute Werbung, wenn du danach irgendwie einen Durchfall der Hölle hatte? Es kommt darauf an, was man davor hatte, ne? Wenn du davor wochenlang nicht konntest, dann ist es natürlich eine Erlösung für die Leute dann. Ja, also nee. So, jetzt muss ich in den Tag-Sheet reingucken. Das Gute ist auch, dadurch, dass wir das jetzt auf dem neuen Server machen, hab ich hier auch Monitoring. Da kann ich dann... Warum seh ich jetzt nur noch dich? Hat sich jetzt grad das Bild verschoben? Ah nee, das war nur die Ding, sorry. Ja, ähm, kann ich dann halt auch sehen. Also ich seh hier auch gerade, dass CPU-mäßig das Ding auf 95% kachelt. Der hat halt keine GPU drin. Das heißt, wir rechnen halt heute wieder alles auf der Ryzen-CPU. Und da hat er nicht mit gerechnet. In der virtuellen Maschine, aber es funktioniert. Also von daher alles gut. RAM-mäßig. Oh, diese ganzen Löt-Blobs hier. Haben wir 50% RAM-Auslastung, alles gut. Von einem Terabyte, nein. Nee, der Server hat 32GB RAM. Also mein Management-Server. Und das passt. Hab's bei euch in der Arbeit eigentlich heute April-Scherze? Ich war heute im Homeoffice. Also ich hab heute nicht viel mitgekriegt. Also ich hatte heute auch keine Meetings. Ich hab heute schön Projektarbeiten durchgeführt. Projekte abgearbeitet. Bei uns, die Kollegen aus dem Betriebsrat Münster haben jetzt als Betriebssportgruppe Hobbyhorsing eingeführt. Mit so Holzdeckpferden. Haben sogar ein Video gedreht, ganz aufwendig. Die haben es uns ganz einfach gemacht. Bei uns haben sie die Mülleimer abgeschafft. Es gibt in den Büros keine Mülleimer mehr. Es gibt jetzt zentral auf jedem Gang quasi so einen Müllsammler. Und die wollen, dass die Leute da hinlaufen. Das kotzt halt jeden an. Weil du im Winter deine Rotzfahnen da hast. Kannst du die nicht in den Müll werfen. Musst du erst mal drei Kilometer durchs Gebäude laufen. Dann haben wir halt heute geschrieben mit einem Bild von verschiedenen Büros. Betriebsrat München führt die Papierkörer oder Mülltonnen wieder ein. Ist auf sehr gute Resonanz gestoßen. Und eine Führungskraft, die die Mülltonnen abgeschafft hat, der ist halt im Dreieck gesprungen. Ich hab ihn halt drunter markiert und gemeint, Naian, was hältst du davon? Und er hat dann nicht gecheckt, dass es ein April-Scherz war. Ja, ich mein, die, ganz ehrlich, die Idee allein, die Mülltonnen abzuschaffen am Arbeitsplatz, finde ich schon ein bisschen schwierig. Ich mein, ich kann ja verstehen, dass sie sagen, okay, pass auf, diese ganzen Mülltüten. Das Problem ist, die Putzkräfte sind einmal am Tag durch. In der Mülltüte war eine Sache drin. Dann kommt eine Mülltüte für den Arsch. Wo ich jetzt aber sagen muss, okay, für Papier könnte man einfach Sammelcontainer machen. Das ist echt kein Problem. So viel Papier fällt nicht an. Und für Restmüll, meine Güte, dann, ja. Bei uns ist es auch so, also es sind Papierkörbe und für Restmüll gibt es halt in der Teeküche dann. So ist es bei uns geregelt. Ist okay. Aber ich mein, ich sag dir, wie es ist, es gibt halt kaum Leute, die das Ding wirklich nur als Papierkorb verwenden. Die meisten hauen da alles rein, was sie so haben. Und ich mein, ja, ich weiß halt auch nicht. Und ganz ehrlich, wer rennt wegen einem Taschentuch dann jedes Mal, ich mein, wir sind Informatiker, wer rennt da in die Teeküche? Das sammelt sich. Und dann, wenn du froh sein kannst, ist es einmal am Tag, dass jemand das alles dann wegbringt. Wenn du Pech hast, lässt er das dann zwei Wochen da liegen. Dann sieht es halt aus wie Hund und Sau. Also, ja. Und weniger Müll wird deswegen auch nicht produziert. Das ist auch Quatsch. Niemand sagt, ach, jetzt hier nehme ich ein Stofftaschentuch, nur weil ich zum Mülleimer laufe. Stofftaschentuch ist ja nochmal eine andere Sache. Das ist ja aus hygienischer Sicht völlige Katastrophe. Also, was so, mein Opa hat immer früher noch so ein Stofftaschentuch. Ey, das Ding, das hat wahrscheinlich zigtausend Viren dann irgendwann drin gehabt, und das in der Hosentasche schön warm und feucht sich weiter züchtet und dann in das gleiche Ding zehnmal reingeschnaubt. Ich weiß nicht. Ich finde, Stofftaschentücher haben nur einen Sinn, und zwar vielleicht im Anzug noch so ins Anstecktuch oder so. Ja, genau. Aber das ist auch das Einzige. Sonst wäre ich das auch eher so. Ja. Naja, also das ist, und was ich jetzt neulich gesehen habe, was ich ja absolut nicht nachvollziehen kann, auch so in dieser grünen Bubble, ist wiederverwendbares Toilettenpapier, wo du in der Waschmaschine waschen kannst. Und ich dachte schon, wiederverwendbare Küchenrolle wäre strange. Aber das ist schon heftig. Also, das muss man wirklich wollen. Und jetzt höre ich den Tobi nicht, weil er stumm gestellt ist. Und er wollte gerade was sagen. War jetzt mal ernsthaft dazu, warum baue ich mir da nicht ein Bidet ein? Genau, das denke ich mir dann auch. Aber das ist Wasserverbrauch, Tobi. Ja. Und wenn ich so eine Scheiß waschen muss, dann ... Ja, da ist vielleicht noch Waschmittel mit im Spiel. Naja, Mikroplastik, ne, und dann ... Aber weil du gemeint hast, April-Scherz, wenn bei uns ein April-Scherz war ... Ich bin gleich wieder da. ... war das ein sehr geschmackloser, weil bei uns nämlich der eine CEO, der uns gekauft hat, geschrieben hat, er geht. Da hat sich auch ein sehr schlechtes Datum für die E-Mail ausgesucht. Ja, das ist durchaus zu überlegen, ob das der beste Tag war. Das ist so ein lustiges Bild, was ich gerade sehe. Ähm ... Ich war ja früher hier in Oberachtinger-Schule, man fiel aus Grünwald. In Grünwald sind ja sehr viele, sehr reiche Leute. Und da hat jetzt gerade einer, der auch in der Gegend wohnt, gerade ein Bild gepostet. Dann so, was 2G für andere bedeutet. Dann so Maske und halt Ausweis mit Ding-Nachweis. Was 2G in Grünwald bedeutet. Und dann steht der Typ halt einfach zwischen zwei Mercedes-Benz G-Klassen. War so voll dekadent. Tja. Haben wir in Schweinfurt gar nicht ein reichen Viertel? Na doch, doch. Das sind einfach alle arm. Nee, doch, da gibt's eins. Das sind die ganzen alten Industrievillen, die die Amis freundlicherweise nicht weggebombt haben. Weil da keine Industrie war. Ja. Aber den Rest haben sie erstmal alle schön bodengleich gemacht. Deswegen, wenn du mal Magnetfischen im Main machst, solltest du dich fragen, ob du deine Hände noch brauchst. Mhm. Aber das ist auch so geil. Da gibt's ja immer ganz viele Videos auf YouTube. Und da war auch einer, der auch eine Bombe dran gehabt. Dann natürlich Polizei gerufen. Dann kam dann hier, ich kam für den Räumendienst. Und der zieht das Ding so hoch, macht so ein Magnet ab, guckt so, schmeißt es auf den Gehweg. Ist eh wurscht, ist nur was Kleines. Alles klar. Kann man mal machen. Ist nur ein Brandsatz, nicht so schlimm. Ja, genau, Brandsatz. Irgendwas, so was war, dann denkst du so, mhm, deswegen würde ich den jetzt trotzdem nicht dahin schmeißen. Aber okay, du bist der Profi. Die Sache ist, wenn der Kampfmittelräumdienst rennt, solltest du möglichst schneller sein als er. Das stimmt. Am besten gar nicht in der Nähe sein. Nee. Ja gut, aber ich glaube, so die größeren Sachen haben sie eh fast alle gefunden. Also bis auf, wo es halt wirklich. Ja, was ich krass fand, wurde so mit meiner Tante da vor, wann war das, 2011 haben sie, glaube ich, im Rhein ist ja viel freigelegt worden, mit Koblenz. Dann haben sie ja so einen Wohnblockknacker von den Briten gefunden. Der hat, was hat er, 2500 Pfund oder so? Also richtige Bomber. Den gab es in der Ausbaustufe, dann gab es noch einen 5000er und dann gab es einen 12.000er. Die 12.000er waren, glaube ich, aber nie wirklich im Einsatz. Okay. Aber so der 2500er hat halt irgendwie so im Umkreis von zwei Kilometern einfach alle Dächer abgedeckt. Die Häuser standen halt nicht mehr. Die waren tatsächlich hauptsächlich für ihre Druckwelle bekannt und nicht für ihre enorme Sprengkraft. Ja gut, jetzt hast du, ich wollte gerade sagen, hast du ja bei modernen Luftbodenwache, dass sie eher durch die Druckwellen halt einen Schaden verursachen. Genau, da ging es eben auch darum, die Häuser unbewohnbar zu machen und so Geschichten. Oder du hast dann irgendwelche gelenkten Dinger, wo du dann... Ja. Das Geile ist, bei uns in der einen Drohnengruppe hat einer ein Ding reingepostet von wegen, ja, hier haben irgendwelche Leute so russische Drohnen gefunden, die abgestürzt sind. Also ja, angeblich. Erstens, die Dinger waren aus Pappe, zweitens, der Motor dran war ein ganz normaler kommerzieller Motor. So, glaubst du doch wohl selber nicht. Und rein zufällig, also vor allem, wo soll da ein Sprengsatz irgendwas drin sein, die hatte keine Kamera mit drin. Ja, vor allem wo? Eben. So, also totaler Quatsch. Ja, auf europäischem Raum denke ich, oder eher weniger, dass die... Aber da habe ich auch schon irgendwelche Bilder gesehen, dass das angeblich irgendwelche Kamikaze-Drohnen oder sowas aber... Ja, aber wir haben wie gesagt, ich weiß ja, wie die Hardware ausschaut und der Motor ist von T-Motor. Und die andere Sache ist, da muss ich jetzt noch nach dir ernsthaft sagen, wenn die schon nicht ihre Logistik auf die Kante kriegen, dann glaube ich nicht, dass die dann mit Kamikaze-Drohnen anfangen. Quatsch. Die kriegen ja nicht mal den Kraftstoff rum, wie sollen die dann die Akkus irgendwo laden? Wollte ich auch sagen, wenn die neben nicht gerade... Weil die kriegen ja nicht mal die Logistik von ihren... Na. Die kriegen nicht mal die Akkus für die Drohne geladen, so doof die sind. Ach ja. Was hat nur Russland mit... Dass sie gegen Pharma zu kleinen Ländern verlieren? Haben die aus dem Winterkrieg nichts gelernt? Hey, die Umfrage der Woche, sind das echte Fragen oder ist das irgendwie... Ja, die waren alle dabei. Krass. Also zumindest hat es der Steffen gesagt, ich kann ja nicht reingucken in die... Naja, klar. Jetzt auch in meinen zu NFTs. Joe Rogan und Spotify. Ach, das war... Der ist doch gecancelt worden von Spotify. Ja, nee, den wollten sie nicht. Oder er ist gecancelt. Ja, weil er doch irgendwie jemanden drin hatte wegen mRNA, glaube ich, oder? Da hat er doch... Wir können ja dann mal drüber reden. Also ich habe es auch mitgekriegt, weil insgesamt ist ja der Kerl nicht so die beliebteste Person. Ja, es hat sehr viel kontroverses. Ich meine, er war gleich einer der größten Podcaster. Sehr kontrovers und auch soweit ich weiß sehr konservativ. Also das ist... Der muss wohl... Aber wie soll der... Bevor wir jetzt drüber reden, machen wir das in den Podcast. Ich finde den Teil von mir sehr geil. Bundesnetzagentur hält 10 Mbit für ausreichend. Das hat mich so vorm Hocker gehauen, als ich es gelesen habe. Es kann es nicht geben. 150 Millisekunden sollen bei der Latenz auch ausreichen. Das ist so absurd einfach. Trottel. Wir hatten jetzt tatsächlich bei uns in der Arbeit einen ziemlich schwerwiegenden Bug bei uns im Testsystem, weil die Software, warum auch immer, es hat jahrelang funktioniert, mit der Zeitumstellung nicht klargekommen ist. Und zwar haben wir im Prinzip halt unser Monitoring, was ja selber gebaut ist, ist so, dass der halt bestimmte Sachen immer mal wieder abfragt und manche Sachen bekommt er, also in manchen ist er wirklich aktiv quasi am Pullen und bei anderen Sachen bekommt er die Infos halt per Push. So, und dann gab es die Zeitumstellung, dadurch ist halt irgendwas im System ein bisschen durcheinander gekommen und dann hat er die ganze Zeit gesagt, er hat es seit über einer Stunde wartet er auf Antwort von dem Server und aus diesem Loop ist er halt nicht mehr rausgekommen und wir die ganze Zeit sind das für ein Scheiße, warum, es brechen doch gar keine Jobs ab, woher kommt der Fehler, kann doch gar nicht sein. Wir haben irgendwann das rausgefunden durch Zufall, also es war auch echt Glück, dass wir es gefunden haben. Ja, siehst du, da hatte ich letztens das Gegenteil, also interne Monitoring-Sachen, kommt ein Kollege zu mir, ey, schau mal, umlaute gehen nicht in der Mail. Und ich so, hä, bei mir gehen die doch und ja, musst du das und das umstellen, ne, hab ich jetzt auf so ein UDF-8-Header reingemacht, wobei, das ging eigentlich die ganze Zeit. Am nächsten Monat kommt der bitte, ja, geht bei mir nicht, dann frage ich den Kollegen, ja, bei mir geht's, ach, hat sie irgendwie verschluckt, dem ist ein komisches Mailprogramm, die Umlaute, ja, super. Aber das hatte ich mit, ähm, mit einem Käufer auf Kleinanzeigen, dem sein Handy, nee, das mit einem Kunden war das so, der eben sein E-Mail-Programm am Handy, wenn du das gemacht hast, hat auch Umlaute verschluckt beziehungsweise hat aus einem, was war denn das, aus einem Ä, ein Ü gemacht oder, also nee, aus einem Ü gemacht und so. Nee, da hatte ich doch mal geschickt, das hatte ich doch, und das war dann tatsächlich nicht bei mir das Problem, sondern bei dem, und deswegen hat er es an die falsche Firmen-Paper-Adresse von mir geschickt, die es nicht gab, und zudem hat er halt noch statt accurate3d.com hat er .de gemacht. War natürlich doof, aber... Siehst du, jetzt hast du auch noch dein Placement hier untergebracht. Sehr gut. Ich hab doch eh die ganze Zeit mein Logo drin. Ja, das war ja nur Spaß. Außerdem steht das ja auf diesem Kasten da drauf, ne, also... Ja, das Blöde ist nur, wenn du mit dem Kopf zu weit vorgehst, dann ist das Logo, ja, das ist echt... Du wolltest gerade sagen, dann hast du so eine krasse Gangster-Datowierung. Das ist, wenn du dann so übelst Ghetto sein willst, kannst du dir das nicht so hin, dass du es so über dem Auge hast. Ja. So, warte mal, was haben wir denn hier? Alter, was geht denn hier ab? Okay, ich hab gerade mal geguckt, unser Chitzy-Server, der haut gerade 40 Mbit durch. Was machen wir denn, denn wir gerade? Das ist schon heftig. Ich hätte es nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Hast du da... War da gerade auf Facebook ein Bild von mir oder hab ich da noch buschigere Augen drauf? Was? Nee, nee, das ist... Warte, das ist für anders. Nee, das war ein Witz. Das ist für anders. Ja, gut. So, ähm... Hoffentlich verklagt er uns jetzt nicht bis auf die Nüsse, weil wir eben gerade hier zeigen. Ist ja eh noch nicht live, oder? Aber es ist die Pre-Show. Ach, die Pre-Show, die wird nicht verkauft, oder? Übrigens, noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Noch nicht. Übrigens, ich weiß nicht, ob die Tasse vielleicht ein bisschen komisch kommt, aber ich hab hier eine Cyberware-Tasse. Ich hab hier schon die Tasse. Ja, wollen wir gerade sagen, Cyberware-Tasse und dann noch Cyber-Krieg-Thema, Steffen. Wir dienen den Neuland, ja, das ist schon... Die hab ich mal geschenkt bekommen, fand ich ganz lustig. Das ganze Gute, was ich hab, ist... Laune-Mittel. Tja, ich hab gar nichts. Und ich hab Kaufmanns-Kindercreme hier liegen, frag dich warum. Ja, ist die aus Kindern gemacht? Das frage ich mich auch immer. Tja. Ganz zart, das ist wie Kinderschokolade. Die wird auch aus Kindern gemacht. Kinder-Schokobons, die werden rund gepresst. Ja, du nimmst ein Kind und es wird dann zu einem Schokobon gepresst. Genau, und so kommen auch diese Angaben zustande. Ein Kinder-Schokobon, ein Gramm wird hergestellt aus 20 Kilo Kind. Genau. Das ist wie bei Salami, immer irgendwie 100 Gramm Salami werden hergestellt aus 120 Gramm Schweinefleisch, denkt sie so. Genau. Okay. Und was dann an Säften rauskommt, wenn dann zu Adderochrom verarbeitet. Das wissen wir alle. So, Themen haben wir alle. So, da kommen wir wieder zum Ernst das Leben. Zeitentechnisch mit dieser Glocke was machen? Weiß ich nicht. Also, ich muss halt bis 13.30 Uhr fertig sein. Bis 23 Uhr wäre besser. Da wollte ich eigentlich auch fertig sein, weil ich habe jetzt auch noch ein bisschen Hunger und zu spät wollte ich eigentlich nichts mehr essen. Ja, wäre für mich auch nicht schlecht, weil ich muss morgen noch einen Kleiderschrank aufbauen. Boah. Gut. Dann würde ich sagen, habt ihr euch mal die Themen angeguckt. Ich bin gerade am Überfliegen. Wollte ich noch fragen, die Fragen sind wirkliche Fragen oder sind das erfundene? Das ist reingekommen über das Kontaktformular. Okay. Ja, wir hatten heute mal ausnahmsweise sinnvolle Fragen. Naja, gut, sinnvoll. Ja, aber halt, äh. Ja, ich will ja jetzt hier keine Zuschauer beleidigen. Soweit kommt es noch hier. Du weißt, was ich meine, aber es sind halt mal richtig gute, also das sind Themen, über die sich gut reden lässt. Genau. Das erste Thema würde ich sogar, das sage ich dann auch, das sourcen wir in eine eigene Special-Folge aus, würde ich sagen. Weil ich glaube, da gibt es einige, also wahrscheinlich bei dir weniger, Tobi, aber David und ich haben ja schon einiges ausprobiert mit kannbaren Geschichten. Ich habe es sogar überlegt schon mit Sprints hier zu arbeiten zu Hause. Ich habe den Witz noch gemacht, Steffen. Ich habe den Witz noch gemacht. Ja, wir hatten vorhin uns schon in der Pre-Pre-Show darüber unterhalten und ich habe gemeint, es könnte auch sein, wenn ich dann jetzt erzähle, was ich alles mache, dass die Leute sagen, kein Wunder, dass der so komisch ist. Und ich habe dann den Witz gemeint, dass der Steffen dann mal irgendwann die Planung der Familie anstatt zum Hausaufgabenplan in Sprints verteilt und dann irgendwie so ans Kind Ticketzimmer aufräumen in Pre-Ohio. Genau. Interner Jira-Server und solch, das ist alles. Wobei ich ja für das Büro und Wohnungsprojekt, was ich ja jetzt habe, habe ich schon überlegt, ob ich mir einen kleinen Projektplan mache, weil das ist einfach mittlerweile so viel, an was man da denken muss. Und allein schon das Thema, weil wir es vorhin Thema Scheißhaus auf gut Deutsch gesagt, dass allein das ist schon eine Wissenschaft für sich, was für eine Kloschüssel, welche Funktionen und so weiter. Wie soll der Raum geplant werden? Willst du smarte Kloschüsseln verbauen oder was? Nein, also was heißt nein? Du kennst mich. Ich sage manchmal nein. Ich sage manchmal nein und dann habe ich auf einmal Starlink zu Hause. Wie viel Gigabit Downlink hat denn die Kloschüssel? Nein, aber ich bin halt, also was auf jeden Fall schon mal festgesetzt ist, dass ich mit Smart Home irgendwas mache und ich habe jetzt schon in der wenigen Temperaturdinger mal gesprochen. Genau, ich habe jetzt zwei Smart Home Systeme im Blick. Das eine ist eben das Bosch System für das ganze Thema Alarmierung, also Rauchmelder und so. Alarm. Genau. Und das andere System ist halt Homematic IP für das ganze andere Zeug. Also Temperatur. Ja, das vielleicht noch oben drüber, was dann auf die API, also was praktisch alle Systeme korreliert. Ich habe ja dann halt auch noch die ganzen, ja wie du ja auch, Sprachassistenten und die könnte man ja dann auch noch mit verknüpfen und so weiter. Also das wird auf jeden Fall eine wilde Mischung, aber als führendes System ist es halt eben Homematic IP und dann eben noch Bosch als Security System praktisch. Tja. Ne, aber das ist echt so die Frage und ich habe halt so viel zu planen, weil die Wohnung bekommt ja auch und auch die zwei Geschäftsräume, das Studio und das Büro bekommen ja auch komplett neue Elektrik. Da geht es dann halt auch darum, wo kommt welche Leitung entlang, was für einen Sicherungskasten brauchen wir dann, weil es kommt ein komplett neuer Sicherungskasten rein, der jetzige von, also das ist ja die Wohnung meiner Oma gewesen und da war halt ein Sicherungskasten mit fünf Sicherungen für die ganze Wohnung, also alles über fünf Sicherungen. Das ist wie meine Eltern, die haben drei plus E-Herd für sechs Zimmer oder so. Ja, genau und das ist halt da genauso und im Prinzip kannst du das halt heutzutage gar nicht mehr machen, du möchtest es auch gar nicht mehr haben und ich habe mir jetzt auch angeguckt, das Thema Homematic im Sicherungskasten, da gibt es jetzt auch mittlerweile eine nette Lösung, wo du dann halt im Sicherungskasten direkt so einen Controller hast, der über Ethernet angeschlossen wird und dann hast du ein Buskabel, das halt dann eben die ganzen Steuermodule miteinander verbindet und das ist eine echt nette Lösung. Ja und das Studio, das wird natürlich sowieso auch smart, aber Studio kommt ganz am Schluss und da muss ich dann auch erstmal überlegen, das Wichtigste ist jetzt erstmal, Prio Nummer eins ist Büro, Schlafzimmer, Toilette, Badezimmer und der Rest Stück für Stück. Dann Küche ist auch noch so ein Thema, was machst du da, das ist, der Wissenschaft für sich weiß das selber. Kaffeemaschine und Plattenkocher reicht. Gaskocher am besten oder so mit Gaskartusche. Steffen, du weißt, wie ich gewohnt habe, ich hatte jetzt drei Jahre lang nur nicht zwei Plattenkocher. Ne, also wenn, da ist Platz, also Platz ist in der Wohnung definitiv kein Problem. Ja, dann wäre auch nicht mehr. Ja genau, deswegen muss ich halt gucken, jetzt so Ikea, was die so, was Ikea so rauswirft, im Prinzip, was Ikea anbietet, da geht einiges und da kriegt man ja ordentliche Möbel auch für eine Küche und so. Wohnzimmer ist nochmal eine heikle Geschichte, weil ich bin am überlegen, ob, ja, Tobi? Ikea würde ich aufpassen, mein Onkel ist wohl, Möbelschreiner, der hat gemeint, der baut nie wieder eine Ikea-Küche zusammen, der hat gemeint, das ist die... Ich habe auch eine Ikea-Küche, das war jetzt nicht so das Erlebnis. Wollte gerade sagen, also das muss wohl so eine Strafe, für Vater, Mutter und Bruder erschlagen. Gut, man kann das ja auch bei denen buchen, wäre vielleicht eine Idee. Das Ding ist halt, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich koche ja fast nichts, so. Und wenn ich koche, geht es schnell und so. Ich bin jetzt niemand, der sehr viel Zeit in der Küche verbringen wird zukünftig und dann ist halt die Frage, will ich wirklich für 20.000 mir da eine Küche reinstellen von einem Küchenstudio oder kaufe ich mir für 5.000 Euro so eine Ikea-Küche mit allem Scheiß drin, den ich brauche und bin dann erst mal glücklich. Also upgraden kann man ja später immer noch. Siehst du, da wäre ich hier komplett anders. Küche ist bei mir was, wo ich nicht spare, aber... Genau. Das schneiden wir, glaube ich, lieber mal raus. sagen sie, ja, das ist ja beim Tobi hier bereitet sich nicht alles professionell hier, völlig professionell. Das habe ich aber schon öfter gesagt, dass ich mich nicht vorbereite. Man muss ja dazu sagen, für all die Zuhörer, wir suchen die Themen ja im Voraus schon irgendwie raus und da liest man ja in der Regel ja schon einmal. Genau. Ja und viele Sachen, da wird ja sowieso diskutiert schon im Vorfeld. sind wir eh allwissend, also von daher. Ja, also das ist... Wir haben hier die einzig richtige Meinung. Genau. Im ganzen Internet. Gut, achso, wir müssen noch Audacity aufnehmen zum Aufnehmen, oder? Ja. Wäre vielleicht als Backup nicht verkehrt. Als Backup. Weil ob die Kombination hier funktioniert und nicht irgendwann auseinanderbröselt, jetzt bin ich echt am Überlegen. Miccheck12, ist das eine Aufnahme, die funktioniert? Ihr könnt euch übrigens ja auch den YouTube-Stream als zur Kontrolle... immer mal... Den hab ich gerade in Teams gepostet. In Teams? Im allgemeinen Channel. Den hat er in Team gepostet. Den könnt ihr euch im Hintergrund öffnen, weil dann seht ihr auch die Regie. Weil ich guck natürlich nicht die ganze Zeit hier aufs Tablet. Ich hab hier unter mir ein Tablet oder halt unter dem Bildschirm, aber das sieht halt blöd aus, wenn ich da die ganze Zeit runter schau. Deswegen, wenn ihr da ab und zu mal drauf guckt, ist glaube ich nicht ganz verkehrt auf den... Schauen wir mal, also ich hab mir das jetzt so gelegt, ich kann einfach so rüberschwingen, da... Irgendwie sieht bei mir die Farbe so... Der Schränke sieht nicht richtig weiß aus. Das ist eher bläulich, hab ich das Gefühl. Ja, du musst halt mal einen Weißabgleich machen mit der Kamera. Ja, normalerweise hab ich noch das Videolicht oben drauf, das spare ich mir, sonst hab ich wieder einen Schädel vom anderen Stern. Ja, weil das ist schon anstrengend. Das muss ich echt sagen mit dem... Ah, das steht auf Sonnenlicht, pass mal auf. Ja gut, Sonne im Keller ist ein bisschen schwierig. Sonne ist ekelhaft. Also wenn Sonne im Keller ist, dann würde ich mir Gedanken machen. Wir hatten es schon drüber, NATO bringt Flugverbotszone über die Ukraine und dann hast du... Ist es so besser, dass es jetzt immer noch blaustichig... Nö... Bisschen besser, aber... Wie gesagt, die NATO bringt eine Flugverbotszone und dann hast du in Mitteleuropa einen Sonnenaufgang um 1.45 Uhr nachts. Ja. Ja, deswegen sitze ich in meinem Atombanker. Ja, das ist... Mit der Frisur würde ich aufpassen, David, wenn man sowas sagt. Da bekommt man ganz schnell... Schläge. Was joggt denn hier so? Ja. Ach Gott, jetzt... Die ganzen Anrufe schon wieder, vor allem jetzt, wenn die Leute dann auf der neuen TK anrufen. Twitter ist... TK-Tiefkühltruhe. Twitter ist empört. Ja. So. Ach Gott. Okay, also Themen haben wir. Also super, tralala. Dann... Audacity funktioniert bei mir. Gut, also wenn ihr soweit seid, dann würde ich Audacity anwerfen. Ähm... Teaser würde ich machen. Einmal mit, äh... Cyberwar und, ähm... Kaspersky und eben halt auch, ähm... Computerspielpreis, so... Teaser-mäßig. Und dann... Gehen wir rein. Wie Hennel immer sagt, Kerngedanke rein. Genau. Ähm... Seid ihr ready? Ja, dann zählen wir uns für Autocity runter. Genau, das habe ich vor. Aufnahme in... Drei... Zwo... Eins. So. Dann haben wir es ja mit einer leichten... Mit einem leichten Überzug... Haben wir es ja geschafft. Mhm. Ah, Sophos. Da könnte ich mich reinsteigern. Das ist... Es ist aber auch so traurig einfach. Also es müsste halt nicht sein. Sind ja eigentlich echt bluder Dienstleister, aber... Ja. Wir machen nur noch Scheiße irgendwie. Und vor allem, die haben ja teilweise auch innovative Ansätze. Also... Das ist ja nicht einfach nur stumpf. Oh, ich habe hier eine Firewall. Äh... Traffic rein, Traffic raus. Port freigeben, Port sperren. Ähm... Da ist ja trotzdem einiges an Gehirnschmalz dahinter. Eben. Und das dann so auf der ganzen Linie zu verbaseln, das ist halt schon irgendwie... Ja, da... Peinlich. Da möchte man denken, dass es nicht die Entwickler oder nicht unbedingt groß die QA oder was war. Ja. Ne, den Entwicklern mache ich da keinen Vorwurf. Ich glaube, das ist eher was Strukturelles. Ich glaube, die... Das... Habe ich aber hier in den Podcasts eh schon oft genug gesagt, dass die Entwickler bei solchen Problemen eh meistens am wenigsten Schuld tragen. Ja. Ich habe jetzt nochmal geguckt, diese Firma Thomas Bravo, US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft, ähm... Hauptsächlich im... Ah, Equity. Ja. Und die sind da zum Beispiel investiert halt in McAfee, die kennt man ja auch, aber auch in Proofpoint, in SolarWinds zum Beispiel auch. Ja, das soll jetzt nicht... Also da müsste sich sowas warm ansehen. Und wenn das wirklich solche, solche, äh... Acquire-Equity-Verbrecher oder wie sich das diese, diese, diese Equity-Gesellschaften nennen, dann viel Spaß. Weil dann wird jetzt erstmal ordentlich, äh, hier so der gute alte Pumpe-Dump. Ja, ne, das ist genau wie du sagst, äh, Private Equity-Gesellschaft. Ich glaube Private Equity, ja. Ja, um Gottes Willen, ja. Wenn du da... Also da, da viel Spaß. Und das ist halt echt, ähm... Das ist so die, die, die Saftpresse unter, unter, äh... Die Saftpresse. Ne, wie soll ich das am besten sagen? Die gehen hier, äh, und ziehen erstmal schön alles aus dem Unternehmer raus. Das ist wie, als wenn du da so, so einen neuen Auge oder so an die, an die, an die Firma ansetzt. Ne, es ist halt schon interessant, dass da halt auch Firmen wie, wie SolarWinds da mit drin sind. Ja, die, die nehmen, was sie kriegen können. Die sind da, die diskriminieren da nicht. Hauptsache Geld. Ja, genau. Also das ist halt, das ist so ein Punkt, weißt du, du weißt, ich bin sehr wirtschaftsliberal, aber da hört dann irgendwo bei mir auch die Liberalität auf. Und, äh... Wenn man Produkt, äh, wenn man Qualität aufgrund ihrer, der, der reinen Marktgewinn halt opfert. Ja. Und auch Barracuda ist mittlerweile auch drin. Also da bin ich halt eher so für den, für den ehrlichen, äh, Qualitäts, Qualitätsunternehmer, der halt sein Kohle schon macht, weil er halt tolle Produkte hat. Das ist so eher mein Mindset und weniger jetzt hier möglichst rausquetschen, was nur geht. Und ja, wie gesagt, da sind halt einige Firmen. ExoStar ist da auch mit drin. Die gibt's eigentlich schon gar nicht mehr als Link. Die sind scheinbar schon verbrannt. Ähm, Riverbed, was ist das denn? Netzwerkmanagement. Die sagen mir überhaupt nix. Riverbed. Ach so, das ist... Die gibt's wahrscheinlich auch schon immer. Ähm, Netzwerkperformance Monitoring ist das, okay. Ähm, Business Intelligence Software haben sie halt auch. Prozessmanagement Cofax gehört zu denen auch. Okay. Ja, Telestream, das ist ja so ein Mediending gewesen. Ich glaub, die sind mittlerweile, die haben auch mittlerweile fertig. Ähm, VeraCode, okay. Ja, das ist schon krass. Mhm. So, da, 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 da. Dann... SharePoint. Ja. Da bist du. Naja, da schauen wir mal, wie wir jetzt so die nächsten Folgen hier Stopp gestalten. Ich hoffe, dass wir das immer wieder ein bisschen mehr hinbekommen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch immer, äh, oder wie es bei dir konkret, David, am besten passt. Ist es Wochenende noch gut oder sollten wir vielleicht mal über andere Tage nachdenken? Geil wäre natürlich, wenn die Aufnahmetermine nicht so lang wären. Das ist ja natürlich tatsächlich das Allerbeste. Ja, dann wäre es ja echt gut, wenn man dann auf eine, auf kürzere Version und dafür öfters... Genau, wenn man vielleicht sagt, man macht das so wechselnd, vielleicht sogar in dem einen Sprichbild über Themen, die jetzt nicht, sag ich mal, zeitgebunden sind. Also, wie jetzt zum Beispiel das Thema mit Appsorganisationen, was auch immer. Ja. Und im Nächsten machen wir dann, ähm, dann halt News, aber dann halt wirklich auch nur die, wo wir sagen, okay, die sind jetzt vielleicht nur, außer es ist was riesengroßes, vielleicht nur eine Woche alt oder so. Das ist auch wirklich aktuelles. Ja, so war ja der Plan. Also, im Prinzip hast du gerade das erklärt, was ich vorhatte und zur Abstimmung jetzt gegeben habe. Es ist halt, glaube ich, auch für unser Vorankommen in Sachen YouTube-Algorithmus und so, glaube ich, ist es halt echt, weil im Moment ist es Sorgenkind, sag ich, wie es ist, ist halt YouTube. Also, auf den Audio-Plattformen läuft's. Da ist mehr als erwartet. Also, wenn da so eine Folge mal 5000 Downloads hat, das ist schon echt, wo ich sage, wow, also überrascht mich selbst. Also, gut, die mit Ken Jebsen, die ist ein wenig außer Konkurrenz, die hat mittlerweile so um die 15.000 Audio-Downloads. Also, ich weiß nicht, in welcher Blase die da irgendwo rumgeteilt wurde. Ich weiß, ich kann, ehrlich gesagt, kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, was da genau, also, oder wie der genau... Da ging es darum, dass wir gesagt, wir haben auch gesagt, weil, ich meine, er wird ja zu Recht für gewisse Sachen kritisiert, aber da ging es darum, dass der bei Holger war und dass wir gesagt haben, das wird ja wohl noch in Ordnung sein. Da hatte, glaube ich, Felix doch damals auch gemeint, ja, er weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir so irgendwie... Da gab es nochmal die Diskussion. Ja, ja, gut, die Diskussion hatte ich mit Felix, Und wir beide gesagt haben, ja, also eigentlich schon. Ja, gut, es ist ja so, muss man ja auch wirklich sagen, ich meine, dass Felix mir redaktionell sehr, also sehr viel freie Hand lässt, was ja, was ich auch hoch anrechne, außer ich würde jetzt absolute Nazi-Scheiße hier irgendwie veröffentlichen oder so, aber... Wollen wir mit anfangen? Moment. Moment. Nee, aber, also da muss ich sagen, er kritisiert es zwar, aber er redet mir da nicht rein und ich meine, gut, dann, und wenn er es machen würde, dann würde ich sagen, ja, wer hat die, die Mehrheitsanteile an Course of You? Du oder ich? Und, ähm... Warum finde ich jetzt schwierig den Ort mehr nicht, wo ich das Audio-File hochladen kann? Und er hat ja nur mickrige, ich glaube, 35% Anteil. Ich glaube schon. Ich bin das Sport! Tja. Äh, Steffen, die Audio-Datei, nee, die kommt nicht da, wo es OneNote ist, rein. Nee, nee, die kommt ins OneDrive wiederum. Da gibt es geteilt. Ja, das zeigt dem immer nie richtig an. Wenn ich auf geteilt gehe, dann... Und dann müsste da irgendwo Course of You-Videos bei dir auftauchen. Nee, zeigt der mir wieder nicht an. Also im Browser, ne? Also nicht... Ja, im Browser, im Browser. Und... Ey, da finde ich jetzt 2021... Wollte gerade sagen, ist SharePoint mit uns geteilt. Aber da finde ich, ich finde Tech Talk 2021, 2022 gibt es noch keinen Ordner. Nee, dann mach halt einen Ordner. Dann mach ich ja... Stimmt, machen wir einen Ordner. Ja, da kennen wir nichts, dann machen wir einen Ordner. Äh, habe ich hier keine Rechte? Wieso? Da habe ich doch einen erstellt. Wo bist denn du unterwegs? Kurs of You-Video, Kurs of You-Videos, Kurs of You-Tech... Nee, Kurs of You-Videos, Kurs of You-Tech und ein Tech Talk. Da gibt es einen 22er Ordner. Kurs of You-Video, sag mal jetzt, dieser Ordner ist leer. Hä? Was ist denn los? Are you drunk oder was? Was ist denn da eigentlich passiert? Die Datei ist ja völlig... Warum ist die 44er nicht in ihrem Ordner? Also, kannst du mir mal den Link kurz schicken oder so? ich kriege nämlich... Ich habe nämlich auch keinen. Ich habe auch nur den 21er. Ja. Hä? Wo seid ihr dann abgebogen? Das kann ich nicht. Und seid ganz falsch. Oder, warte mal, ist das überhaupt für euch geteilt? Ich check das mal. Da ist immer wieder ein Thema Berechtigungen. Ja, Berechtigungs-Metern. Ich habe ja keine Rechte. Ja, ich habe eh keine Rechte. Genau. Ihr habt Recht. Nee, wir haben kein Recht. Also, ihr habt kein Recht, aber ihr habt Recht damit, dass ihr kein Recht habt. Sag ich doch. Das ist, warte mal, wenn ich jetzt hier auf Teilen gehe, was passiert dann? Wahrscheinlich fliegt jetzt die ganze Microsoft Cloud uns um die Ohren. Irgendwo geht gerade eine HZM-Motorflamme auf. Irgendwo kommt gerade eine Stichflamme aus dem Hüfter. Nee, das war OVH, Steffen, das war OVH. Ach so, das war OVH. Ja, das war bei den Frassungs-Metern. Da wahrscheinlich auch irgendjemanden, die inklusive die Berechtigung kennt. Der Steffen hat jetzt die ganzen Microsoft-Impfchips aktiviert. Ja, genau. Das ist jetzt, der hat den Genozid zu früh ausgehört. Jetzt gehen die ganzen 5G-Sendemasten an und grillen dann die Vögel, die dann runterfallen und dann die Bäume verändern sich dann und die Menschen kriegen dann auf einmal dreiarmige Kinder. Das Schlimme ist ja, dass gerade halt wirklich nichts passiert. Ich habe jetzt hier draufgeklickt und es passiert halt gar nichts. Irgendwo war der Zendpuff. Jetzt hat sich, glaube ich, der komplette Browser aufgehängt. Also, ich mache es noch mal. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Das ist halt echt schlimm bei großen Datenmengen. Also, ich verstehe halt, Microsoft bei Office-Dokumenten funktioniert das halt wirklich gut. Muss man wirklich neidlos anerkennen. Aber wenn du dann mal die Cloud richtig belastest, wie wir es halt machen, dann ist halt oft mal, da trennt sich halt dann wirklich die Spreu vom Weizen. Dann ist halt... Hashtag belastend. Ja, das ist dann echt belastend. Und jetzt geht's... Kurze für Juhu. Nicht leicht, aber belastend. Naja, ich meine, du darfst es vergessen, wir haben schon mittlerweile einige Terabyte da liegen an Videomaterial. Also, das ist... Ich bekomme irgendwie über die Nachricht, der SharePoint-Platz ist voll. Aber geht noch. Aber geht noch. Ja, das ist komisch. Also, ich verstehe die Meldung nicht, weil du hast eigentlich unlimited. Ich schließe jetzt mal nicht aus, dass das vielleicht sogar einfach ein Problem ist, was gar keins ist. Mhm. Also... Ja, nicht das erste Mal so. Ja, ich hatte von Microsoft schon öfters Meldungen, die dann einfach nix waren, ne? Das ist nicht eine geile Farbe. Tja, da geht was. So, ähm... So, so, so. Bestimmten Personenkreis. Jawollo. Bearbeiten zweifel. Hey, so fett bin ich auch wieder nicht. Als Tabletop-Mensch, Necron-Gausgans. Table-Dance-Mensch. Das will keiner sehen. Das will keiner sehen, das kann ich dir sagen. Wie weit ist das Fäkal-Humor unter der Gürtellinie, wenn man auf den Stehtisch kackt? Ist es schon wieder soweit? Gute Frage. Ach, ja. So, äh, ihr müsstet jetzt das Jahr 22 auch, äh, sehen. Hm. Sehen. Ich möchte es spüren. Wenn ich gerade jetzt die Microsoft Cloud noch drei Stunden brauche, um die Berechtigungen irgendwie in sonst was, irgendwelche Datenbanken zu verarbeiten. Oh man. Ja, es ist manchmal schon absurd, also. Ist auch geil, mein Arbeitskollege hat mir gerade auf eine WhatsApp-Nachricht von 2019 geantwortet. Ah, jetzt hast du aufgewacht. So, es ging ja rum, ich hatte ihn irgendwie letztens gefragt, ob er eigentlich meine PSP noch hat. Und dann antwortet er auf die Nachricht von 2019. Hab nachgeschaut. Die PSP ist tatsächlich deine. Alter, das wäre mir schon echt übelst peinlich, wenn ich so lange vorgegangen bin. Ja, ich hatte die in der Arbeit dabei, weil er mir einen Spiegel hinhat, dann hab ich sie bei ihm liegen gelassen, sind wir auf dem Kaffee, dann bin ich heim und dann hab ich es einfach vergessen. Und dann so einen Tag später so, ah, übrigens, und dann ging, glaub ich, dann irgendwann schon Corona los und seitdem haben wir uns nicht wirklich gesehen. Ja gut, das ist natürlich dann schlecht. Ah, mir ist jetzt, äh, auch noch was Blödes passiert. Das, ähm, ja gut, äh, das, das war jetzt in Bezug auf unsere Telefonanlage. Ähm, ich hab unseren Tarif und Zeug umgestellt und hab ein altes Tarifpaket gekündigt und hab nicht gesehen, dass ich damit nicht nur den Tarif kündige, sondern auch die, den kompletten Rufnummernblock von KursO4U. Ähm, super blöde Situation. Ähm, vor allem, ich hab das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich hab das Februar gekündigt und das ist jetzt vorgestern ausgelaufen und ich, äh, krieg auf einmal so Mitteilung, ey, eure, was ist denn bei euch los? Ich kann eure, eure Telefonnummer mal anrufen, da kommt diese Nummer, ist nicht vergeben. Ich so, Moment, diese Nummer ist nicht vergeben, Alter, was ist da los? Oh, scheiße. Und, äh, ja, und dann hab ich dann bei unserem Provider da halt mal, ähm, angefunkt und dann haben die eine Mail, ja, sie haben das doch gekündigt und ich so, was hab ich? Ich hab doch nur den Tarif. Ja, wenn sie den Tarif kündigen, dann kündigen sie auch den SIP-Trunk mit. Ähm, ja, und dann ging's halt jetzt los. Ja, wenn sie das jetzt, aber zum Glück, also es kam dann heute zu einem Happy End, kurz vorm Podcast, äh, es ging dann auf jeden Fall hin und her, ja, wir können das wieder herstellen, die Rufnummer, wenn in der Zeit nicht jemand anders aus ihrem Ort diesen Rufnummern-Blog gekauft hat. Ich so, bitte nicht, bitte lass nicht da irgendjemand anders die Course of You-Nummern übernehmen, wie Coburg. Ja, ich glaub, wenn dann Steffen irgendwie, wenn beim Steffen dann die Rufnummern weg gewesen wäre, ich glaub, der hat sich den Kerl oder die, die dann gesucht und so, wären wir vorbeigefahren. Ich hätte auf jeden Fall mal freundlich nachgefragt, ob wir nicht die Nummern tauschen können. Ähm, nee, letztendlich, äh, long story short, es gab ein Happy End, der hat die jetzt recovered, das hat ewig gedauert, äh, die haben auch blöde Ticket-Zeiten, also ich hab das Ticket gestern eingestellt, irgendwie mittags, mittagspausenmäßig und dann kam erst so gegen 16 Uhr eine E-Mail, ja, müssen sie noch mal bestellen und dann können sie mir noch mal schreiben. Dann hab ich's bestellt, hab geschrieben, ja, 18 Uhr haben sie schon Feierabend gemacht, das heißt, hat sich niemand mehr drum gekümmert. Heute Morgen, haben sie es dann wieder hergestellt, dann konnte ich aber, dann hieß es, ja, jetzt können sie drauf zugreifen, logge ich mich ein, ja, jetzt klingelt das Telefon. Ähm, hat er grad getestet, der David? Ich wollte, ich dachte, da geht der AB dran, dann hab ich reingeschrieben, der Kolb muss weg! Ja, der Kolb muss weg. Das ist so geil, ich hab grad überlegt, wären sie drei bei Störungen und dann wollte ich draufgehen in Störungen und schreien, der Kolb ist eine Störung, die muss weg! Naja, nee, du landest dann erstmal in der Queue und dann irgendwann läuft's ein Timeout. Klingelt's dann auch bei Felix? Ja, aber der hat sich schon ausgeloggt, der ist nimmer im System. Auf jeden Fall, ja, und dann war's halt so, 18 Uhr, keiner mehr da und heute, ja, sie können jetzt alles einrichten, denk ich mir, ja, super, ich komm aber nicht rein, weil im Kundenportal steht, hallo, sie sind Neukunde, sie müssen jetzt erstmal, sie müssen jetzt erstmal mit einem Postcode verifizieren, sie kriegen jetzt einen Brief mit einem Postcode, den müssen sie, hab ich gedacht, ey, das kann jetzt nicht der Ernst sein, wenn ich jetzt drei Tage warten muss, bis der Brief bei mir ankommt, dann hab ich den nochmal geschrieben und dann, ja, wir kümmern uns jetzt drum und dann so gegen Nachmittag, ich glaub, gegen 17 Uhr auf einmal, war dann das Kundenportal wieder frei, konnte ich die neuen Kundendaten runterladen und bei uns in der TK-Anlage einbinden und auf einmal geht's wieder. Aber das war also so eine dumme Aktion und dass mir sowas passiert, das ist schon echt, manchmal, ja, frage ich mich echt, was in meinem Kopf manchmal los ist und das hab ich halt einfach überlesen oder irgendwas, das war unten im Kleingedruckten, dass halt dann scheinbar, wenn, wenn man das Ding kündigt, dann ist auch, sind auch die Telefonnummern weg. Oh Mann. Ich hab grad noch die, eine Chronograph-Dingkündung von uns gefunden von vor 558 Tagen. Ach du Scheiße. Wo du das gerade gesagt hast mit dem, mit dem Review-Termin oder was du ausgemacht hattest, weil es mir grad so einfällt, irgendwie finde ich, wenn ich jetzt mal so auf die Jahre zurückblicke, die wir schon irgendwie Zeugs zusammen machen, dass das ganze Projekt eigentlich schon seit Jahren oder auch schon relativ lange dieses, das was man jetzt versucht bei uns als Agilität auszurollen, dass das eigentlich schon die ganze Zeit gelebt wurde, ne, immer wieder auch nach so Terminen, so, ja, es ist halt echt so. Wenn du nicht so so schaust, das sind so die Sachen, die wir uns jetzt seit zwei Jahren laufen, das machen wir ja eigentlich schon seit gefühlt Beginn der Zeitrechnung. Und das Ganze noch auf einer Ebene, die nicht durch, wie heißt es, komplette Struktur und hier Rituale komplett zerlegt ist. Ritual. Es heißt ja so, also wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, fünfmal die Woche dasselbe Meeting und dann nur bebauchpinseln und nur, weil es halt eben, keine Ahnung, die per Definition so gefordert ist.